Ja, ich bin auch hier jetzt. Willkommen zu einem neuen Part von Witcher 3 Blood & Wine mit dem lieben Geraldinho. Noch ist es draußen hell, das heißt, Fenster kann ich also die Rolle noch hochlassen. Ist nicht ganz so störend, aber ich will halt nicht zu hell sein, auch nicht zu dunkel. So geht das noch momentan. Ist man teils überbelichtet, aber das geht. Besser als im Dunkeln zu hocken, hab ich nicht so Bock drauf. Ja, worum wir letztens aufgehört? Wir haben die Asterix & Obelix Quest gemacht. Ja, und dann diese Quest, wo ich mich vielleicht anders da hätte entscheiden können. Mit dem streitenden Ehepaar in den Katakomben. Aber, ja, ich hab mich dazu entschieden, die Frau rauszunehmen. Und die dort an diesem Kastanienbäumchen zu begraben. Ob das so richtig war? Ich weiß es nicht. Aber, ja, wir hätten vielleicht ein paar Quintkarten bekommen. Wir wären vielleicht nicht die besten gewesen, aber... Ja, gut. Auf der anderen Seite haben wir ein neues Schwert bekommen, aber das ist halt... Ja, keine Ahnung, was hat das denn? Ein Einer-Slot und... Weiß ich nicht. Kann man verkaufen. Wenn man möchte. Also gibt es halt gut Geld für das Schwert, wenn man es verkaufen würde. Ich weiß nicht so wirklich, ob ich das behalte oder lagere, weil das ist, ja... Story-Schwerter sind zwar etwas seltener. Aber sonst hat das Schwert eigentlich jetzt nichts, was mich so richtig daran hält. Da warte ich halt lieber ab, bis ich von dem Schmied die ganzen Schemen habe. Und dann... ...schön auf Wolf-Rüstung und Wolf-Schwert... ...bisschen hochbaue. Also eigentlich Wolf-Schwert habe ich ja schon, aber... Großmeister-Wolf-Schwert müsste es auch dann geben, oder? Schauen wir mal. Hier findest du keine Arbeit, jedenfalls keine Bezahlte. Wir haben auch gesehen am Tage... Ich muss ja gerade ein bisschen... ...bisschen schlafen für... ...tagsüber. Tagsüber ist mir das irgendwie lieber. 31.000 haben wir. Ah, so, schön. Es gibt ja noch ein paar Aufgaben hier in der Stadt auch. ...die man nicht so wirklich erkennt. Also immer diese... ...Ausrufezeichen. Die erkennt man nicht auf den ersten Blick. Und wir haben halt noch viele Aufgaben noch zu machen. Also hier sieht man halt... ...hier geht die Hauptstory halt weiter. Und hier sieht man überall noch Fragezeichen. Und hier hin to dies und jenes. Eingang. Aufträge von Winzern. Okay, das haben wir auch noch. So. Neben-Quest. Machen wir da mal weiter. Transformation. Da weiß ich noch nicht, wo das ist. Ähm... Vater weiß es eben nicht. Er fülle die Aufgaben. 37 gehen an den Ort, in dem die Auktion stattfinden wird. Ananschlagbar den Toussaint von Geralt, den Aushang eines herzogelischen Beamten. Darin wurde... ...nach allen Arten von vagabunden, sondern unfahrenden Rittern gesucht. Es schien sich nicht, um ein Auftrag für Hexe zu handeln. Aber Geralt beschloss dennoch, mehr darüber herauszufinden. Das kann nur eingeben. Ja, das... Ähm... Ja. Das ist abhängig von der Hauptstory. Je nachdem, wie man sich entscheidet. Je nachdem, wie man sich entscheidet. Ich weiß nicht, ob da was passiert. Dann müssen wir später gucken. Mehr als ein Meister. Finde alle Großmeisterschemas. Jeder Hexerschule. Ja. Würde ich machen, aber wir machen erstmal noch die kleinen Sachen. Turnier? Nee. Nee. Transformation auch noch nicht. Vater weiß es eben nicht. Und Weinfieden-Belgard. In einem Ort, in dem die Auktion stattfindet. Ähm... Dann haben wir unten noch... Ja. Quint. Rennen. Hexer-Aufträge haben wir auch noch. 37. 38. Und Schatz-Suchen natürlich noch. Genügend. Großmeister Katzenschule. Großmeister Greifen. Großmeister Manticore. Großmeister Wolfsschule. Und Bärenschule. Ah, Wolf wäre schon nice, aber... Wir machen erstmal noch so paar kleine Aufträge. Schauen wir hier das mal. Vater weiß es eben nicht. Wo ist denn dieser Auftrag? Den haben wir... Hier oben am Arsch der Welt. Gut. Das ist schön. Wenn wir... Ähm... Von wo aus am besten? Palastgarten... Palastgarten... Von dem Palast... Eigentlich auf den Rückweg. Eingang... Eingang einer Höhle... Einer... Einer Ruine. Ah, ja. Die Ruin müssen wir ja auch noch machen dann. Von hier aus... ...ist das Turnier. Schwierig. Von hier aus... Müssten wir einfach nur hier den Weg runter. Dann kommen wir an dem Ort. Ja, dann nehme ich ansonsten den Ort. Okay. Ja. Uh, Verzeihung. Die Dame. Hast du mit Menschen zu tun? Ich sanke, dann trage einen bösen Klapp. Ob ich mit Menschen zu tun habe? Ja, im Großen und Ganzen habe ich auch mit Menschen zu tun. Schöne Kleinigkeiten. Ich glaube... Merkwürdige Männchis. So, wir gehen... Ähm... Was haben wir gesagt? Hier oben hin. Dann können wir... Hier runter. So, zu dieser... Höhle. Also die Fragezeichen müssen wir auch abgehen eigentlich. Und dann haben wir wenigstens noch mehr... Standorte, wo wir... ...schnelle Reise machen können. Ach ja. So. Äh... Warte, würde mich nach unten führen? Würde mich hier hin führen? Nee, ich will aber hier die Brücke runter. Also hier hin. So, ich brauche aber ein Pferdchen. Auf jeden Fall, weil das ist ein bisschen weiter Weg. Ah, da bist du. So. Na, gucken wir mal. Hier bin ich wahrscheinlich schon falsch abgebogen. Naja, doch nicht. Am Wasser entlang und die Hauptstraße weiter. Dann ist rechts... Los, los. Oh Gott. So. Hier kann man auch weiter. Ohne Probleme. Bis. Warte kurz, Plätze. Ich sehe ein merkwürdiges Wesen. 45 Level. Oh Gott. Oh Gott. Ja, hol die Fackel raus. Mach's gut da. Dann kann ich nicht. Na. Wo ist der? Wo ist er? Der Kadaver. Also. Ist das wie eine Bombe, die ich dabei habe? Ich glaube, ich habe die falsche Bombe ausgerüstet. Ja. Welche magische Fähigkeiten blockieren? Die Blockade besteht nach Auflösung der Wolke. Kurze Zeit. Ah, okay, okay. Blendet Gegner. Dritt Gegner Einschleck bewirkt. Bei Verfolgung der Gegner zusätzlichen Schaden. Gaswolke. Schlitter. Giftwolke. Dauerhaft an Transformationen hindert. Oh, gerade wegen Monsternester. Monster. So. Jetzt ein Galoppel. Sorry. Aber ich musste da. Komm jetzt. Tut mir leid. Monster wollte mich angreifen. So. Äh. Dann haben wir hier in der Kreuzung. Wo war. Ah ja. Geradeaus weiter und dann nach links. Rechts ist auch irgendwas. Da gehen wir noch nicht in Radhaus weiter. Über die Brücke und dann links halten. Und kurz gucken. rein. Okay. Hier schon links. Mitten auf dem Weg. Ah ja. Monster Lager. Uah. Der hält aber auch nichts aus. Also. Der hält nichts aus. Dieser 3 Meter Sprung. Gut. Direkt unter mir war eine Höhle. Das habe ich jetzt nicht direkt gesehen. Beim. Runtersliden. War vielleicht doch nicht so klug. Ich dachte da käme jetzt eine Sequenz und. Ich wäre in der Sequenz dann gefallen. Dann hätte ich das noch überlebt. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ah ja. Dann muss ich nur mal laden. Und da hat er gespeichert das letzte Mal. Da ist die Hühle. Da ist richtig. Monster Lager. Hilfe. Helft uns. Bitte helft uns doch. Ja. Ich komme. Doch eine Sequenz. Aber ich war halt in der Sequenz gestorben. Super. Sorry. Was ist denn hier los? Monster. Monster. Monster dort in der Höhle. Wir konnten fliehen. Aber Ugo ist noch drin. Ugo? Unser Bruder. Der ist noch da drin. Die Mücken. Hilf uns. Hol ihn raus. Wir zahlen auch dafür. Gehen wir über. Seid ihr die beiden, die eine Eskorte suchen? Was genau hat euch angegriffen? Warum seid ihr eigentlich reingegangen? Warum seid ihr da eigentlich reingegangen? Wir haben uns verlaufen. Hm. Habt ihr die Höhle mit der Hauptstraße verwechselt? Beim Haar an meinem Kinn. Welche Rolle spielt es, ob wir spazieren gegangen sind oder Seewands gepflückt haben? Ugo ist da drin. In schlimmer Gefahr. Das zählt. Holst du ihn nun da raus oder nicht? Jede Sekunde zählt. Was genau hat euch schon angegriffen? Was hat euch denn angegriffen? Ja, dort. Ich weiß nicht. Wir sind gerannt, so wie der Boden erzählt hat. Hallöchen ab meinem Büro. Zum Ausgang. Nur Ugo ist in die andere Richtung gelaufen. Es kamen also Monster aus dem Boden? Ich eigentlich bin ich mir nicht sicher. Wir sind gelaufen. Wir haben uns nicht umgedreht. Okay. Wird ihr die beiden, die eine Eskorte suchen? War das euer Aushang wegen der Eskorte? Ja, das war er. Was? Wir warten Dummköpfe. Was? Was haben die gesagt? Applaus war zu laut. Warum auch immer der Applaus kam? Warum hast du? Hä? Warum? Der Applaus ist immer bei dir irgendwie out of context. Der passt irgendwie gar nicht. Hä? Warum? Hätte Blödsinn dafür mehr aus? Ja, Blödsinn hält definitiv mehr aus. Der kann ja nicht sterben. So wirklich. Also ich hab letztens noch nie hier tot gesehen. Noch nicht. Ne, ich glaub der hält halt mehr aus. Also du kannst mit ihm halt einen Berg runter ohne Probleme. Er wird nicht runterfallen. Reden wir über meine Bezahlung. Ich kann reingehen. Aber nicht umsonst. Wie viel würdest du nehmen? Oh. Ja, ja, gut, ja. Gut, ja. Ein vernünftiger Preis. Besser als irgendwie, keine Ahnung. Keine Zeit, ich kann nicht helfen. Doch, natürlich. Ich kann helfen. Ich sehe nach ihm. Ihr beiden bleibt hier. Monster-Nester. Vater weiß es eben nicht. Ich habe nicht. Eine Quest. Mit einem Monster-Nest. Gucken wir mal. Was ist denn hier drin? Blutmoos? ein Erz rausholen ein riesiges Vieh muss irgendwo das Nest sein okay noch nicht hier hier war noch nicht das Nest ein bisschen tiefer rein ja erstens Applaus geht vor bei anderen und das kommen die immer doppelt vor ist einfach so okay einfach so weil Applaus okay gut mal sehen das nicht die Eier die man verbrennen kann von denen brennen die? oh die brennen sogar die Eier okay die Eier die brennen die brennen aber ganz gut hier oben habe ich noch irgendwas gesehen ahja Silber hier vibriert was hol ich einfach mal hier ist auch was oder tot oder tot warm und feucht Kikimoras mögen es kühler das Blut ist so ganz feucht hmm hmm hier hängt überall Blut okay ich sollte aber erstmal hier noch gucken oh 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 ok 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 oh 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 okay okay Okay, also hier kann man verbrennen. Hier muss ich doch nicht hin. Hier vibriert es. Von irgendeiner Quest habe ich das was genommen wahrscheinlich. Oder war ich jetzt zu nah an dem Wasser? Wahrscheinlich ja. Goldklumpen. Okay, an dieser heißen Quelle kann man auch gut verbrennen. Aua. Aber hier vibriert es halt. Hier ungefähr. Hier. Aha. Haben wir hier irgendwas? Hier. Aua. 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 der macht der blitz heute nacht oder früh hat bei uns im ort zwei stunden das netz lang gelegt okay das erklärt das jaja bei mir war nämlich auch internet weg ab 3 keine ahnung aber ich weiß nicht woran das erst mal lag ich dachte so auch vodafone wieder aber dann kann es halt damit zusammenhängen magie lecker magie schön fertigkeitspunkt so muss ich auch ein bisschen umsehen hier noch ein ort der macht und zwei bücher liebe martina grischka gratulation zur aufnahme in die kaiserliche akademie von castell copio wissen wirst du bald zu dem vorzüglichen gelehrten dieser institution zählen doch ehe du nach in elfgard aufbrechen möchte ich dir möchte ich der alte victor monar dich um einen kleinen gefallen bitten findest meine söhne als kinder habt ihr miteinander gespielt du weißt also wie schwierig es ist sie zufrieden untereinander anzuhalten spüren meinen knochen dass ich diese dieses tal der tränen bald verlassen werde muss ich mit schweren herzens gehen da ich weiß dass august hugo und lucien einander noch in der schule stunde meines todes an die gurgel gehen werden ich habe meiner brennerei daher in drei teile zerlegt und bitte dich meiner liebsten martina diese teile von meinen söhnen zu verstecken vielleicht kann die gemeinsame suche nach den teilen nach den teilen des wohlstands verheißendes apparats miteinander verbinden und in diesem tierischen zank ein ende machen ich habe zu einer entschädigung einen bescheidenen geldbeutel beigefügt wünsche dir viel glück ein ergebende diener victor monar na gut das war der diener das war kann man sich leicht verlaufen okay hier kommt man dann dort raus muss sich hier gut umsehen ist halt blöd hier mit dem wasser bei dem wasser kann man halt auch schön verbrennungen bekommen also in so verbranntem wasser tauchen ist halt nicht ungefährlich ich glaube ich habe da alles rausgeholt das ist nur moos da unten waren aber noch andere sachen und auch irgendwie ein gegenstand den ich herausgeholt habe nach 38 war hier ende es kam nur noch der loop der letzten fünf minuten okay ja ich habe bei mir bemerkt ab drei uhr noch was da wollte ich gerade noch den stream von anderen kollegen nachverfolgen was ich halt an dem tag davor verpasst habe und das muss ich halt auf heute morgen verschieben weil abends ging gar nichts mehr ab drei uhr und ja ohne internet da hast du abends halt nicht so viele möglichkeiten und ich bin kein großartiger fernsehgucker das ist halt blöd oder abend dann halt ja oder dann halt bisschen verpeilter verplanter und okay die habe ich schon gelesen die beiden sachen aber naja was will man halt machen so also lieber speichern ich weiß nicht ob der in dieser heißen quelle da habe ich etwas zwar mitgenommen das war jetzt so ein dingsinventar schon ein festgegenstand war das doch medixenfigur, bullenfigur, dingskräuter ich habe immer noch die abgetrennte hand bei mir okay profil der faustkampfmeisterschaft ah brennereifilter das ist der das war das was ich eingesammelt habe okay es sind also hier drei gegenstände ich will hier hoch durch mit hugo, hä? war da jetzt aktualisiert? ach so da vorne ist hugo aber ist ja noch kein monsternis was ich jetzt kaputt gemacht habe, hä? hast du noch glück gehabt? bei uns war komplett ausfall, also auch kein strom mehr oh, nur das tablet und handy ging noch, oh ok, nee das war bei mir nicht, das stimmt komplett stromausfall nicht, aber das ist auch keine ahnung wie viele jahre so was her ist das ein totaler stromausfall bei uns mal war in der ortschaft oder so nee, das habe ich jahre schon nicht mehr hier erlebt das ist doch natürlich ärgerlicher, das stimmt das stimmt das stimmt bist du, Ugo? deine brüder schicken dich mhm was meinst du damit? wovon redest du? ich bin ihnen draußen begegnet sie haben von einem monsterangriff erzählt sie haben es nach draußen geschafft, du nicht sie schicken mich um dir zu helfen das haben sie dir gesagt? diese verlogenen hunde das ist gewiss nur wieder eine lüge komm schon, beruhige dich was ist hier los? ich bin Ugo Monar vielleicht hast du von meinem vater gehört Victor Monar berühmter Cognac Brenner vor seinem Tod haben wir uns gestritten wer das Familienunternehmen übernimmt darum hat Vater beschlossen uns zur Zusammenarbeit zu zwingen er hat seine Brennerei in Teile zerlegt drei davon hat er versteckt und jedem von uns eins der Verstecke gesagt als meine Brüder erfuhren, dass mein Teil hier verborgen liegt haben sie entschieden, dass sie mich nicht mehr brauchen sie wollten einen Geschäftspartner weniger wort Gott nicht wir haben gestritten und gekämpft der Krach muss die Bieste angelockt haben die beiden sind zum Ausgang ich bin tiefer reingelaufen ich habe das fehlende Teil das fehlende Teil könnte mir nicht egaler sein gehen wir oh 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 hm wegen des Teils einer Brennerei bist du hier ist es das hier? ja wo hast du es gefunden? am Grund einer heißen Quelle euer Vater hat es wirklich gut versteckt dein Lob es ist nicht viel ich weiß aber ich verspreche dir die besten Preise wenn die Varianten erläuft ich komm drauf zurück juhu noch ein Skill Punkt ich dachte hier wäre ein Monsternest und Kronen 100 erhalten sieh mal da, meine Brüder sie haben ein paar Strolche gedungen sie wollen mich überfallen das wissen wir nicht willst du etwa behaupten es ist reiner Zufall dass sie mit Bewaffneten zurückkehren sie kommen sie kommen wegen des letzten Brennereiteils töten würden sie mich dafür bitte du bist meine einzige Hoffnung töte sie sonst töten sie mich ich soll deine Brüder töten? na die vielleicht nicht aber die anderen Übeltäter meine Brüder ich weiß nicht kannst du sie vielleicht kampfunfähig machen wirst du mich beschützen? ich sorge dafür dass hier nichts geschieht heute stirbt niemand also kampfunfähig machen okay aber ich weiß halt wirklich nicht was es auf sich hat hier mit den ganzen drei Teilen dann ich mach das hier heute stirbt niemand boah ich hoffe mal dass sie ihm nichts antun ist doch Brüder ich bring doch wegen eines Familienkrachs um ein paar Ersatzteile niemanden um wir gehen darüber und dann redet ihr darüber und begrabt den Streit aber wenn sie angreifen beschützt du mich ja wenn sie unprovoziert angreifen gehen wir ja weil sonst greife ich die ja einfach Hugo bist du wohl auf? wir haben uns Sorgen gemacht hm warum glaube ich das nicht hör mal uns ist klar geworden dass dieser Krach völliger Unsinn ist idiotisch dir hätte wer weiß was zustoßen können das hätten wir uns nie verziehen Lucien hat recht wir müssen das Kriegsbeil begraben und zusammenhalten wie Vater es wollte wozu dann die bewaffneten hm ihr sagt ihr habt gute Absichten aber was ist mit diesen Männern das sind Jäger die ihr Lager in der Nähe haben sie haben uns gesehen und gefragt ob wir ihre Hilfe brauchen du warst ziemlich lange da drin mit diesen Männern wollten wir dir zu Hilfe kommen mit Banditen ok was mit meinem Lohn na schön gut zu wissen dass ihr euch jetzt vertragt ich muss dann wirklich weiter natürlich deine Bezahlung wir danken dir für deine Hilfe wenn du mal in der Nähe bist komm in den Schlauberger superber Cognac einer der Besten mach ich bis dann mal sehen was dann passiert gegen Blitz kannst du da auch kaum was machen der macht was er will ja das stimmt du bist hier ah du besitzt die Tugend der Weisheit du hast bewiesen dass du alle Ritter äh Tugenden besitzt war also doch richtig ja jetzt kann ich dieses eine Schwert holen cool jetzt habe ich Weisheit oha oha so jetzt äh gucken wo äh wo ist es wo ist es wo ist es äh 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 ah hier ist es glaube ich doch kehre zum einen sieh da zurück und lass dir deine Taten beurteilen haben wir ja gestern gesehen wir waren ja da auf dieser komischen kleinen Insel wo man über dem Wasser dort stand und ich nicht wusste warum das so ist und uns fehlte halt die Weisheit noch die man halt in den Quests bekommt je nachdem wie man sich entscheidet haben halt die Weisheitspunkte auch äh sogenannte Auswirkungen oder so das eine gibt halt plus eins das andere plus zwei Weisheit oder so das hat halt diese Auswirkung okay dann haben wir jetzt alle Sachen weil wir uns dazu entschieden haben nicht direkt oder so mit der Keule auf die Leute loszugehen das wäre ja unvernünftig so jetzt müsste ich einfach nur auf die Insel und dann mal gucken was das ist mit dem Schwert und was dieses Schwert ausmacht ob es stark ist oder nicht so ein kleines Excalibur Schwert geht mit der Keule wird von von Kommt mir das Schwert jetzt oder nicht? Du hast gezeigt, dass die fünf ritterlichen Tugenden in deinem Herzen wohnen. Dann gehört das Schwert mir. Ich kann es mir hochholen? Das Schwert gebührt der Hand eines Meisters. Du musst im Kampf über der Wasseroberfläche beweisen, dass deine Künste würdig sind. Bist du bereit? Abgespeichert davor. Also, ein Kampf noch. Ich bin bereit. Allzeit bereit. Dann zieh dein Schwert. Gegen... Bäm. Gegen ihn. Geil. Hi. Au. Ich glaube, der letzte Schlag war es. War es richtig oder nicht? Hallöchen, Lycra. Eine Meisterschaft, der Linge, ist über jeden Zweifel erhaben. Gibst du mir das Schwert? Ich habe jetzt alle Tugenden des Ritters. Sieh nur, dein Ehron liegt. Oh. Wir kennen uns schon. Gewiss. Auch der Einsiedler sagte, er kennt dich. Die Dame vom See. Das bin ich. Vergiss nicht, dass du ein Ehrenmann bist, der sich dem Guten verschrieben hat. Deswegen hast du die Klinge bekommen. Nun trage sie. Und ich hoffe, diesmal verlierst du sie nicht. Nein. Diesmal nicht. Dann nehmen wir uns mal diese Klinge. Cool. Wir erhalten ein In-Bild, der für irgendwas irgendwas, irgendwas. Okay. Hier und da. Das war einfach großartig. Super. War so klar. Hier und da. Hier und da. Okay. Das ist ein stärkeres Silberschwert, als ich habe. 486 bis 594 Schaden. Plus 86 stärker als das jetzige von mir. Aber das ist ja kein Großmeister-Wolfsschwert. Wenn das Großmeister-Wolfsschwert wäre, ich weiß nicht, wie das dann wäre. Müssen wir auch noch gucken. Erzogen Wächter-Wolfsschwert im Feuer geschmiedet. Das haben wir gestern von diesen einen aus dieser Quest bekommen. Jeder Schlag erzeugt Ladungen, die den Schwertschaden um 10 erhöhen. Ladungen gehen im Lauf der Zeit, so wie die bei erlittenen Schaden verloren. Ein vollgeladenes Schwert bewirkt stets kritischen Trefferschaden. Der Schaden wird um 0 bis maximal 10 je nach Charakterstufe erhöht. Wird ein Gegner mit einem vollgeladenen Schwert getötet, werden die Ladungen zugunsten eines dauerhaften erhöhten Waffenschadens verbraucht. Wow. Okay, okay, okay. 2 Kilo auch nur. Also die Schwerter, die lasse ich halt trotzdem. Stahlschwert und Silberschwert, die lasse ich halt trotzdem bei mir in dem Dings drinnen. Im Lager. Ich weiß nicht, ob ich das hier aus dem Lager... ...habe ich auch irgendwo herbekommen. Und das hier habe ich ja von der Quest gestern noch bekommen. Knappen Stahlschwert. Cool. Ja. Ist schon ein geiles Schwert. 86 Stärke mehr als das davor. Müssen wir mal gucken, wie das Meisterschwert... ...oder beziehungsweise das Großmeisterschwert sein wird. So. Also ich habe mal heute Morgen noch, wie gesagt, die... ...den Wiederholungs-Stream von Nessie angeguckt von gestern. Also fehlt jetzt noch eine Stunde, weil... ...gestern Abend fiel Internet aus, da konnte ich das nicht gucken. Und heute Morgen habe ich das noch zum Teil geguckt. Wo sie schön an dem... ...dem Strand dort waren und... ...Musik gemacht haben. Beziehungsweise Enzo... ...Gesungen hat. Ach ja, der hat schon eine geile Stimme. Das passt halt wirklich gut in dem RP rein. Das sind halt so begnadete Sänger dort. Gerade wenn er später halt noch... ...keine Ahnung, es gibt halt so gute Sänger. Da, wo er... ...wo Enzo einmal geradet hat... ...zu den... ...Taxifahrer, dieser Matthew... ...der halt so eine richtig geile... ...Stimme hat. Also der... ...heißt ja dort auf... ...auf Twitch... ...Commandos irgendwas. Der hat eine richtig geile... ...Stimme als Sänger auch. Dann gibt es natürlich die Mary. Die hat eine sehr, sehr gute Gesangsstimme. Da gibt es schon richtig geile Sänger dort. Also die halt wirklich RP nur spielen oder so, weil sie dort... ...ja... ...singen. Ihre Karriere dort halt machen. Ja, Conor ist wirklich Wahnsinn. Also der wird halt definitiv entdeckt oder so. Ich habe mir auch gedacht, eigentlich hätte der ja auch einen Clip machen können... ...von diesem Gesang... ...und dann theoretisch in einem Lucky Five Discord reinstellen können. Weil da gibt es ja auch Leute, die dann halt auch die Clips reinstellen... ...von Leuten... ...sei es von der Einreise, sei es irgendwie... ...irgendwas Witziges reinzumachen. Theoretisch hätte der Enzo das auch machen können... ...mit seinem Charakter, wo er gerade was singt. Um so ein bisschen Werbung für ihn zu machen oder so. Aber so oder so bekommt man ein Publikum, weil... ...es gibt halt auch Ladenbesitzer dort auf der Insel, die dann sagen... ...also hier kommen... ...kanns auch in meinem Laden reingehen oder so dort... ...und dann hier... ...machen wir ein Festival und dann... ...dann kriegen das halt schon so 200, 300 Leute definitiv mit. ...dann ist halt die Bude voll. Und das ist dann halt das Chaos. Wenn jetzt 500 Leute gleichzeitig auf einem Platz sind... ...oder so, das ist so belastend für den Server. Ähm, ja. Da kann es halt ab und an auch passieren, dass einige... ...Leute halt... ...ähm... ...leider so ein Gesichts-Bug bekommen. Dass die Frauen öfters oder so ein männliches Gesicht haben. ...so ein faltiges Gesicht oder eine falsche Haarfarbe und so. Das kann halt leider dadurch passieren. Okay, hier ist Turnier. Das will ich nicht machen. Auktion. So. Weinfeed in Belgrade. Wo ist Weinfeed in Belgrade? Ah ja, mal gucken, wie... ...weit der Conor... ...dort integriert ist in Lucky Five. Also sofern er halt noch sein Programm so durchzieht, wie er es macht. Ähm, wo ist... Ähm? Weinfeed in Belgrade. Geh an dem Ort, an dem die Auktion stattfinden wird. ...ähm... ...intressant? Hä? Warum... Warum sehe ich hier nichts? Verfügbare Quest. Ach, Kirschenklocke jetzt bei mir. Nicht wundern. Äh... Äh... Ist immer so laut, die Kirsche. So... Äh... Äh... Ist ein Ausrufezeichen. Muss also irgendwo... ...hier in der Stadt sein. Ich weiß, hier fehlte irgendwo noch ein Ausrufezeichen. Hier war noch irgendwo eins. Das war irgendwo in einer City. Ah, hier ist es. Da ist es. Das heißt, müssen wir... Uh! Müssen wir dahin reisen. Wieder in die City rein. Das heißt, wir gehen... ...hier hoch. Und dann... ...gucken wir mal, dass wir da irgendwie einen... ...schnellen... ...Schnellreisepunkt finden. Ich muss schon mal hier die Karte öffnen. So... Ah, doch der Weg. Der Weg war richtig. Und gerade um auf... ... ... Dankeschön. Ich dachte, das macht Goku immer. Äh... ...gerade um halt, äh... ...RP zu generieren, sind halt Künstler oder Sänger halt auf dem Server... ...ja... ...die haben es halt theoretisch sehr, sehr einfach. Und man sagt halt... ...Leute, die bei der Polizei dort arbeiten oder eben die... ...also beim Krankenhaus... ...ähm... ...aber es sollte jetzt auch mehr... ...oder vermehrt auch die Gastro ein bisschen mehr... ...kommen. Deswegen... ...ja... ...haben die jetzt, äh... ...einige Sachen ein bisschen umgestellt. Auch dieses Sättigungsgefühl. Damit halt nicht, äh... ...so viele Leute halt nur zu Hause kochen und die Gastro halt nicht benutzen. Ist halt schade für die Gastro-Leute dort. Es müsste halt sowas geben wie Lieferservice. Aber ich glaube, das gibt's, glaube ich, gar nicht so wirklich. Ich glaube nicht so wirklich, dass es Lieferservice gibt. Es gibt hier und da Restaurants. Es gibt Asia-Restaurants. Es gibt einen Italiener. Äh... Bei einem Italiener ist sogar die Mafia involviert und so Sachen. Das ist, ähm... Es gibt einige Charaktere, wo... ...Lumina aufpassen sollte, wo sie halt nicht hingehen sollte. Also gerade so in den... ...in den südlichen Regionen... ...da muss man halt aufpassen, dass man da nicht... ...bei einigen... ...ähm... ...Crime-Spielern oder so dort, ähm... ...das Falsche sagt. Ja, weil... ...es ist halt auch wie im wahren Leben... ...dass man da auch Unfälle haben kann und auch sterben kann. Und wenn der Support sagt, dein Charakter ist tot... ...dann ist dein Charakter tot. Aber die Crime-Spieler brauchen ja auch RP. Ist halt schade für die meisten Crime-Spieler... ...weil die dann halt einfach ja eher... ...nur Hindernisse... ...also nur Hindernisse haben. Brauchen ja auch RP. Okay. Wir gehen an dem Ort... ...warte mal. Ach, da ist der Ort. Ach, da oben ist der Ort. Ja, cool. Hä? Hä? Also, doch da oben. Also, doch... Hier oben, wo die Auktion stattfindet. Sehen Sie zum Beispiel diesen... ...asthematischen, asthenischen und atrophischen Teufel. Ich hau' dir gleich aufs Maul, du! Sind wir bei Trimax reingeschaut? Nee, komm, den kannst du vergessen. Der spielt ja auch auf Immortal oder so. Das ist ja so nur ein Spaß-RP. Mehr ist das nicht. Gucke ich mir nicht an. Ich guck das weder bei Revi noch bei Trimax noch bei Monte. Das ist kein RP in meinen Augen. Ist einfach nur... ...rumplödeln... ...Alien-Waffen... ...Scheiße bauen... ...jeden abknallen überfahren. Du kannst machen, was du willst. Ist halt so ein Spaß-Hörber. Kann jeder halt machen dort. Aber der hat null Wissen über RP, der Trimax. Null Wissen. Oh, ich bin Polizist. Ich kann den mal umbringen. Ich kann da mal das Auto demolieren, weil ich Polizist bin. Ich darf's ja auch. Hab halt Spaß. So. Ist halt unwitzig. Ist halt, ja... Der eine mag ihn. Der andere eher nichts oder so. Und für diese Hardcore-RP-Spieler ist es halt natürlich sowas nicht. Aber wenn man halt nur Spaß haben will oder so, dann sind halt so welche Server eher was. Aber die meisten Leute gehen halt auf den Servern halt wegen diesen großen Streamern. Deswegen sind auch einige, was ich halt so schade finde und kacke finde, es gibt so ganz kleine Streamer auf Lucky5, die dann auf den Servern von Monte und Co. platzieren wollten. Also sich hineinfühlen wollten oder so, um halt mit ihm zu spielen und halt mit ihm halt in einem Namen so. Guck mal, ich spiele auf dem Server oder so von ihm und ich spiele mit ihm zusammen. Hey, guck mal. Mehr für Fame und sowas. So, das ist halt... Keine Ahnung. Aber ich guck mir diese ganzen Sachen gar nicht an. Von Trimax, Monte, Revi und so. Ist ja kein... Keine Ahnung, da habe ich mir eher von Kayayana die Sachen angetan damals. Das war halt noch richtig witzig von Kayayana, die RP-Sachen. Ja, genau. Aufs Maul brauchen die Crime-Spieler, ja, ja. Aber wie gesagt, es gibt halt... Die brauchen halt auch in RP, die Crime-Spieler. Ist halt auch wichtig für die. Wir müssen ja auch RP generieren, wie man so schön sagt. Na, das ist in der Sache... Das muss schon realistisch sein. Also realitätsnah sein. Ja, nicht auf den Servern, wo die spielen. Also bei Trimax und Revi und Monte, die spielen alle auf so Spaß-Servern. Das ist null realitätsnah. Das ist null realitätsnah. Das sind alle einfach nur Spaß-Server. Mehr ist das nicht. Also gerade, wenn man da reinguckt oder so dort, dann landet dann irgendwie ein UFO und dies und jenes. Oder... Weiß ich nicht. Das sind einfach nur so... Keine Ahnung. Nur so für Spaß-Sachen. Mehr ist das nicht. Das ist halt null mit RP zu tun. Ja. Ja. Oder Scharf. Das ist doch schon... Die Ansage. Toll-RP. Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Aber dass du da auch diesen Namen kennst oder so dort. Das... Das zeigt dir auch, dass du die RPs, von denen du auch guckst, von Monte und Co. Ich krieg das halt nur irgendwie bei Clip der Woche und so Sachen halt mit. Oder bei Twitch Clips und so Sachen. Aber... Ja. Jetzt fängt auch jeder große Streamer damit an mit RP auf einmal. Mal. 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 Ich weiß alles über Frauen. Hexer. Das reicht einfach, wenn ich Hexer sage. Das siehst du doch immer links angezeigt. Was meinst du mit links angezeigt? Hä? Wie meinst du, was links angezeigt? Wenn du auf Twitch bist. Oder wie oder was? Nö, ich hab die ja ausgeblendet. Einige große Streamer, wo ich nix mit anfangen kann. Ist halt so. Ich guck ja kein... Content, den ich nicht gucken möchte, den verberge ich einfach. Da krieg ich das nicht angezeigt bei mir. Ich krieg kein Knossi, Monte, Trimax oder so angezeigt bei mir. Weil ich damit nix am Hut habe. Ich krieg am meisten Leute angezeigt oder so, die dann entweder auf Lucky 5 oder so GTA spielen. Oder halt Retro spielen. Oder halt von meiner Community halt. Weil die selber halt Streamer sind zum Teil. Wer gerade online spielt. Nö, wie gesagt, bei mir nicht. Ich bin ja selber Streamer. Und ich hab ja auch Kollegen, die halt selber Streamer sind und so. Krieg ich halt dort von meiner Friendlist oder von so kleinen Streamern oder so. Eher was dort. Also Monte etc. Die hab ich verbergen müssen. Weil das... Weil will ich das auf dieser Seite haben. Hab die alle auf der linken Seite dann verborgen, wo ich nix mit zu tun habe. Aber weiß halt nicht jeder, wie das geht. Ich bin Hexer. Ein Hexer. Kein Fachmann. Aber den braucht es nicht, um zu sehen, wann eine Frau wütend ist. Da könntest du recht haben, Bruder. Warte. Hast du Hexer gesagt? Du suchst doch keine Arbeit, oder? Ich will ein Weingut kaufen. Belgard. Aber dieser Bastard-Bürokrat verkauft es mir erst, wenn ich meine Angelegenheiten auf Coronata in Ordnung gebracht habe. Ja, dann mach das doch. Was für Probleme reden wir denn da? Ach, es steht da in mehreren Hinsichten schlecht. Das Herbarium ist monsterverseucht. Mein Verwalter ist verschwunden. Außerdem eine ganze Fuhre weinen. Und jemand hat meine Kräuterkundlerin entführt. Ganz schön viel Pech für ein Weingut. Wenn du mich fragst, es ist diese Kleine. Es ist Mathilda, meine ich. Das ist alles ihr Werk. Ein zuckersüßes Antlitz. Aber ein Temperament wie Meerrettich. Also, hilfst du mir? Ich arbeite nicht umsonst. Es tut mir leid. Ich brauche Geld. Aber nicht kostenlos. Das versteht sich von selbst. Was nimmst du? Sobald du hier auf Twitch landest, kommen die als erstes wieder auf deine... auf die Online-Streams. Nö, bei mir werden die nicht angezeigt. Wie gesagt, ich habe die noch ausgeblendet bei mir. Da kommen die nicht angezeigt. Ich bin ja angemeldet oder so unter meinen Namen oder so dort. Und dann kriege ich halt nur die Vorschläge oder so, von wo ich halt hingucke. Also, wenn du jetzt Streams guckst wie Monte, Streams guckst wie Trimax, dann werden dir auch mehrere Sachen vorgeschlagen von den Leuten. Das ist ein ganz anderer Algorithmus auf Twitch. Aber wenn du hier halt jetzt vermehrt retro guckst oder so dort. Und dann kannst du auch auf die linke Seite gehen und dann kannst du dir auch anzeigen lassen, gefällt dir das, was du siehst, oder soll das verborgen werden? Dann kannst du sagen, verbergen, oder ist nicht interessant für mich. Kannst du alles einstellen dort. Dann kommen halt andere Vorschläge und so. Aber da ich halt viele in meiner Liste habe, also auch viele aus meiner Community dort, haben halt vermehrt eher, ja entweder Grand Theft Auto aus Lucky 5 oder halt sehr, sehr viele RPG-Spieler beziehungsweise sehr viele Retro-Spieler. Das klingt gerecht. Okay. Ich helfe. Das klingt nach Arbeit für einen Hexer. Gut, ich helfe. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Vielen Dank. Mein Weingut liegt östlich von hier. Ich gucke mal gerade auf meine Liste. Nun entschuldige mich, ich muss mit diesem Amtsschimmel reden. Vielleicht kriege ich ihn ja doch. Nö, da. Empfohlene Kanäle. Bei den empfohlenen Kanälen oder so sind nur Leute, die ich vielleicht gucken würde. Aus Interesse. Aber jetzt keine großen Streamer à la Monted Trimax etc. Keiner. Kein einziger. Ah gut, am Smart TV ist das nicht so einfach. Ja, okay, okay. Erst betört er einen mit seinem hübschen Gesicht. Dann offenbart er sein rabenschwarzes Herz. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich habe dich angesprochen, weil ich Belgrad ebenfalls kaufen möchte. Aber auch in meinem Weingut, Vermentino, steht es nicht zum Besten. Hm. Seltsamer Zufall. Kein Zufall. Ich bin sicher, dass Lia mir Knüppel zwischen die Beine wirft. Viele davon. Mein Küfener und mein Schmied sind beide auf rätselhafte Weise verschwunden. Auf den Wegen sprießen fleischfressende Pflanzen. Und die am Fuße des Fasanenhügels erst. Ach, die Liste ist lang. Das Problem jedoch einfach. Wenn ich Vermentino nicht in Ordnung bringe, kann ich Belgrad nicht kaufen. Hilfst du mir, bevor du Liam hilfst? Ich biete dir das Doppelte. Wir müssen über meine Belohnung reden. Es tut mir leid. Ich muss auch gucken, wie, äh, ja. Ich muss ja, äh, auch meine Brötchen verdienen. So, was? Ja, muss man. Ja, ein bisschen, ja, vielleicht. Ja? Ich denke, wir werden uns bald einig. Hm? Hm, hm? Ich denke, wir werden uns bald einig. Gut, abgemacht. Dann werden dir bei Deutsch erst mal nur die Großen empfohlen. Wenn ich auf meiner Startseite bin, meinst du? Selbst bei Smart TV oder so. Also wenn ich jetzt über die Blazy gucken würde, dann werden die empfohlen, die ich halt bei mir ein Follow gesetzt habe. Die werden als erstes empfohlen. Also die halt dann live sind, wenn ich ein Follow bei denen gesetzt habe. Wenn ich bei Monte und Trimax oder so halt ein Follow gesetzt habe, dann kein Wunder, wenn die angezeigt werden bei dir. Da ich das nicht habe bei mir, weil die mich nicht interessieren, werden die auch nicht angezeigt bei mir. Wie schön. Du weißt ja nicht, wie viel mir da hat. Also bei mir sind halt so viele kleine Retro-Streamer dabei. Sehr viele Kollegen, darunter die auch Streamer sind aus der Community. Ich bleibe einige Zeit hier. Und einige aus Lucky Fife halt. Verstehe. Bis dann. Und die größten Streamer, die ich bei mir habe, aus dem deutschen Raum oder so dort, das wären dann halt eher eher Kronk und Funk. Das sind so die, die eher angezeigt werden oder so bei mir dort. Weil, ja, es gibt Content, den gucke ich halt gar nicht. Ich gucke kein Knossi, ich gucke kein Tanzi, ich gucke kein Monte. Es gibt gewissen Content, den gucke ich mir einfach gar nicht an, weil ich damit einfach nicht so, ist nichts für mich. Ist ja Geschmackssache zum Glück. Ich ruge keinen von denen. Ja, dann ist das bei dir wahrscheinlich. Ja, gut. Ich als Streamer, bei mir werden die ganz anders angezeigt. Aber selbst über die PlayStation, wenn ich auf meine Startseite gehe und dann jetzt unter Kategorien gucke, also wenn ich jetzt auf Kategorie Just Chatting gucke, dann sieht man halt oft die größeren Streamer, dass sie dort, die dann halt online sind. Also wenn du halt nach Kategorie guckst. Aber wenn du halt jetzt Leuten ein Follow gesetzt hast, werden die doch dann priorisiert angezeigt. die anderen, die kann man verbergen. Aber ich weiß nicht, wie das mit dem Smart TV, ob das überhaupt möglich ist. Ansonsten werden die halt immerhin auf der Startseite angezeigt. Das ist halt, ja, aber nur weil die auf der Startseite angezeigt werden, heißt das ja nicht, dass man die gucken muss. nur so als, ja, als Tipp. Ich sollte mehr den Catchy wieder löschen. Ja, oder so. Das reicht scheinbar schon, wenn du bei YouTube deren Highlights-Kurs anschaust. Echt? Dass sie das so speichern? Ja gut, doch, ich kann es verstehen, weil ich hasse den heutigen YouTube-Algorithmus. Der frühere hat mir viel besser gefallen. Heute ist das einfach so, da werden mir Sachen empfohlen, da brauchst du nur einmal ein Video von das und das zu gucken und dann kommen dann Sachen dort, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Also sofern du angemeldet bist. Bist du aber nicht angemeldet, ist der Algorithmus ein ganz anderer. Also wenn du nicht angemeldet bist auf YouTube oder so und guckst dir Videos, ist der Algorithmus ganz in Ordnung. Aber sobald du angemeldet bist, werden Sachen empfohlen, wo du denkst oder so, warum wird mir das empfohlen? Ganz merkwürdig. Kümmere dich um die Probleme auf dem Coronater Weingurt. Das kümmere dich um die Probleme auf dem Bementino. Okay. Beschloss Gerald danach, Matilda, die Vementino zu helfen, auch ihren Weingurt zu lösen. Und das bedeutet sich, die Coronata fein zu machen. Achso, okay. Ich kann jetzt entscheiden. Coronata oder Vementino. Aber ich krieg das Doppelte von ihr. Das kann auch interessant sein. Ich hätte nichts dagegen, wenn ein Ritter einen Riesen für mich tötet. So. Das ist halt. Die bietet das Doppelte und Geralt ist vielleicht ein bisschen bestechlich. Aber wie gesagt, damals der Algorithmus war auch ein anderer. Also ich glaub, Leute, die halt wirklich lange angemeldet YouTube geschaut haben, also die wissen, was ich meine, dass der Algorithmus heute einfach für den Arsch ist. Also der YouTube-Algorithmus ist heute einfach nicht mehr das, was er damals war. Okay. Äh. Äh. Oh Gott. Hä? Kümmere dich um die Probleme. Das sind fünf Stück. Ich bin hier. Und die Probleme sind alle hier oben. Und eins ist unten. Eins ist hier unten. Okay. 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 So, schnell reise. Ach, hier bin ich. Achso, nee, nee. Wenn ich hier bin, dann ist das in der Nähe. Das in der Nähe. Und die anderen. Das sind fünf Stück an der Reihe. Das heißt, das hier. Guck mal, was das für Dings ist. Ja, das hier berühre ich leider mit. Hier halt. Die Mädels können dich gar nicht erwarten. Ja. Glaub ich die aufs Wort. Hier runter. Okay. Runter und dann rechts. Ich bin kein... Doch, ich bin ein Mörder. Aber kein ruchloser Mörder. Ich habe Absichten. Gehen wir hier runter. Hauptstraße folgen, oder? Ja. Merke ich bei Angry Video Game Nerd. Habe dann kurz was anderes gesehen. Kommt auf einmal Logan Paul. Keine Ahnung, warum. Das meine ich. Eigentlich, also ich gucke ja wirklich sehr, sehr viele Sachen von Retro-Leuten. Ab und an bekommt man dann halt auch Sachen von Flohmarkt-Videos, dies und jenes und so und so. Aber du musst halt auch gucken, wenn Leute den auch gucken, was gucken andere Leute dann? Also, andere Leute schauen auch dieses, diese Kategorie. Also, die, die den gleichen Geschmack haben wie du, gucken aber dann ja noch andere Sachen. Das wird dann halt auch empfohlen bei dir. Oder wenn das halt in den Trends irgendwie ist. das sind dann immer so Sachen, das passt halt überhaupt gar nicht bei mir und deswegen kommen halt gewisse Videos halt dort vorne. Wenn ich jetzt einfach nur so Twitch-Highlights oder so gucken will, keine Ahnung, da wird ja alles empfohlen dann. Und allen Sachen. Einfach großartig. ein Wölfchen. Ein Wölfchen. Brenntes Wölfchen. Wolfsleber. Zerschmetterte Knochen. Verdammt. Verdammt. Ganz schön stark. Ich will eigentlich das nicht machen. Aber okay. Liegt ja gerade auf dem Weg. Immer so das Problem bei Rollenspielen. Verdammt. In Stücke gerissen. Versuche die Spuren. Liegt was auf dem Weg? Oh ja. Davon werde ich abgehalten. Da wollte ich jemand nur noch werden. Gut. Das war halt das Fragezeichen, was gerade auf dem Weg lag. Die ist halt anders. Nicht anders. Ist halt einfach ein ganz merkwürdiger Algorithmus. Deswegen ja können auch zum Beispiel auch meine Videos halt nie empfohlen werden. Das ist auch normal. Weil du musst halt schon keine Ahnung mit so vielen Tags arbeiten. Also wenn du dein Video hochlädst musst du keine Ahnung 50 verschiedene Tags machen. Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Also andere machen das ja halt mit verschiedenen Hashtags und anderen Sachen dort. Aua. Ein Waldschrat. Au. Ach, Waldschrat. Au. Da ist was hinter diesen Wurzeln. Waldschratherz und blaues Müttergen. Uuu. Ach ja. Lieber Waldschrat. Wenn ich zockboxe ein, tippe, sehe ich dich auch ohne gar nichts. ja, 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 aber da komme ich halt nicht direkt oder so am Anfang vor. Da werden natürlich erstmal die anderen vorgeschlagen oder so dort, aber weil ich da halt auch als Tag Zockbox auch gemacht habe. Also man muss halt mit Tags arbeiten. Ich tue euch nichts. Heutzutage geht das ja nicht anders da. Du musst ja auf dich aufmerksam machen mit Tags oder Hashtags. Danke, Meister Hexer. Möge Majoran über dich wachen. Der heilige Majoran Warte, habe ich noch hier Charakterpunkte zum Verteilen. Ähm... Göttische Präzision. Was wallert? Bei dem blauen oder bei den grünen? Ah, hier bei blauen war das das hier. Marionette. Marionette. Also laut. Hier brauche ich noch drei Fähigkeitspunkte um hier unten was zu machen wegen Art oder so. Trank-Effekte klingen nicht ab. Ist die Vergiftungsstufe auf unter 90. Das Maximumsfeld. Klingenöle haben jetzt 300 Prozent mehr Ladungen. Maximale Anzahl Bomben macht zu wenig Bomben. Erhöht den Bonus durch Mutagene. Um zehn Prozent. Synergie. Die eigene Vergiftung verringert sich um einen Punkt. Werkdauer der Mutagene. Detonation. Warte mal. Bei Detonation teilen sich bombenexklusive Fragmente auf. Ja, ich muss eigentlich theoretisch auf blaue Sachen mehr gehen. Da habe ich jetzt auch drei Zeichen. Ziel wird vorüber gehen zum Verbündeten und bewirkt 60 Prozent mehr Schaden. Ziel Taumel. Das ist aktives Schild. Alle Gegner. Ich muss eigentlich aktives Schild oder so machen. Oder die Marionette Schwierig. 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 Alternativmodus bewirkt einen kontinuierlichen Feuerstrom. Okay. Ach, jetzt muss ich eine Quest wieder anpinnen. Nachher zu Diensten. Vermittinio dort. Vermittinio. So, dann gucken wir mal. Ach, ein versteckter Schatz ist hier. Au. Verdammt. Verdammt. Ja, ganz schön schwer, der Lümmel. Digit, digit. Oh, dann hier noch. Tagebuch von Augustin in Tunelais und die Schlüssel zur Truhe. Tagebuch. Dickes Tagebuch in gleichmäßiger Schrift beschrieben. Die letzten Seiten enthalten jedoch eine andere Handschrift sinnvoller Kleckse und durchgestrichene Wörter. Ich bin mal kurz weg und ja, ich muss mich nicht bei dir abmelden, aber das gehört sich so. Ich will noch was zum Bye-Bye sagen als Command. Ja, keine Ahnung, muss ich mir noch irgendwie überlegen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas in der Art habe. Keine Ahnung. Außer PP, das ist Pipi-Pause. Also, der Command PP ist halt Pinkel-Pause. Also, das könnte man nutzen. Aber für ein Auf Wiedersehen, äh, keine Ahnung. Muss ich nicht unbedingt haben, aber ja, ich verstehe. Ein geheimnisvoller Herr hat mich aufgesucht und mich gefragt, ob ich ihm die Fässer verkaufen würde, die wir für die neue Weinsorte anfertigen. Ich habe höflich abgelehnt, da ich weiß, wie viel der neue Wein Frau Matilda bedeutet, wie viel vom Erfolg dieses Weins abhängt. Schließlich war die Lage auf dem Weingut in den letzten Tagen sehr angespannt. Muss ich mal kurz wieder ein bisschen heller machen. Ich sehe das gerade, weil jetzt wird es ein bisschen dunkler. Dann muss man ein bisschen heller machen. Die Stärkung ein bisschen heller. So. Nicht zu hell, sonst bin ich zu hellter. So. Äh, das ist ein bisschen sehr angespannt. Dieser sehr geheimnisvolle Herr erwies sich auch als extrem wohlhabend. Er suchte mich erneut mit einem sehr prallen Beutel auf. Verdammt. Es wird ganz schön schwer sein, seine Wünsche abzulehnen, wenn er mich wieder vor seine Herausforderungen stellt. Heute habe ich vergessen, die Tore zum Lagerhaus der Fässer abzusperren. Ich schäme mich sehr. Aber was sollte ich tun? Frau Mathilda ist am Boden zerstört. Ich fasse das Geld erst an, wenn sich die Sache berückt hat. Ich habe den Beutel voller nilfgardischer Florin im Sonnenblumenfeld versteckt. Solche Vermögen darf bei mir zu Hause nicht gefunden werden. Er hat mich erneut aufgesucht. Dieses Mal wollte er das Rezept für den neuen Wein haben. Wenig Ehre besitze ich, aber Fässer sind eine Sache. Hier kann ich neue anfertigen. Aber das Rezept für den Wein? Ich sagte, er würde sterben. Da hat er mich so seltsam angesehen. Mir lief es kalt in den Rücken runter. Nachts sollte ich besser meine Türen verrammeln. Oh, die Quest nicht mit Fremden sprechen. Nicht mit Fremden sprechen. Boah, von einer Quest auf die nächste. Nicht mit Fremden sprechen. Das zählt noch zu ihr. Die Truhe. Machen wir erst mal das hier. Weil die gehört jetzt, die gehört ja dazu auch. Bevor ich halt hier reingehe. Oder ist die zu weit entfernt? Ich glaube nicht. Jetzt kacken. Hat einer als Bye-bye. Okay, bis gleich. Vielleicht, ja. Okay, nee, das ist dort. Ah, das zählt aber schon als ein Auftrag, glaube ich. Finden wir erst mal die Truhe. Scheint irgendwie weit weg zu sein. Plätze? Ja, Plätze? Lauf, Plätze. Lauf, Plätze. Nicht so schnell, Plätze. Nicht so schnell, Plätze. Ah, die Musik dabei. Ah, Torzor ist so schöne Gegend. Gerade bei Tag. Wie farbenfroh das eigentlich auch ist. hat alles mit besseren Rüstungswert, aber trotzdem. Und noch habe ich zehn Fleisch, das geht noch. Ich habe halt so viel Verzehrbares, also Heilung an sich kaufen, braucht man gar nicht. Salz und Pfefferstreuer aus Kupfer. Salz und Pfefferstreuer aus Kupfer. Warum habe ich den mitgenommen? Ja, falls ich mal irgendwie ein Gericht würzen möchte. Warte, wie weit entfernt? Okay. Steckt der Schatz? Geht doch nochmal mit Plätze. Alles Gute. Ja, auch alles Gute. Bei Tag ist es halt auch viel schöner hier rumzureiden. Was ist das für ein Anwesen hier? Was ist das? Genau, Plätze. Geht ein bisschen spazieren. Oh. Achso, da kann man mit ein bisschen... Ah ja. Verlebensmittel. Ich leide die Menü aus. Oh. Das sieht immer gut aus. Leitern sind immer gut. Die führen immer zu Truhen. Oder zu... alten Männern. Getreidesack. Das wäre ein... Ich schleiß mir nur aus, mein Herr. Und der soll uns vor dem Biest gerettet haben? Er ist doch nur ein Pupsi. Ein was bin ich? Ein Pupsi? Ich bin kein Pupsi. Ich bin ein Hexer. Oh, da kann man so ein bisschen was mitgehen lassen. Brauchen die wahrscheinlich eh nicht mehr. Ein bisschen Fisch noch. Wie? Silbererz. Ja, warum nicht? Oh. Ma'am? Alles in Ordnung? Oh. Eine rote Knarre. Okay. Mein Mund ist trocken wie Stockfisch. Sind alle hier am Trauern. Ah, bin ich doch also richtig hier. Mit Mühlen. Mit Mühlen. Was für ein Haus? Schön gesungen. Hm? Hexer? Ob Kian Fanelli mir einen Kredit gibt? Kann meine Frau als Sicherheit haben. Hier müsste der Schatz vergraben sein. Da ist er schon. 82 Floren. Hm. So. So. Weiter. Nächste Quest. Was ist in der Nähe? Hier. Straße runter. Deine Augen. Wie die leuchten. Ui. Ja. Wer nicht täglich Rotwein seufzt, ist selber schuld, wenn's scheiße läuft. Okay. Okay. Cool. Guck mal. Ui. Guck mal. Ui. Guck mal. Ui. Guck mal. Ja. Ja. Puh. Stinkig. Ja. Ringel Ringel Rosen. Ich hab auch ein paar Rosen. Okay. In Ordnung, Mädchen. Kann man überhaupt rein in die Windmühlen? Ja. Ja. Okay. Magen knurrt wie ein Wolf. Wer hätte das schritt. Ne. Da kann man ganz freuen. Was? Such dir was zu tun. Okay. Dann suche ich mir was zu tun. Magen. Dann halt nicht. Ist halt so weit entfernt. Also das ist hier unten. Dann muss ich hier hin. Wie verteilt das ist. Ach ja. Aber wenn man das doch dann alles durch hat. Das Game mit den DLCs. Was dann? Darf man einfach hier umher ziehen und alles noch machen. So restliche Sachen. Beinahe. Uh. Wöhr. Wöhr. Du bist Leih. Wöhr. Das war's für heute. Aha. Merkwürdige Wesen. Oh. Ne. Erstmal die anderen Sachen hier untersuchen. Offenbar wurde er von einer Archerspure getötet. Beste Rüstung. Und der? Oh, ein Brief. Hm, ein Brief und ein Schlüssel. An einem solchen Ort? Interessant. Lies diese Anweisungen und Sorgfältige durch, denn ich dulde kein Versagen. Erreiche morgen am abgebrochenen Ort und hol die nächste Lieferung Ritzlinge ab. Wir müssen unsere Anstrengungen erhöhen. Vermittinio zu infizieren sei unbedingt pünktlich, denn die Gruppe aus den anderen Weingut wartet. PS. Vergisst du den Schlüssel nicht. Oha. Ja, die können sich aber wirklich gut leiden, die beiden. Also. Offenbar versucht jemand, Vermentino zu sabotieren. Ja. Aber der Brief verrät nicht, wer es ist. Ich muss mich weiter umsehen. Vielleicht finde ich es heraus. Ja, aber was ich noch machen muss. Oha. Wegen den Tränken. So, damit wir wieder hier drei Getränke haben. Okay. 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 Ist das mein Pferd? 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 Gehen wir mal dahin. Final durch Suche Koronate nach hinweisen auf Sabotage. Ja. Das muss ja irgendwo sein. Also hier unten. Oder hier. Eins davon ist. Ne, das ist das hier dann. Das ist das hier dann, oder? Das sind drei Stück. Die letzten drei. Hä? Ah, so. Wo man theoretisch bei ihm noch was rausfinden könnte. So, Corona hat er noch hinweisen auf Sabotage. Also wenn ich das bei ihm die Quest machen würde. Das geht gar nicht. Oder? Wenn man hier kümmere dich um die Probleme. Also theoretisch. Ich weiß nicht, ob man beide Sachen machen kann. Ich weiß nicht, ob man beide zeitgleich machen kann. Hier müssen jetzt drei angezeigt werden. Ja, es sind die gleichen drei. Okay. Die gleichen drei. Dann gehen wir aber erstmal hier hin, weil das näher dran ist. Einfach hier runter. Ja gut, was heißt näher ran? Ist halt trotzdem arschweit. Trotzdem arschweit. Trotzdem arschweit. So. Jetzt. Ach, du sollst so schön. Wie ist es? Monsterbefall auf Weingütern? Wie ist es? Oh. Oh ja, ich sehe es. Ach, das waren die Geisterwesen, oder? So, packst du deine Fackel aus. Au. 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 Stimmt. Ah, ja, also das hilft halt, dass die so als Geister zählen. Oh, ein großes rotes. Oh, hab ich ja schon am alle. Wir, ich, vielen Dank. Wir, ich, vielen Dank. Ja, krall oder so, der kommt auf mich zu. Will der dort? Na, das sind halt alles ihre Weingütern. Ja, dann müssen die jetzt alles neu aufbauen. Ja, tut mir leid. Also ich weiß nicht, ob man beide Sachen machen kann, von Bermintinio und von einem anderen. Äh, also und von einem Typi, dann irgendwie Streitschlichten kann. Aber theoretisch wäre es gut, von beiden eine Belohnung zu bekommen. Anstatt sich für einen zu entscheiden. Ah, der Weg zu Fuß ist halt bisschen weit. Mögen die Frauen auf Coronata durch den Hintern gebären. Okay, ja. So eine merkwürdige Geburt dann. Aber okay, warum nicht? Man müsste ja hier wirklich jeden einzelnen Zentimeter hier abgehen. Zu Fuß. Hier? Das ist doch so grün. Da hat man angefangen zu streichen und dann aufgehört. Oder wie? Wie? Nur halbherzig angefangen. Okay. Warum nicht? Zeit zu schnell. Ah Gott. Das sind die anderen Viecher. Oh. 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 Gute Arbeit, Geralt. Jetzt, wo du uns gerettet hast, kannst du Urlaub machen. Okay. Ja, und Schweine können fliegen. Schweine können fliegen? Oh, warte mal, der Schnaps. Pferde sterben, wenn sie immer galoppieren müssen. Ja, das glaube ich dir. Was habt ihr für lila Farbe? Ich schicke mal ein Lied. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Auch Pferde sterben, wenn sie immer galoppieren müssen. Fischnetz. Einige Sachen braucht man gar nicht mitnehmen. Stumpfe Spitzhacke. Auch nicht. Braucht man nicht. Keine Ahnung wofür. Wo wollte ich jetzt hin? Ach, war es das? Ach, das war das Ding. Belastene Städte. Ah, okay. Und jetzt das nächste ist das hier. Ich wäre lieber der Hammer als der Nagel. Oh ja, wie war. Was ist denn um die ganze Insel? Hin und her. Oh, Plätze kann reden. Okay. Los, los. Hat irgendwie gut gepasst. Ich sollte vielleicht auf der Straße bleiben. Ist vielleicht ungefährlich. Langsam, ganz ruhig, ganz ruhig. Deine Hülle war ich da schon, ja? Ja. Die Quest habe ich da schon gemacht. Die Hülle, die ist halt weiß und nicht, äh, grau. Aua. Wittersattel. Ich weiß nicht, ob die mich angreifen. Ich speichere auch mal lieber vorher. Nicht, dass die mich angreifen, weil ich da ja was aus der Kiste raushole. Okay. Gibt ja manche Leute, die greifen mich dann an. Ein Rittersattel. 90 Ausdauer. Ein Pferd mit dem Sattel. Wird nicht so schnell müde. 5 Kilo. Okay, ist eigentlich gleich. Satteltaschen. Also Panikstufe. Wird halt nur noch ein besseres. Aber hier war ich noch nicht drin. Oh, anscheinend noch nicht. Oh. Anscheinend war ich hier noch nicht drin. Arbeitsstellen sind wie Frauen. Es kommen immer welche nach. Hier sind Händler. Ein Waffenhändler ist hier drin. Mein Retter. Der Spinnenschlechter. Wie kann ich dir helfen? Und das ist schon lange mit Wein. Ich war schon lange im Weinhandel. Eigentlich nicht. Um ehrlich zu sein. Ich wollte Alchemist werden. Aber das genaue Abmessen ist nicht so meins. Und jetzt mache ich in Weinen. Das ist angenehmer. Man trinkt bei der Arbeit. Und keiner beschwert sich. Du machst es in Weinen. Verstehe. Nüchtern kann die Welt bisweilen unerträglich sein. Ich wollte was kaufen. Vielleicht auch was verkaufen. Hm. Ja gut. Er hat halt nichts. Wirklich Brauchbares. Außer diese Färbemittel-Dinge. Und hier diese Trank der Leerung. Werbemittel. Werbemittel. 2000 Erden. Ah. Die Teile halt eh noch wegen den Runenmeister später. Aber hier habe ich noch keinen Nutzen so für den. Werbemittel. Lila. Gelb. Lila Rüstung wäre schon nice. Würde ich machen. Aber zählen dann halt alle Teile dann? Vielleicht einem Gegenstand aus einer Hexer Rüstung. Entsprechende Farbe. Ah. Okay. Das heißt. Ich könnte theoretisch. Mich so bunt machen. Das selber merke mir nicht aus. Aber Lila auf jeden Fall. Lila auf jeden Fall. Grün habe ich auch. Ein gelbes habe ich glaube ich noch nicht gekauft. So. Ich mache mich wieder auf den Weg. Bis dann. Wäre die schön bunt die Rüstung dann. Also hier war ich aber definitiv noch nicht drinnen. Die Höhle die zeigt mir aber nicht an, dass die abgeschlossen ist. Mir läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Okay. Gut. Dankeschön für die Info. Ja? Oh. Willkommen. Nickerchen und Brüstchen. Das ist das wahre Leben. Was? Ich habe immer noch einen Körzer. Okay. Ist aber riesig hier. Ja, obwohl. Geht im Kreis. Ja, du bist unsichtbar. Sorry. Tut mir leid. Okay. Ist doch nicht so groß. Gut. War doch nichts zum Abschließen. Ich muss dann weiter. Na, komm. Auf, auf. Komm jetzt. Na gut. Vielleicht ist Schnellreise ein bisschen einfacher bis dorthin, weil er das Arschweiter weg. Ah, okay. Das wurde jetzt angezeigt. Chemiezutaten. Oh, ist doch nicht so ein Arschweiter Weg. Ist ja hier. Ja, Gerard. Ich weiß auch, wenn du dich freust. Komm, Plätze. So. Jetzt haben wir vier von fünf gleich. Optionale Sachen. Ich weiß nicht, ob man dort von einem anderen auch was hätte machen können. Oder man kann fünf von fünf. Oder man kann fünf von fünf und dann bei den anderen hingehen. Also wenn ich jetzt beide Probleme löse von beiden, müssten die doch eigentlich dann... Ich muss vielleicht irgendwie die Wahrheit darüber herausfinden, wer wem sabotieren möchte. Von wem das halt kommt. Ah ja. Ow. 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 Oh, viele Viecher. Und noch mal beten. Beten wir noch mal für die armen Geschöpfe. Sie haben dich verspottet. Einen Wanderer aus dem Norden. Wenn du nicht gekommen wärst, würden sie sich vor Angst noch immer in die Hose machen. Ich glaube, ich kann aber hier einige Sachen holen. Heute Abend geht's zu den Glöcknerinnen wie der Blitz. Die Mädels können mich gar nicht erwarten. Kann meine Frau als Sicherheit haben. Heute Abend geht's zu den Glöcknerinnen wie der Blitz. Die Mädels können mich gar nicht erwarten. Wind ist noch mal runtergegangen. Schon wieder verloren. So. Huch. Marco, dankeschön für den Raid. War umso früh. Die Mädels können mich gar nicht erwarten. 19.15 Uhr? Warum so früh? Zwei Stunden nur? Drei Stunden nur gestreamt. Okay. Hallöchen Slayer. Was war los? Marco, so früh Feierabend? Nach drei Stunden Feierabend schon? Das war passiert. Was? Das Spiel wollte nicht mehr. Ah, ja, das ist, ja, also, wie gesagt, der ein oder andere versteht das vielleicht nicht so wirklich, warum mich das damals halt auch so genervt hat. Ich hab damals ja auch hier Witcher gespielt oder Assassin's Creed oder keine Ahnung. Und das nervige ist, wenn du halt über Direktübertragung auf der PS4 streamst und das Spiel, naja, abstürzt, dann stürzt auch der Stream ab. Das ist halt einfach so blöd gewesen, dass es in einem Abend oder so drei, vier Mal passiert und dann hab ich auch keinen Bock mehr gehabt, oder so den Stream nochmal anzuschmeißen. Ein Standbild, ja, gut, Standbild, das ist, äh, ja, hm, auch blüht. Das ist auch blüht. Dann kann man ja nichts machen, außer den Stream dann entweder neu, ja, neu dingseln oder, ach, keine Ahnung. Manchmal bringt das nichts. Ich hab mich nur gewundert, dass du da nicht irgendwie, hüpp, ueber, ein bisschen noch länger machst. Falsche Zähne, nee, die nehme ich mal nicht mit, aber den Schnaps und das nehme ich mit. Falsche Zähne brauche ich nicht. Hier ist ein Wölfchen. Hast du die Fahnfee gesehen? Die Fahnfee? Nee, die Fahnfee hab ich noch nicht gesehen. Was ist denn die Fahnfee? Meinst du die Zahnfee? Grüf dich. Wohin gehst du? Grüf dich. Grüf dich. Grüf dich. Hier drüben bin ich. Schon wieder verloren. Okay, jetzt haben wir vier von fünf. Wenn ich jetzt das letzte von ihr mache, dann habe ich doch theoretisch ihr, also ihr Hof gefreit mit den Problemen. Außer ich mach beide dann. Wenn ich beide machen kann, ist es sogar umso besser, dann löse ich halt beide Probleme und gucke dann, wer wen schaden wollte. Weil du findest halt bei dem anderen halt nicht so raus, wer dem anderen schaden wollte, eher. Zwei Fragezeichen. Hier sind auch so, in Toussaint sind halt noch viele Fragezeichen über. Das ist... Ach ja, wie dankbar die, die mir sind. Oh, warte mal. Da war ein Wölfe in der Nähe? Wir sind aber ein bisschen zu nah an den... Geht weg von den Dorfbewohnern. Und ich habe jetzt auch das eine Schwert aus dem Wasser gezogen. Au. Das ist halt richtig stark, das Schwert. Also das war 85 Stärke mehr als mein Wolfsschwert. Au. Oh. Das ist auch für ein Wesen. Auch ein Wolf, aber das sah auch ein bisschen anders daraus. Warum waren hier so viele Wölfe? Was sagen gibt's? Kurz meditieren. Den Tränken auffüllen. Das Spiel war nur Standbild gewesen. Ja, gut, kann passieren. Absolut schnelle Sachen gedrückt. Ja gut, und man muss dazu sagen, war halt ein Online-Spiel. Dann kann das halt auch das Öfteren passieren. Dann ist das ein bisschen überlastet gewesen. Weil Spielen und gleichzeitig Streamen, das ist wahrscheinlich dann für die Playstation ein bisschen überlastet gewesen. Legt ihr für die falschen Zähne hin? Ja, mache ich auf jeden Fall. Einfach ein paar schöne Krokodil-Spicer da rein. Was ist denn hier los? Hier ist ja überall was. Mach's doch. Falsch. Au. Oh, das ist schon geil mit einem Schwert. Dass das auch eine Fähigkeit hat. Warte mal, ich zeig das mal gerade. Hat eine schöne Fähigkeit auch. Hier. Jeder Schlag erzeugt Ladungen, die den Schwertschaden um 10 erhöhen. Ladungen gehen im Laufe der Zeit sowie den erlittenen Schaden verloren. Ein vollgeladenes Schwert bewirkt stets kritischen Trefferschaden. Der Schaden wird um 0 bis maximal 10 je nach Charakterstufe erhöht. Wird ein Gegner mit einem vollgeladenen Schwert getötet, werden die Ladungen zugunsten deines dauerhaft erhöhten Waffenschadens verbraucht. Das ist halt schon sehr, sehr nice. Und war halt um 84 Stärke mehr als das Wolfsschwert. Ich muss auch gucken, bei den Rüstungen. Muss ich mir auch noch reparieren. 88, also Rüstungen. Die werden halt nicht... Ach, so kann ich die färben. Achso, kann ich die schon färben, wenn ich was möchte. Ne, ich warte noch mit dem Färben. Ich habe ein rotes, ich habe zwei blaue, ein grünes, zwei gelbe, braune Rüstung und lila. Lila ist sogar Relikt. Ich würde halt eher eine lila in der Rüstung machen. Aber ohne zu Lakers Farben, lila und gelb. Lila, orange passt eigentlich mir am liebsten, weil das meine Lieblingsfarben sind. Also theoretisch wäre lila und orange, so Twitch-Farbe und orange habe ich nur noch nicht das Rezept dafür. Entfärbe, färbe ein bisschen für graue Rüstung. Ah, da muss ich mal gucken. Aber zählt das nur für... Ah, ja, okay, bei der Rüstung sieht man das nicht so wirklich. Bei den Handschuhen, so Undertaker. Bei den Schuhen. Ja. Die wäre bei gelb. Ah. Oh. Ah, okay. Bei grün. Ja. Hm. Ja. Borsch. Ah, lila und orange wäre schon gut, aber die Farbe, die kommt halt nicht so gut raus. Hm. Grau. Nee, verändert sich ja gar nichts. Und braun? Nee. Nee, kein Bock. Kein Bock auf AfD. Habs auch lila, lässt Geld da. Joa. Äh, äh, äh. Einfach mal beide Missionen dann. So. Wir braten natürlich alle. Oh, hier sind Fragezeichen. Überwacht das Schatz. Wann welche Monster? Oh. Ein Trolli-Trolli. Ajo. Gell? Gell? Ja, du hast ein bisschen mehr Verteidigung. Das ist halt das Problem. Ähm. Warte, ich muss noch mal kurz gucken. Oh, die Musik. Musik. Was bist du? Ein Fels-Troll oder Eistroll? Eistroll kann ja nicht sein. Da haben wir ein Troll. Also ein Okruid auf jeden Fall. Auf jeden Fall Okruid. Ja, dann machen wir mal schön Okruidenöl. Musik. Musik. Also wenn man das nicht machen würde, hätte ich viel länger gebraucht. Oh Gott, also ohne Öl, Ölentroll lieber, cool, oh, du bist tot, Schema Toussaint Ritterhandschuhe, alter Fetzen mit Notizen, oh, der starb jetzt leider. Notizen im Blut auf einem Stofffetzen verfasst. Auf diesem Fetzen meines Gewands schreibe ich mit meinem Blut und dem Knochensplitter eines unbekannten Wesens eine Zusammenfassung meiner traurigen Geschichte auf. Da ich gewiss bald tot bin, vielleicht findet einst der Bade den Fetzen und verfasst eine Ballade daraus, die noch die Hartherzigsten zu Tränen rühren wird. Er hat mit seinem Blut geschrieben alles. Vor einiger Zeit sah ich, dass ein Monster sich in der Nähe meines Anwesens herumtrieb. Es stellte sich als Trollin heraus, die von den Gorgo-Ausläufen herabgestiegen war. Ich kratzte also einige Kronen zusammen und ging zum Kamerader mit einem Ritterbeauftragter, das Monster zu töten. Auf dieser Reise sprang mich besagte Trollin aus dem Bischen an, kniete bei meinem Pferd nieder und gestanden mir in dieser verquassten Trollsprache, dass sie mich als ihren Liebsten erkoren habe. Wes? Da es von schlechten Manieren zeugt, unhöflich zur Dame zu sein. Monströs hin oder her, wies ich sie freundlich ab und wollte weiterziehen. Da warf sie kurzerhand einen Sack über mich, klemmte mich unter den Armen und trug mich hierher auf dieser Lichtung. Sie sperrte mich in einen Käfig und klotzte mich stundenlang an, sodass es mir eiskalt in den Rücken runterlief. Jetzt verhungere ich allmählich, weil sie mir zwar klares Wasser zu trinken gab, aber mir als Nahrung nur dieses ekelhafte Suppe anbietet. Die sie den ganzen Tag lang kocht und die so furchtbar nach Aas mit Zwiebeln stinkt, lieber sterbe ich, als dass mir diese Brühe über die Lippen kommt. Ja, gut. Eben hat er doch noch geredet. Oder täusche ich mich? Oder war das Trollin? Au, 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 au. Du, die Biene. Du, die Biene. So, dann gucken wir mal Letzte Quest Und einen Ach ja Ich werfe einfach mit Bomben Überzeugung Ich steck dir irgendwas in meinen Rücken Ich schulde dir mein Leben, unbekannter Ritter Wie heißt du? Ich heiße Geralt Geralt von Riva Meinen Dank, Herr Geralt Diese Lumpen haben meinen Kräutergarten ramponiert Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber Zu meinem Verdruss waren es einfach zu viele Keine Chance Ach, hat ja keinen Sinn hier rumzujammern Komm mit nach Vermentino Ich fliege deine Rüstung Oder ich werde mich für dich an den Amboss stellen Ja, ja Klar, gehen wir Gut, geh voran Ich habe jetzt meinen eigenen Schmied Ich hätte aber auch sagen können Warte, weil Da ist eine Kiste und alles Das war jetzt mit Vermentino, oder? Ja Banditen sind wohl nicht euer einziges Problem Zeig mir deine Waren Da muss ein bisschen was los werden 187 Kilo Das Dattenschwert kann ich verkaufen 10.000 Oh, der ist aber auch ein guter Händler 10.000 Wow Plus 50 Rüstungswert Ja, aber Benötigte Stufe 46 In der Zeit habe ich dann schon Eine bessere Rüstung Ich brauche das Geld halt Ja Ist zwar plus 15 Verteidigung und alles Ja, ich weiß Das war gut Geld Das kann man ja noch kaufen Bei dem Eine Stufe des Pferdes Das ist auch nur 60 Ja Aber sieht halt geiler aus Boah Hier so eine Goldene 0,2 Kilo 110 Kapazität Rittersattel 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 Auf jeden Fall Die Sachen Da habe ich sonst immer zu wenig davon So Und der Knö Und der Knö Und der Knö Und der Knö Warte mal, nicht zerlegen. Warte mal das andere. Doch, zerlegen bei Gegenständen. Ich hab bestimmt noch ein paar Muscheln. Goldklampen. Saphir, Bernstein. Erle. Fell. Ah, ja. Flüte. Warte mal. Kommische Sachen mit. Ah, hier sind die Muscheln. Muscheln. Perle. Klaas. Tosaunmesser. Oh. Gündol. Oh. Vogelfeder. Kupfererz. Salz und Pfefferstreuer aus Kupfer. Korken zieht. Was hat hier so viel Schund? Auch hier die ganzen Pfeifen, Kelche und der ganze Schiss hier. Raser und Sphären. Ja, die Sachen, die Asche werden, sind halt nervig. Ja, wenn die zu Leder werden, die kann man dann gut verkaufen. So. Wieder Stücke. Schweinehaut. Feldstück. Uh, okay. Tafelsilber. Silbererz. Ah, ich bin bei den Sachen, bin ich mir nicht so sicher. Aber Golderz oder Goldbarren oder Grüngold, das klingt halt besser als, ist die so zu verkaufen. Das reicht erstmal. Danke, bis dann. Jetzt hat er mich bis hierhin getragen. Lass Mathilda Belgard übernehmen, ohne dass du die Probleme aufgrund der Untersuchst oder setze die Untersuchungen fort, um Lyons Probleme zu lösen. Okay, okay. Das frage ich mich jetzt. Wie soll man es handhaben? Beide? Beide Sachen lösen? Wenn ich beide Probleme löse, dann müsste ich doch theoretisch auch wissen, von wem der Befehl kommt zu sabotieren. Einfach war es nicht, aber der Hexer schafft es, die Probleme auf Vermentino zu lösen. Ich bin zufrieden mit seiner Arbeit, sucht er Mathilda auf, um seine Bezahlung abzuholen. Also ich bekomme auf jeden Fall das Doppelte von ihr. Aber wenn ich jetzt seine Sachen löse... Wenn ich doch seine Sachen helfe, müsste ich doch theoretisch dann erfahren, wegen was die sich streiten und alles. Wenn ich beiden helfe. So, auf jeden Fall gespeichert. Ich mach mal von ihnen, aber ich hab halt... Ich mach einen zweiten Speicherpunkt. Ich könnte jetzt denen seine Sachen helfen. Also mich um seine Probleme kümmern. Eins, zwei, drei... Dann auch fünf Stück. Ich gucke, ob das sabotiert wird, wenn ich eine Sache... Also jemanden helfe. Wenn das sabotiert wird, dann ist das Kacke. Weil sie gibt halt mehr Geld. Brauchst du was? Darf ich mal einen Blick auf deine Waren werfen? Dass man sich für eine entscheiden sollte? Äh... Naja, nichts wichtiges. Bis dann. Viel Glück auf dem Weg. Ja, ja. Ja, ja. Ich hätte vielleicht hier Pferdchen holen sollen. Pferdchen? Ja. So. Die Arbeit bleibt bestehen. Hü. 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 Hos. Hü. 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 Wuh! Hü. Kommschamplätze. Hü. Hü. bewegungen er wie ganz merkwürdige zukunft gehabt also ich würde gerne beiden helfen aber ich glaube das könnte halt sehr kompliziert werden beziehungsweise kombinationen au diese scheiß vergiftung Die Archespuren treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Nimm dies. Uff! Also hier bekommt man auf jeden Fall mehr Loot und Geld. Aber braucht man halt auch. Wenn ich später da diese Rüstungs-Quest-Dinger mache. Vielen Dank für die Rettung. Du bist ein feiner Kerl, Hexa. Oh, wie der angerannt kam. Bist ein feiner Kerl. Ah, okay, das gehörte zu dem Bein gut. Okay, okay, okay. Nervöse Zuckungen. Ja, ich glaube, der hatte nervöse Zuckungen. Da gebe ich dir recht. Hier ist noch was. Da ist noch was. Hier ist das. Und hier oben. Ich würde halt gerne beiden Farmen helfen. Aber ich weiß, dass einer von beiden sauer wird. Aber ich weiß nicht, ob man... Warte mal. Ich will gerade gucken, ob die Quest dann kaputt geht. Lass mal Tinder so und so. Ohne, dass du die Probleme auf Corona untersuchst. Oder setzt die Untersuchungen fort. Wie gesagt, speichere hier mal auf den... ...auf den zweiten Ding. Oder lasse ich das noch? Nein. Wenn ich das speichere, dann macht er doch keinen nächsten Speicher. Links, oder? Wie war das? Ah, doch. Das hier ist oben das. Dann mache ich den hier, den zweiten. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man halt beiden hilft. Oh Gott. Ja, super. Direkt auf Plätze drauf. Au. Tod. Einfach tot. Der Heep hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Anweisungen auf elegantem Briefpapier. Was haben wir denn da? Der Brief ist doch nicht zufällig hier gelandet. Wenn du mich diesmal enttäuschst, zieh ich dir deine fleckige Haut ab. Hol morgen die nächste Lieferung Setzlinge zum Gewächshaus in Tesham, Mulder ab. Wir müssen einen weiteren Bereich von Coronata infizieren. Aber verspätet dich nicht. Wenn der Trupp von Weingut auf der anderen Seite des Flusses... Zwar auf der anderen Seite, aber auch... ...gezeichnet V. Interessant. Diese Notiz und mein Fund von vorhin. Irgendein Dritter macht Ärger auf den Weingütern. Ich muss den Ort finden, von dem im Brief die Rede ist. Ich wette, ich finde etwas höchst Interessantes hinter der Tür, zu der dieser Schlüssel passt. Oha. Okay, also war es doch wichtig. Weil ein Dritter mischt sich ein um die beiden. Ah. Okay, okay. Ja, wenn zwei sich streiten, freut sich ja bekanntlich der Dritte. War mir schon irgendwie bewusst. Nach dem einen Brief jetzt. Oh. Organisationen für Schäden an Leibleben und Besitz bei Graf Horus de Salvares. Großer weißer Schrecken, heißt es im Auftrag. Könnte dieselbe Bestie wie in den Warnungen sein. Okay, aber wo genau ist dann der Ort? Wird jetzt... Schade. Aber man hätte theoretisch dann halt sich entscheiden können für den einen oder den anderen. Ah, ja. Oh Gott, oh Gott. Wie weit ist denn das entfernt? Wo ist es? Da. Dies in Machina. Okay. Das heißt, ich muss zu Frankulaz. Da suchen wir erstmal einen Ort, wo wir reiten können. Ist auch noch ein Auftrag von Winzern. Wird ja hier regelrecht bombardiert. Das speichern wir auf den zweiten natürlich. Hier, Coronator. Das ist Vermentino. Coronator. 1947. Das war 1940. Genau. Wir müssen jetzt eine weite Reise machen. Welcher dritte mischt sich dort ein? Huch. Noch mehr Pferde. Weil wenn beide mir dann helfen, kriege ich vielleicht von beiden die Belohnung und die streiten sich halt nicht mehr. Dann vertragen die sich. Und alle sind wieder happy. So. Ich bin halt der gütige Geralt. Vorsicht. So durch. Das ist ein langer Ritt. Vorsicht. Ich muss durch. Verzeihung. Ja. Ich bin jetzt nicht bis dorthin zu Fuß latschen. Hier hin. Ich bin eigentlich nur zu den Dings. Mann. Schnellreisepunkt. Blödsinn. Oh, Plötze. Bleib mal hier. So. Der Weg ist halt mit Plötze zu weit hier. Ich muss bis hier hin und von hier aus dann dorthin. Das geht. Das geht von hier aus eher. Aua. Hintern. Da kann ich zu machen und jetzt kann ich mich wieder ein bisschen heller machen. Wenn ich mich auch vorne anlehne, dann bin ich natürlich heller. So. So reicht's. Eine Ladung Trauben ist schwerer als deine Schwerter. Hey. Dein Arsch ist fett als meiner. Muss bis dorthin. Ja. Müsste gehen. Angeblich ist der Hexer aus dem Norden ein abgebrühter Schlechter. Sogar Könige hat er schon in Front. Ein ganz Schlauer hat sich als Arzt ausgewählt. Zu viele Leute. Waaat? Oh, warte. Ist das kein... Schleifstein? Ah, da vorne sind Schleifsteine. Juwelenbesetzte Bluderhosen. Der letzte Schrei. Feldgraf von Jesu. Oh Gott. Also die Quests, die gehen aber auch dementsprechend halt wirklich lang. Ähm. Ist ein Stein da vorne? Ach, ein Bär. Hi, Bärchen. Der wollte sich nur sonnen. Ich hab ihn irgendwie gestört. Oh. Hier muss ich aufpassen. Hä? Was? Okay. Gerade irgendwie so ein merkwürdiger Klitsch. Gerard, du kannst deine Waffe wieder reinstecken. Du kannst. Ach, Gerard. Äh, ist ein weicher Weg. Ah! Ich bin nämlich doch. Lass uns Lager aus. Okay. Mal gucken. Schon ein bisschen merkwürdig nämlich. Wenn jetzt ein Dritter damit noch was zu tun hat. Ja, klauen wir erstmal noch ein paar Sachen hier von ihm. Ja, Krug. Ja, Färbemittel auf jeden Fall. Banane. Ah, Getreidesack. Ja, das ist rum. Manche Sachen, die sind halt unnötig mitzunehmen. Äh. Abgeschlossen. Okay. Aha. Eine Höhle. Mal sehen, wer dahinter steckt. Mach auf. Ajo. Ist hier jemand? Au. Stufe war kacke. Werbemittel nehm ich gerne mit. Manchmal ist hier wirklich unnötiges Krimskrams dabei. Werbemittel für graue Rüstung. Also nur in Tussor bekommt man das ja auch hier. Hmm. Ist hier das? Okay. Ich seh da was, ja. Erst mal noch hier umgucken. Klingt komisch. Schauen wir mal an. Was ist das? Worte Bestandsaufnahme, äh, so und so, Sporen, äh, Sporen, Gewächshaus, Deckname, Pilzzucht. In der Nähe von Tichamutner, Besitzer, Auftraggeber, Bestandaufnahme, Graf Wladimir Greshpi, deswegen V, Wladimir Greshpi, geprüfter Bestand, äh, Sporen, Knollen, so und so, Anzahl, Sechson, so und so, der ist daran, aha, Brandnotiz, wichtig, einige Knollen sind schon zu weit entwickelt, als dass man sie sicher transportieren könnte, diese sollten verbrannt werden, sonst treiben sie im Gewächshaus aus. Ah ja, die Geräusche, die sind alle verbrannt, aber das war jetzt gemein, was einer dann versuchte, um halt beide, beide Häuser gegen sich auf, also gegen, gegenseitig aufzuhetzen. Wäre immer noch so ein Geräusch, obwohl die kaputt sind, halt auf Geräusche zu erzeugen. So, jetzt muss ich zwischen Liam und Mathilda, ja, ich glaube, das war das Bessere, dass ich das bei beiden mache, weil man hätte sich auch für einen entscheiden können oder ein nie entscheiden können. Schliessen. Schliessen. Ach. Bestimmt ist hier doch noch ein ... ...dings-Punkt. muss auch irgendwo noch ein Speicher-Dings sein. Also ein Schnellreisepunkt, weil der sonst zu weit ist. Ja, danke schön. Oh, Rehe. Was ist das für ein Ort? Ah, ja, die Ruinen. Aber ist hier ein... Ja, ich habe gerade einen fahren lassen. Gerard, vielleicht war es das, es tut mir leid. Das riecht schon etwas böse, da hast du recht, aber eigentlich will ich nur hier ein... Hier ist ein Höhleneingang. Will eigentlich gar nicht hier rein. Aber viel später muss ich mir den Ort merken. Ich dachte, hier wäre irgendwie so ein Schnellreiseposten, aber ist halt nicht an jeder Ecke. Äh, wo ist denn der Nächste? Ja, der Nächste ist hier. Ich glaube, Blähung, das ist ja nicht wahr. Mann! Da esse ich einmal was mit Erbsen. Und Mais. So. Und weil es Bauchy sonst Aua macht, muss man halt ein bisschen Puppen. Das hört man ja nicht so durch das Mikrofon so richtig. Also von daher. Dann geht es nur noch. Glaub ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. So. Ah! Was? Ah! Gott! Wie kommen schon hier hin? Alles rum. Bist ihr durch? Okay. Die waren gut am Feiern. Ah hier unten ist einer. Hier unten ist ein Schnellreisepunkt. Dann gehen wir mal Mathilda besuchen. Mal sehen, was die dazu sagen. Und dort direkt. Direkt an der Brücke. Du meinst wie bei Connor? Nee, bei Connor ist das nachgestellt. Wenn ich einen Charakter habe, bei mir wäre es realistisch. Aber man kann halt schon viele machen. Also gerade im RP ist das auch gar nicht so verkehrt, so Spezialeffekte zu machen. Also gerade bei, keine Ahnung, es gibt Leute, habe ich schon gesehen, die bei Zähneputzen, duschen, auf Toilette gehen, keine Ahnung, Alltagsgeräusche oder so dort. Wenn sie am Spülen sind oder wenn sie sich einen Kaffee machen. Da braucht man halt auch ein Stream Deck mit 20 Feldern oder so. Und bei mir wäre es halt ein bisschen problematisch, weil ich habe nur einen Bildschirm. Und gerade wenn man halt GTA RP spielt auf dem PC, auf einem Bildschirm und dann muss man gucken, wo der Chat dann halt läuft. Und wie man halt die ganzen Sachen dann einstellt und Szenen wechselt und sowas mit einem Bildschirm. Ohne dann aus dem Spiel rauszutabben und alles. Ist halt auch ein bisschen problematisch mit einem Bildschirm nur. Aber bis ich sowas machen würde oder so dort, dann vergeht ein bisschen Zeit. Wäre natürlich irgendwie interessant oder so bei meinem Charakter, aber... Ob der sich Freunde dort macht auf der Insel, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, gucken wir mal bei den beiden. Kommst du mit Neuigkeiten? Mhm. Dieses Weingut, Belgard. Warum ist das so erstrebenswert? Ach, du bist nicht von hier, das merkt man. Graf Crespi ist dem Biest zum Opfer gefallen und Belgard hat ihm gehört. Er war sehr wohlhabend und einflussreich. Aha. Er steckte viel in seltene Rebsorten, fähige Arbeiter und so weiter. Mhm. Ich erspare dir die Einzelheiten. Belgard ist eine Erfolgsgarantie, wenn man es mit einem anderen... Ja, würde ich feiern. Aber das Problem ist halt auch, ähm, auch aus technischer Sicht. Also Whitelifts und das und das oder so sei mal jetzt außen vor, äh, diese ganzen Sachen zu bestehen. Äh, aber sonst dieser technische, dieser technische Aspekt halt, das wird ein bisschen problematisch vielleicht sein. Also gleichzeitig zu streamen, ähm, ja, gleichzeitig zu streamen und noch GTA auf dem PC zu spielen. Und ich weiß nicht, ob ein Rhythm 5 oder so das packt mit der Grafikkarte und allem. Ich bin mir da gar nicht sicher. Die Probleme auf Coronata und Vermentino... Aber wäre schon nice, natürlich. Wäre schon nice, aber... Ein gewisser Graf... Der Charakter wäre was Besonderes. Was? Caspi? Melgards ehemaliger Besitzer? Das ist doch unmöglich. Ich hab es hier schriftlich. Ein Motiv hätte er tatsächlich gehabt. Er wusste, dass sein Weingut nicht fortbestehen würde, wenn Vermentino und Coronata sich zusammentun. Und deswegen hat er wohl für Zwietracht gesorgt. Er konnte seinen Plan nur nicht zum Abschluss bringen, weil das Biest ihn erwischt hat. Unglaublich. Du willst behaupten, es war nicht Lian? Und ich war todsicher, dass Mathilda dahinter steckt. Im Lichte der neuen Beweise wäre es am gerechtesten, wenn die beiden geschädigten Parteien gemeinsam die Aufsicht über Belgrade übernehmen. Moment mal. Du willst vorschlagen, dass wir kooperieren? Ja. Das wäre die optimale Lösung, ja. In unternehmerischer Hinsicht jedenfalls. Hm. Ich kann nicht fassen, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, er hat recht. Vielleicht sollten wir das Kriegsball begraben. Drei Weingüter sind mehr als eins. Es gibt viel zu gewinnen. Also gut. Wie schön, dass wir zu einer Übereinkunft kommen konnten. Nun bleibt nur noch zu klären, was aus Coronata und Vermentino wird. Ich war länger mit den Nachforschungen beschäftigt. Es gibt noch ein paar Probleme, aber um die kümmere ich mich. Vorzüglich. Dann warten wir auf entsprechende Nachrichten. Am besten gute. Ah. Es fehlen halt noch zwei, drei Sachen. Huch. Ja. Es fehlen halt noch die drei Sachen. Erfahrungspunkte 52. Ja. Dann gucken wir mal. Wo genau führt Karte mich hin? Wie gesagt, reizen würde es mich schon, aber das ist gerade so vom PC. Ich weiß nicht, ob der Rechner das packt. Das ist halt immer so eine Sache. Und man muss halt sagen, also ich bin halt ein Konsolenspieler oder so dort. Ich hätte, ich hätte ultra viele Probleme oder so dort überhaupt mit dem Controller gewisse Sachen halt zu machen. Und mit Tastatur. Aber man kann beides kombinieren zum Glück. Also das kann man halt wirklich so einschauen, dass man beides kombinieren kann. Also selbst das Fahren, selbst das normale Gehen oder so dort, das kann man kombinieren. Aber gewisse andere Sachen, die kann man halt nur per Tastendruck machen. Aber das lehrt man ja eh alles tot. Von daher, ja. Ja, muss ich mal gucken. Aber ein zweiter Bildschirm wäre halt schon etwas praktischer. Also vor allem wegen dem Chat halt, weil sonst müsste ich den auf dem Tablet irgendwie haben und dann kann ich halt die Szene nicht wechseln und so Sachen. Und ich will halt auch nicht wirklich aus dem Spiel immer raus tappen. Muss ich gucken. Aber jetzt hat alles noch Zukunft und nicht festgelegt, ob. Wäre interessant, aber ich weiß nicht, ob der ein oder andere mit diesem Charakter dann klarkommt. Also je nachdem, welchen ich machen würde. Ich habe dann so viele verschiedene Charaktere. Ich habe auf dunkler Seite Charaktere, ich habe auf der guten Seite Charaktere. Und irgendwie vermischen die sich eh dann. Ja, natürlich. Also wie gesagt, mich würde das reizen. Also ich sehe es ja auch wieder bei Nessie und beim Enzo oder so Spaß macht oder so dort. Also man muss halt aber auch damit warm werden. Und gerade auch für Leute, die dann eigentlich sehr introvertiert sind, ist das eigentlich was Gutes, weil man trifft die ja nicht persönlich, so die Leute. Daher ist das nicht so problematisch. So. Aber wie gesagt, ist halt noch so ein bisschen wie in Zukunft. Auch aus finanzieller Sicht. So blöden Viecher hier. Au. Ich glaube, die bekommt man mit Feuer besser gekauft. Hallöchen, ab mein Büro. Beziehungsweise Welcome Back. Aber wie gesagt, irgendwann, irgendwann, ja, würde es mich reizen. Aber ich weiß halt einfach nicht hier für den Kanal oder so dort. Und ich müsste theoretisch einen extra Kanal auf dem YouTube machen, weil sonst ist das zu irritierend. dann lieber so einen eigenen, eigenen YouTube-Kanal oder so mit den, mit den GTA RP Charakter. Damit da nicht irgendwie so ein Mischmasch aus allem kommt. Das ist halt sonst, äh, ja. Nee, nee, du hast nichts Wichtiges verpasst. Nee, nee. War nur eine... Eine Überlegung. Keine Bestätigung. Nur eine Überlegung. Und vom Spiel hast du auch nicht viel verpasst, außer, äh, dass ich ja die zwei Häuser, äh, ähm, die zwei Farmhäuser, äh, ja, die Probleme lösen wollte. Und, äh, man hat bemerkt, dass halt einer sabotiert. Also ein dritter. Ja, und jetzt muss ich halt noch die letzten Sachen hier lösen. Und dann hat man das Problem an sich gelöst, dass diese dritte Person hier nichts mehr macht. Dann arbeiten die zwei zusammen. ähm, in Frieden. Und nicht, dass man sich für eine Person entscheiden sollte. Das wäre dann für mich ein bisschen, ja, schwierig, okay. Da ist und hier oben. Oh, schon mal hier. Feini. Weiter so, Plätze. Huch. Lass ihn nicht entkommen! Mhh, schön. Schniedel-ludel. Die Pferdepanik ist halt so eine Sache. Badepferd! Nicht mein Pferd angreifen! Eine Zwiebel! Und ein Stahlschwert, ja nehm ich mit. Was haben die dann hier gemacht? Was ist das denn hier? Ah, okay. Einfach nur hier. Oh. Aha. Oh, da ist aber noch was. Verschlossen, Schlüssel benötigt. Okay, das gehört zu irgendeiner Quest. Schlüssel benötigt. Okay, kann ich jetzt noch nicht lösen, gehört zu einer Quest. So. Der Smalltalk klang gerade interessant. Welchen meinst du? Du meinst bezüglich Lucky Five oder so? Wie gesagt, alles nur eine Überlegung, aber aus technischer Sicht ist das halt etwas schwerer umzusetzen. Weil gleichzeitig streamen und spielen mit einem Bildschirm. Also da muss man sich halt wirklich 100% auf die Mods verlassen. Und ich muss halt auch irgendwie gucken, dass ich auf den Chat eingehen kann. Ich glaube, das kriegt man auch irgendwie schon hin. Nur, dass ich mich kenne bei so welchen Sachen, dass ich wahrscheinlich dann keine vier Stunden streame, sondern es sind dann halt neun. Oder keine Ahnung. Da muss ich immer halt achten. Es fielen Worte wie RP und zweiter Kanal. Ja, ja, weil ich habe ja einen YouTube-Kanal, gell? Aber wenn man jetzt Wiederholungen machen würde, wenn man einen RP, also wenn man jetzt GTA RP spielt, wenn ich das auf meinem Hauptkanal drauf lade, ist das irritierend. Wenn ich aber einen eigenständigen, nur für diesen Charakter erstellten Kanal mache, dann ist es halt, ähm, ja, etwas einfacher. Genug des Erzügeln, das ist Ärgerst, der Schuldgefühl, Liam der Coronator zählt dir so gut wie, so gut wie hier nichts und du hast eine Familie zu ernähren. Also tu, was ich dir sage, belade deinen Wagen mit Fässern dieses neuen Gewürzweins und verfasse nachts leise das Weingut. Verlasse, verlasse nachts leise das Weingut. Wende dich mit dem Wagen nach Nordwesten und sobald du den Fluss überquerst hast, wirst du von dort, äh, wirst du von dorten Männern erwartet. Wirst du dort von Männern erwartet. Gib ihnen die Fässer, sie müssen diesen Wein wirklich unbedingt wollen, denn der Verschluss ist ein wunderbarer schwerer Beutel, aber sei vorsichtig, denn im Blissurtal sind zwei abscheuliche Felsdrolle auf der Jagd. Du fragst dich sicherlich, wie die Drolle dort hingeraten sind. Wurden importiert. Für das Turnier, damit ihr Ritter zum Vergnügen der Menge gegen sie kämpfen. Sie sind zum Transport entkommen und ziehen nun mordend durch das Land. PS, versteck den Teil des Vorschusses, den ich dir geschickt habe, denn wenn jemand das Geld bei dir findet, werden Fragen gestellt und unser schönes Geschäft endet schneller als es begonnen hat. PS, mein persönlicher Rat, verkrab es in einem Misthaufen, dort wird es keiner suchen. Ja, ich muss hier einen Trank nehmen. Ich seh jetzt schon. Äh, was waren die Okruiden? Äh, was waren die Ideen? Wum! Äh! Äh, äh! 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 eine güte als rolle das hat für eine rüstung nicht unbedingt ja ja und viele zeit dafür einfach mal ausprobieren auf den steckbrief gespannt zum glück also ich bin froh dass es eigentlich keine so wirkliche begrenzung doch eigentlich hat das schon eine begrenzung wie viele wie viele wörter man nutzen sollte also weil heute auf dem lucky 5 discord pdf zum runterladen ist also gerade für anfänger also dort voraussetzungen und auch zum steckbrief oder so und lasst eure eltern nicht immer sterben und das und das weil 80 bis 90 prozent der charaktere keine ahnung lässt die eltern sterben und dies und jenes und keine ahnung irgendwas wenn man ist ein superheld man ist eine bekannte figur ein bekannter schauspieler da denke ich mir manchmal so wird geht in den köpfen der leute dann vor also im normalfall spielt man ja auch aus da los santos mehr oder weniger ein los angeles ist sind ja auch öfters die stars nicht die richtigen schauspielernamen sondern immer so ein bisschen leicht erfunden also so ein bruce will es ist dann irgendwie ein keine ahnung ein bruce tillis oder ein truss billes oder sowas immer so leicht bisschen abgeändert damit man nicht so vom original her geht aber gibt halt auch wenige crime spieler muss man halt auch dazu sagen weil die haben es halt auch am schwierigsten richtig rp zu machen also je nachdem wie man ist also es gibt halt diese typischen gangster crime spieler die dann halt irgendwie immer eine fehde haben gegen den ein oder anderen aber ja dann hat man halt das problem dass man mit seinem charakter irgendwie nicht lange überlebt auch nicht gerade so so gut möchte ich mir auch nicht unbedingt vorstellen also ich würde bei mir denke ich auch keinen crime spieler machen möchte schon ein bisschen länger auf der insel dort bleiben aber das wäre sonst ein bisschen schade um den charakter dann alles von neuem machen das will ich auch nicht das ist schon zu schade ja viele spielen mit dem background von vielen antirelden ohne eltern ja 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 weil das halt einfach ja schöner klingt irgendwo für die meisten aber eigentlich nicht wirklich finde ich also ich in real life kann das halt auch nicht so wirklich einbauen also die ganzen sachen also dort weil meine eltern sind verstorben oder so dort ich will das aber nicht in meinen charakter einfließen lassen also dort und keine ahnung was man auch nicht einfließen lassen sollte sind halt irgendwie charaktere die halt auf eine behinderung irgendwie ja keine ahnung dass man eine äußere behinderung hat oder eine geistige behinderung hat er irgendwie verständlich weil ich stelle mir das so ein bisschen schwierig vor wenn er jetzt einer wäre mit tourette syndrom auf lucky 5 da wäre ein bisschen schwierig zu spielen das lager ist verlassen aber die zerstörungen sind noch frisch ich bin wohl knapp zu spät gekommen sollte mich denn noch umsehen kampf spuren pfoten abdrücke eindeutig von einem monster aber nur an einer stelle muss ein angriff aus der luft gewesen sein greif ein mann erst verblutet die wunden stammen den klauen spuren nach von einem großen und es hat ein breites grinsen mit langen zähnen sagt zerrissene käme entgreifen ähnliches wie ein was sie nicht vielleicht allerdings sind diese spuren irgendwie anders basilisk könnte es vielleicht auch sein hier ist es gefährlich ich schätze ein basilisk treibt sich hier um du solltest dich lieber fernhalten aber das weiß ich doch ich darf mit stolz verkünden dass hier wirklich ein basilisk lebt ich kümmere mich persönlich um ihn kümmern weil sie listen sind doch keine schoßtiere das vieh bringt hier die leute um moment mal er bringt keine leute um die nicht durch sein revier kommt hast du diese warnungen ausgehängt oh ja damit niemand zu schaden kommt das funktioniert ja prima hier haben wir eine frisch zerrissene leiche das war wohl ein händler aber ich habe heute erfahren dass zwei kaufleute trotz der hinweise diesen weg gewählt haben ich kam so schnell ich konnte um sie zu warnen leider zu spät ich habe meine diener bereits angewiesen den leichnam zur familie zu bringen und sie großzügig zu entschädigen du bezahlst die familien der opfer überhaupt das wäre der letzte basilisk wer bist du raus damit du bezahlst die angehörigen wieso diese gegend ist seit jahrzehnten besitz meiner familie hat triebendorf was der basilisk verlässt unser land nicht erjagt oder tötet oder zerstört nirgendwo sonst wenn man ihn nicht provoziert wenn es aber doch mal passiert wenn er tötet dann zahle ich für alles aus eigener tasche hast du auch söhne und ehemänner in der tasche mit denen du die ganzen zerfleischten leute ersetzen kannst die toten kann ich natürlich nicht wieder lebendig machen aber ihre lieben bekommen eine großzügige entschädigung letzten sommer gab ich der witwe eines lederers 800 kronen und die familie dieses unglücklichen händlers wird ebenfalls angemessen entschädigt und was auch zu viel wurde glaube ich auf dem lucky five server haben die gemeint ja wir spielen auf einem deutschen server und ja bei der einreise kam aber auch zu viele aus deutschland das ist halt auch so wissen diese problematik manchmal also man kann halt so viele verschiedene länder nehmen aber irgendwo kann man es halt auch verstehen weil man dann halt so ein bisschen besser darüber reden kann als einen amerikaner herzustellen also dort der dann ja von tut und blasen nicht mal weiß wirklich also woher kommen wie damals dieses ja ist halt dieses nonsens wissen wo eine spielerin halt kam die meinte ja ich komme aus kanada beziehungsweise komme ich aus toronto aus der hauptstadt von kanada und ich dann so ist ottawa nicht die hauptstadt so sachen halt aber das sind so sachen ja da kann man die früher hinweg sehen überhaupt ist dies wäre der letzte basilisk du sagst dies wäre der letzte noch lebende basilisk woher willst du das wissen es ist der letzte vertreter hier hat dirkendorf the witcher 3 und deinen namen ich mache keinen fantasienamen oder so dort mit mit dem charakter um gottes willen mache ich nicht definitiv nicht ich mache keinen fantasiename der zusammenhang ist indirekt möchte ich ganz irgendwie verstehen aber ich mache sowas nicht und dann gibt es viele rehe weißt du und die basilisken haben viel zu fressen als rehe selten wurden hast du direkt oder so bist du raus mit so einem namen deswegen kamen die hexer und so ist dies jetzt das letzte exemplar ein weibchen letztes jahr noch hatten wir zwei aber der gefährte von jocaste ist leider verschieden jocaste warum sollte sie keinen namen haben mein vater hat sie so genannt zum andenken an meine selige mutter damals hat jocaste gebrütet zwei eier aber ach sie hat sie aus dem nest geworfen als ihr gefährte starb ich könnte mir auch vorstellen ein bisschen schwer umzusetzen in der heutigen zeit aber es gibt ja dort mafia also wenn man jetzt so crime spieler anguckt oder so aber jakuza weil mafia gibt es hier heute auch nicht so wirklich jakuza ja das wäre eigentlich auch was aber das wäre halt wirklich crime das wäre das wäre zu heavy bei mir dass die forsten also kommt die forsten ist ein bekannter name mein lieber dirkendorf gibt es ja aber ich will doch nicht mit meinem namen da was machen meine güte nein wenn die güte ist ja jetzt nicht so dass ich doch keine namen irgendwie interessiert dich an dem monster keine namen irgendwie habe für meine charaktere ich spiele so lange rollenspiele da fällt mir schon name ein aber ich will nicht irgendwie direkt schon so einen merkwürdigen namen wählen wo man dann direkt schon sagt also nicht komm raus wo finde ich den basilisken auch wenn ich eine andere aufgabe habe ist das natürlich weiß ich das aber du erwartest ja wohl nicht dass ich es dir sagen das sind ja keine holzschwerter du hast ich kenne deine absichten dann finde ich ihn selbst seine sind ja auch du hast zwei händler erwähnt nach der anderen leiche suche ich dann wohl auch ja 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 natürlich ich nehme aus judgment den namen steve kommt auch aus austin wie die charlotte die auch nach der stadt benannt wurde ja charlotte ich dachte jetzt gerade steve austin das ist ein wrestler gibt das einfach über google eine hast direkt ein wrestler oder sind halt bekannte namen auch wenn das halt ja keine ahnung gerade im amerikanischen oder so ist ja genauso wie eben mit deutschen oder so müller gibt es halt im englischen auch so sachen wie young und unsere sachen akten keine ahnung ja ein ekelhafter tod überall hier wein umsonst das ist schön hier vibriert seltsam diese brandspuren war das das monster gibt diese unterart muss ja hochtoxisch sein oh ja die wunden von silber basilisken ganz besonders brandig ich muss einen trank zum neutralisieren zubereiten basilisken schuppen sind eigentlich dicker nicht so fein dieser hier könnte feuer empfindlich sein du hast recht jocasta hat schreckliche angst vor feuer sie ist eine sehr empfindliche kreatur du darfst sie nicht töten sonst trottest du mit ihr eine ganze spezies aus aber vertreiben ich habe gerade die steine die spielen verrückt ist auch alles blutig ich will eigentlich nicht direkt gegen im basilisken mann aus austin texas ja ich weiß es steve austin kommt aus texas ich weiß es aber wie gesagt ich will doch keine fantasie namen beziehungsweise bekannte namen nehmen seltsam diese brandspuren war das das monster gift diese unterart muss ja hochtoxisch sein zerstörte fässer der inhalt ist überall es muss tannin drin gewesen sein zum ledergerben das monster hat die fässer zerstört deswegen riechen die schuppen so jococo ist ja so neugierig besonders bei starken gerüchen diese fässer müssen sie zu der karawane gelockt haben zerstörte fässer mit speicheldrang ein angriff hier hat der basilisk sich wohl sein zweites opfer geschnappt jedenfalls gibt es zwei gerüche gift und tannin damit müsste ich das monster finden warum willst du das tun jocaste steht unter artenschutz sollte sie sterben würde das gleichgewicht im ökosystem dauerhaft aus den fugen geraten die folgen wären nicht abzusehen provoziere sie einfach nicht wenn du ihr nichts tust wird auch sie dich in ruhe lassen ich achte schon lange dass sie das mit absicht machen ihre wagen parfümieren damit der basilisk sie zerstört dann können sie die versicherung kassieren also die machen das also absichtlich die leute aber bringen die sich doch nicht selber in gefahr ist das doch nicht ein bisschen blöd das zu machen nur um von der versicherung was zu kassieren die versicherung Das sind alles nur so Kackdinger dort, die brauch ich nicht mitnehmen. Ziegenfell und keine Ahnung. Aber das ist doch eine Quest von einem anderen. Ich finde doch noch einen YouTube-Kanal, die URL. Nein. Hä? Nein. Das sind alles Fantasien haben sonst. Nini. Also was heißt die URL? Wenn ich halt einen Charakter herstelle, will ich halt auch einen Zweitkanal nur für diesen Charakter machen. Damit das halt passt. Damit der Kanal halt auch so heißt. Ja. Das ja. Das kann man halt machen. Aber wie gesagt, das ist alles noch Zukunft. Folge dem Basilisk mithilfe deiner Hexersinne. Das ist eine 46er Quest. Ich weiß nicht, ob ich das direkt machen sollte, aber Basilisk müsste theoretisch gehen. Die Farbe der Schuppe ist ungewöhnlich. Silber habe ich noch nie gesehen. Ich müsste also irgendwie auch anlocken. mal ein Doppelabsurd hier. Reinigungsmixtur. Ich hätte was anderes gedacht, das habe ich ja schon Kräuter absurde. Braune Rüstung. Was. Bloß. Gebe dem Basilisk mit Hilfe der Hexersinne. Das ist doch bestimmt hier oben. Und... Nö. Öh... Loot? Ah hier! Man sieht es kaum. Man sieht es kaum. Er ist zu zerstreut. Der Basilisk muss sich in den Lüften befinden. Blutflecken. Eindeutig. Eugen Holzbein klingt schon typisch deutsch. Ich will keinen typisch deutschen herstellen. Meine Güte. Passt gar nicht zu mir. Ich will keinen typisch deutschen haben. Wer sagt denn sowas, dass ich sowas herstellen will? Typisch deutschen. Da haben wir den Geruch wieder. Monsterlager. Ist der dort oder ist er draußen? Ich glaube eher der ist draußen, weil... Als wäre das hier irgendwo dran. Ah ja, hier ist der Geruch wieder. Ja. Genau wie ich es mir dachte. Das zweite Opfer ist relativ unversehend. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen warum. Lieber Gaston. Auf deine Frage zur geplanten Route für die Tanninenfässer kann ich bestätigen, dass die offizielle Zunftroute nach wie vor über das Land von Graf de Salvares führt. Der Zunft sieht keine Notwendigkeit von dieser traditionellen Route abzuweichen, da der Graf sich verpflichtet hat für alle Schäden aufzukommen, der große weiße Schrecken anrichtet. Selbst bei Verlust der gesamten Anladung entschied der Zunft keinen finanzieller Schaden. 46. Das kann aber auch ein Manticor sein. Ich höre etwas, aber das ist kein Basilisk, menschliche Stimmen. Ich höre etwas, aber das kann ich nicht. Was ist denn los? Ich suche mir doch meinen eigenen Namen aus. Meine Güte. Ganz ruhig mit den Pferden. Wir werden. Wir werden alles vorbereiten. Das Bieste ist abgehauen. Wir müssen es zurücklocken. Und wer bist du? Sowas. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Haudegen? Wohl nicht zufällig die aus Zinnfried, was? Doch, woher weißt du das? Und noch einmal, wer zum Henker bist du? Geht euch nichts an. Gerald von Riva. Ich kenne eure Waffenbrüder. Boholt, Hexler und Neuntöter. Und den Kleinen. Ah, dieser Hexer bist du. Ja, Boholt hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein Gift soll ein echter Albtraum sein. Wir könnten jemanden brauchen, der mit anpackt. Die Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf. Bist du dabei? Meine Herren, Schluss damit. Du mit Akzent würdest ich feiern. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jokasta auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt, aber lasst Jokasta in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister? Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens fünf Exemplare dezimiert. Der Basilisk bleibt am Leben. Wir bringen ihn nicht um. Ein Hexer, der ein Monster verteidigt. Hat man sowas schon gesehen, Männer? Du stehst wohl auf das Vieh. Oh, dann gibt es heute wohl keine Monsterschlacht. Aber, aber, hattest du nicht was von Geld gesagt? Habe ich in der Tat. Und ein Mann ein Wort. Dein Anteil, Hexer. Das war ja einfach. Alles gut, Hexer. Seltsam mit dir zu arbeiten. Seltsam, aber erfreulich. Macht's gut, Leute. Ich glaube nicht, dass sie das geschafft hätten. Man hätte wahrscheinlich auch einen coolen Kampf gesehen. Ja, wow. 50 Kronen. Sie hat wohl die Gefahr gespürt. Bestimmt kommt sie wieder. Ja, das tut sie immer. Vielleicht hat sie auch andere Gründe. Ich glaube, sie hat einen neuen Gefährten gefunden. Einen gewöhnlichen Basilisken. Keinen silbernen. Aber wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht brütet Jokaste bald wieder. Ob dann eine neue Unterart entsteht? Das will ich doch nicht hoffen. Alles Gute. Man muss nicht immer mit Gewalt. Aber, ach. Ich bin ja theoretisch zum Beschützen da, aber... Ich hätte das schon gerne gesehen, das Wesen. Dann hätte ich sagen sollen, oder so. Gut, campen wir aber. Wieso nehme ich für wehs das Fleisch überhaupt mit? Wald halte ich vor der Gesellschaft für Natur in Buclair einen Vortrag. Ich werde dich erwähnen, Hexer. Mit größter Hochachtung. Ah, okay, okay. Er wird mich erwähnen. Gut. Dann hätten wir das. Und dann... ...über die andere Quest. Akzent ist halt immer so eine Sache. Auf Dauer, das zu machen. Ich habe keinen besonderen Akzent. Den ich auch irgendwie so frei erfinde. Und da war der Handelsposten. So, aber also nicht die Höhle. Wie gesagt, muss man alles in der Zukunft dann schauen. Ah, ein Monsterlager wäre hier gewesen. Ist halt noch so viele Orte. Person in Not. Markierung. Ah, Hühle. Ah, Hühle. Ah, Hühle. Ah, Hühle. Ah, Hühle. Ah. Vielen Dank, nobler Ritter. Ich war in nördlicher Richtung auf Kräutersuche für einen neuen Wein, als plötzlich... Beruhige dich, es ist vorbei. Die Banditen haben mich entführt, in der Hoffnung auf ein Lösegeld. Da bin ich mir sicher. Aber so wie es Meister Liam geht, hätte er sie niemals bezahlen können. Aber ich bin frei und in Sicherheit. Dank dir. Falls du auf der Suche nach Kräutern sein solltest, habe ich ein Lager auf Coronata. Kommst du mit mir? Ja, ich habe noch etwas anderes vor. Aber wir kommen gleich. Ich muss mich noch ein wenig umsehen. Aber wenn ich in der Gegend bin, schaue ich vorbei. Ich warte auf dich. Ich muss der Brief. Ich fasse mich kurz und komme gleich zum Punkt. Ich schnapp dir die Liams Kräuterkundler. Verhindere, dass er diesen neuen Wein fertigstellt. Lass das Mädchen in Ruhe, dass ich weitere Anweisungen schicke. Vermassle das bloß. Nicht, du Schwachkopf. Ja, da hat man auch den Beweis schon, dass es nicht von der einen, uh, von einem Mädel ist. Uh, Färbemittel wieder. Ein bisschen. Okay. Lassen wir hier noch die Leiche. Warum führt er eine Gurke mit sich? Ja, ich frage lieber nicht, warum. Gurke. Äh. Twitch räumt mein Kanal etwas auf. Wes? Was? Er räumt ihn auf? Okay. Hä? Bravo. Machen auch mal was für ihr Geld. Ah, du gibst zu viele Sachen für deine Sound-Dinger aus. Hm, das ist halt... Muss ein bisschen sparen. Wenn du wieder Null hast, das ist irgendwie bemerkenswert. Ah, äh. Ja. 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 Hier ist auch eine Markierung. Okay. So. Äh. Sie war in Coronata irgendwas. Hat sie gemeint. Coronata. Ja. Corvo Bianco. Ah, das doofe ist... Ja, ich war ja auch mit einem anderen Typ mitgegangen. Das ist ja eine Kräuterkundlerin, gell? Das heißt, ihr müsst ja auch irgendwo... Castel Ravelio. Da ist Kräuterkundler. Das ist dann halt ein anderer. Das muss ja irgendwo in einem Anwesen von einem Dings sein. Aber wenn ich die nicht finde, dann ist es halt so. Die werde ich schon irgendwie auf meinen Reisen wiederfinden. Und wenn, dann hat sie einfach nur Kräutersachen. So. Das heißt, wir können jetzt hier hin. Äh, warte. Der Sohn in Not. Oh, was ist denn hier? Ist Fragezeichen auch gewesen? Äh, wo kannst du... Er löscht vor. Falsche Follower. Sind schon zwei geworden. Bei Retro bin ich auch kaum dabei. Ja, da musst du halt einfach länger zuschauen. Das ist halt einfach so. Und nicht so oft die Kommandos triggern. Die halt Geld kosten. Auch wenn man halt alle hören will, aber ja. Es steht ja mehr oder weniger dabei, geht's von aus, wie man die Punkte bekommt. Oder wenn, dann sind das halt diese, ähm, die typischen Sachen, aber so durch Raid, durch Host, durch Sub, durch Gift-Sub, durch Zuschauen, durch Follow, etc. Auch wenn, dann sind die Leute, oder? Oh. 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 bewachter schatz bewacht von von diesen bewachter schatz von viele für kelvin weiß ich kann nicht gut leiden besser als den reste denn dein kopf taugt was aber diese sache mit dem panther ist dies deine ernst was einen verdammten panther adoptiert ein paar unserer männer kehrten mit so zerfetzten ärgern zurück dass sie die nächsten wochen stehen scheißen müssen wenn sie nur daran denken wieder auf patrouille zu gehen zitteln sie auch schon im ersten laub geht das nicht weiter wie ich höre hattest du sogar die stern hattest du sogar die stern ihm einen namen zu geben ob es du hast mehr als eine schraube locker was ist ja gut zu ich sagte ich sage es dir nicht zweimal der überbringer dieses briefs hat einen ordentlichen geldseckel bei sich das ist der löwenanteil nein das soll nicht witzig sein unserer letzten beute und er gehört dir wenn du diesen wenn du diese zu groß geratene katze in der wildnis schleppst dir dort die kehle durchschneidest klar soweit du wirst dir von dem geld zwei reinrassige windhunde besorgen dann vergessen wir diese ganze angelegenheit so bin ich wenn ich großzügig bin ich kann auch anders tragen ja gesehen ok also war der panther extra hier für die quest gedacht ok gut dort war der bewachte schatz war ja nichts etwa einmal diese eine ruhe dort und der panther sollte uns daran hindern ok und dann noch eingebratenen eingebratenes fleisch ich muss zurückkehren hier hin weil es sonst zu weit der weg dieser blöde effekte ich hasse das so so ich muss also alle aufträge erstmal erledigen mal sehen was das für folgen hat mit dem basilisken vielleicht hat ihn ja doch das ist ja was ganz neues sonst hast du doch immer was auszusetzen nochmal sehen was passiert kommst du mit neuigkeiten wir sind fast eine stunde wieder der redung kam gerade mittel vor neun ja jede halbe stunde habe ich extra so eingestellt damals war es alle zehn minuten das war halt ultra nervig oder so für den gesamten stream oder auch für den gesamten streamer weil die leute nur diese boss kämpfe machen wollten und nur deswegen eingeschaltet haben das war ultra nervig für mich als streamer auch weil daran merkt man oder so die haben halt null interesse oder so an dem streamer oder an dem stream selbst gehabt sondern hauptsache mini spiele machen und die kommen heute auch gar nicht mehr wieder die leute weil ich das abgeschafft habe bzw die zeit höher gestellt habe und damals hat er noch nicht mal einen nutzen großartig gehabt ich hatte noch nicht mal die möglichkeit gehabt sounds und sowas einzustellen und das halt direkt über die ps4 war ja da der marco aber mitspielt als moderator und der marco ist halt als moderator etwas stärker eingestellt im normalfall sollten die moderatoren eigentlich keine retro kämpfe machen im normalfall aber die sind halt von den prozenten her etwas stärker eingestellt aber nur so ein paar prozent mehr damit halt bis eine herausforderung für die für die kleineren leute ist und das dann halt aufgeteilt wird aber ab und an könnte der marco dann halt eher mitgewinnen ja das kann sein komisch er hat vor mir retro getriggert nur bei mir kam etwas mit ausrufezeichen retro ja man müsste doch trotzdem dann sein ja aber je nachdem wie viele leute daran teilnehmen habe ich auch nicht so lange eingestellt es gibt auch leute die dann sagen hier das hat doch mal zehn minuten oder so eingestellt damit die leute sich das da ding sind also ich habe auch bei mir glaube ich mit zwei minuten eingestellt ist ja egal also dort ist nur so spielerei für euch ansonsten durch langes zusehen oder durch andere sachen kann halt auch euro bekommen ist kein problem eigentlich text kam nur bei mir und ich bei ihm weil du vielleicht als erstes angefangen hat ist weil du es als erstes das getriggert und dann kam ab meinem büro aber wenn ich retro ein tippe passiert gar nichts ja das erste wenn diese meldung dort steht ihr könnt wieder anfangen so und so wenn diese meldung steht wenn dort steht in einer halben stunde oder so ihr könnt die meldung jetzt das und das dann tippe dies und jenes wenn sowas dann ist das ist ja immer alle halbe stunde wird das getriggert also wenn das jetzt einer triggern würde dann wird ja dann stehen oder so nein du musst dich noch gedulden in so und so vielen minuten wenn es jetzt einer machen würde weil ich die ganze zeit aber komisch über was tippst du dann die sachen ein über handy über was muss das ja irgendwie den chat einen eingeben warum das nicht geht im normalfeld geht das funktioniert ja bei den anderen leuten auch die nur follower sind die probleme sind behoben coronator und vermentino können ihren normalen betrieb wieder auf unter den umständen ist es mir einfach dann weiß ich nicht keine ahnung zu können dass das belgert weingut offiziell an das neue konsortium überschrieben wird dass ihr beide bilden werdet wirklich nicht zu fassen wir haben es geschafft danke hexe ich weiß nicht wie wir uns erkenntlich zeigen sollen ihr glaubt mit mir von beiden 850 von ihm ich will ja nicht doch doch ihr werdet noch froh über die hilfe eines fachmanns sein 850 von ihr kommt mit es ist höchste zeit dass ihr belgert seht nach von beiden 850 bekommen halten soll komm mit hexe vielleicht gibt es noch arbeit für dich gut ich komme mit also gut gehen wir warum auch immer aber okay mache ich ich bin jetzt am pc okay ja dann keine ahnung und wenn es halt nur beim marco träger dann wäre es halt merkwürdig weil ich das nicht so eingestellt habe weil selbst normale follower das auch triggern können und auch daran teilnehmen können war nicht einfach so dahin gesprochen seit dem tod des vorbesitzer ich habe von arbeitern gehört die mysteriös versterben von monstern die dort ihr unwesen treiben bevor dort jemand einziehen kann müssen erst diese unannehmlichkeiten beseitigt werden so wünscht es der minister sieht nach arbeit für mich aus wenn du so freundlich wärst würden wir deine hilfe gerne annehmen reden wir über meinen lohn aber ich arbeite nicht kostenlos 850 von beiden habe ich eben bekommen jeweils und jetzt kann man jetzt können wir so ein bisschen hier so kannst du den preis noch etwas senken 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 den preis noch etwas senken gut gut abgemacht wenn du sagen ich glaube ich war wurde ist auch nur getriggert ich habe es auch nicht eingestellt oder so dass das nur ihr das dürft so die moderatoren das dürfen weil es leider macht das ja auch mit ab und an und stranix auch also hey marco ich komme gerade messen messages bosse player statistik join permission everyone cooldown die minute 30 start delay zwei minuten geht das es kostet aber auch 50 a ok ja weißt du warum es kostet 50 es kostet 50 ok warte mal ich stelle das mal auf 0 das ist aber auch blöd weil theoretisch wenn du ja retro kämpfe machst du gehst auf dem flohmarkt du gehst ja mit geld rein und du gehst ja mit du willst mit gewinn rausgehen also im normalfall im normalfall oder so müsste man mit geld reingehen aber ich mach mal mit 15 euro das ist das geht noch so fertig 15 euro fertig so dann liegt es halt daran weil ich auf 50 euro start gemacht habe deswegen dann träger nicht so viele commands damit du nicht so wenig geld dann hast dann passiert auch sowas nicht also du musst halt ein startgebot von 50 haben jetzt habe ich das auf 15 gemacht da steht das dann halt wann es triggert aber wie gesagt du brauchst halt 15 und wenn du wissen willst wie viel geld du hast musst du halt ausrufezeichen euro machen dann kannst du halt sehen wie viel du halt hast aber dann habe ich jetzt gemacht 15 weil du trägst halt so viele commands und so viele sounds dann bist du selbst dran schuld wenn du kein geld hast musst du nicht die 200 200 da ich mache mich dran der marco ist was anderes der marco hat arschvoll geld das ist nicht so problematisch kümmere dich um die probleme auf dem belgert weingut ja dafür kriege ich jetzt 950 also eigentlich eine gute quest um richtig geld zu kassieren also von ihm habe ich 850 bekommen von ihr auch 850 und jetzt bekomme ich halt 950 wenn ich diese quest mache ok 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 so also wie gesagt jetzt das startgebot für die retro kämpfe 15 euro geht man halt auf dem flohmarkt mit 15 euro statt 50 euro ist dann mehr oder weniger so der eintritt in eine in eine messehalle oder sowas so kann man es dann halt irgendwie auslegen etwas teure messehalle 5 euro wäre vielleicht etwas praktischer aber dann fällt halt der gewinn auch dementsprechend kleiner aus aber ja hat schon eigentlich seine richtigkeit immer gehabt eigentlich aber wenn man halt immer so schnell seinen euro verballert für sounds bin ich nicht dran schuld aber ihr sollt ja nicht nur retro kämpfe hier machen das ist ja keine ahnung das ist halt das was ich halt meine leute kamen später nur in den chat rein um nur diese kämpfe zu machen und die fanden halt komplett alles langweilig also dort vom stream her ja das war dann halt für mich so als streamer ja ist nicht gerade schön da sind monster aufgetaucht au ich muss es zerstören wenn ich die endriagen loswerden möchte ja uff uff nagebuch von ihm so ihr ich vielen dank Boah, wie viel Wasser muss der Geralt trinken, um seine HP zu heilen? Geht glaube ich 10 Sekunden. Gefühlt 5 Sekunden. Ich habe es wegen Slayer trennen gelassen. Ja, der spielt ja nur die Sachen bei dir auf dem Kanal, der spielt ja nur die Sachen. Aber ich habe es bei mir extra raus gemacht oder so, weil ich das in der Vergangenheit gehasst habe, dass halt Leute nur in den Chat reinkamen, nur um diese Minispiele zu machen und der ganze Chat nur diese Bosskämpfe da hatte. Es wurde nichts geschrieben, außer diese Bosskämpfe. Und das war einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man dann davon hat. Das hat mich ultra irritiert halt als Streamer selber, weil das zeigt dann mehr oder weniger, dass ich dann halt langweilig bin. Mann, steck doch mal dein Schwert ein. Mann! 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 da hat sie nervige viecher hier nach weil hier so ein friedhof ist dieser regis natürlich müssen wir uns hier ich wollte eigentlich noch nicht hin ich wollte noch nicht hin das gehört zur haupt story da will ich noch nicht hin solle ich noch jetzt meditieren damit es ein bisschen heller wird ich hab dann die spiele heute boxed gefunden igb mit anleitung und pappe 15 euro 20 euro welche spiele bringt es null die boss kämpfe ja und trotzdem hast du die bei dir drin ich war heute auch auf einem und wollte kurz meine chancen probieren wie weit ist denn das ich hänge so weit weg hier ist der friedhof wegen der story was ist das denn dass da eben das story friedhof war ok monsternest da 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 Ah. Oh. Einbruch im Ledereinband. Der Brisant ist wieder gestiegen. Götter, die Chancenfinale hat kein Mitleid mit mir. Warum, oh, warum habe ich den Kredit nur in Fremdwährung aufgenommen? Die herzlosen Bankleute kriegen mich noch dran. Was soll ich meiner Frau sagen, wenn das so weitergeht, sind wir bald mittellos. Das war da gerade mal Elfenruinen oder Schätze erwähnt, die vor Jahrhunderten vom Fluss überprüft wurden. Vielleicht finde ich dort wirklich etwas, wenn es nur für die nächste Rate reicht. Ja, ich habe es bei mir, glaube ich, verkackt, weil die Bank, die lässt mich nicht mehr rein. Ich habe es verkackt, die Bank, die lässt mich nicht mehr rein bei mir. Das ist schade. Schade, schade. War so eine schöne Quest mit Asterix und Obelix. Zur letzten Box bei dir. Ja, aber welches Spiel? Ich hatte fünf Spiele bekommen. Okay. Wenn das ein Gameboy-Spiel war, dann meint es entweder das Asterix in Obelix oder das Aladin. Oh, komm, komm mal rein. Also da bringt halt sehr, sehr viel das Erden. Briefe an Gregor Breit. Werte Herr, ich hoffe sehr, dass du dich mit bester Gesundheit erfreust, wenn du dieses Schreiben erhältst. Gemäß an unserer vorausgegangenen Korrespondenz möchte ich gerne ein geologisches Gutachten bei dir in Auftrag geben, um herauszufinden, wo sich der geeignetste Boden für die Erweiterung der Anbaufläche unseres Weinguts befindet. Ich gehe davon aus, dass du von einem Boten den Vorschuss erhalten hast. Ich möchte dich auch darauf hinweisen, dass du den Gerüchten, diesen Battler und Rumtreiber in den letzten Wochen in unserer Gemeinde verbreitet haben, keinen Glauben schenken solltest. Wir haben hier in unserem Gebiet keine Probleme mit riesen Tausendfüßlern oder irgendwelchen Monstern, sodass du deine Arbeit unverzüglich ohne Furcht beginnen kannst. Ja, ja, hat man gesehen. Ich wünsche dir viel Erfolg und warte mit Spannung auf die Ergebnisse. Graf Vladimir Krasmi. Ja, 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 ja. Was ist denn das für ein Typ, ey? Ein ehrloser Typ. Oh. 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 Die beiden Gameboy-Spiele in der PAL-Version, die Hose für 10, die sagen auch daneben, die Anleitungen auch für 10, aber in Deutsch. Achso, meins von Asterix und Jot Aladin. Den OVP, mit 15 bis 20. Den OVP, mit Anleitung und allem. Kann man bekommen. Ich glaube eher bei den Asterix. Das ist ja der zweite Teil, den ich habe bei dem Asterix-Spiel. Was ich damals sehr, sehr interessant fand, weil dort, glaube ich, das Rugby-Spiel dabei war. Da gab ja noch den ersten Teil davon. Aber das Aladin-OVP, das müsste teurer sein auf Gameboy. Hat jetzt, glaube ich, nicht für 15 Euro zu bekommen, den OVP. Aber je nachdem, wenn das einer so verkauft für das Geld, warum nicht? Wenn er loswerden möchte, in dem Zustand. Warum nicht? Oh, warte mal. Hier vorne haben wir ja auch noch einen. Oh Gott. Und dann der ist der letzte. Boah, sind das hier für Wege? Warte mal. Gehen wir erstmal hier hin. Also man wird halt hier bei dieser Quest schon überall durchgescheucht, die ganzen Fragezeichen zu machen, die in der Nähe sind. Das ist der Zweck. Eingang Eingang zur Höhle Äh, wo ist ein Eingang Ach hier Okay Was? Ich bin doch nicht deswegen so grau Ist doch irgendwie ein Konstrukt oder ein Trollähnliches Wesen Äh, ähm Wenn das so in der Box steht, warum nicht? Er hat sich die Preise dafür ausgesucht Ich frag da auch immer kurz nach Best oder Ja Der VB-Preis, ja Also Verhandlungsbasis Ja, aber wenn ihr das so schreibt Was jetzt, du steckdreck? Oh, falsch Au! Gargoyle Okay, also hier ist halt wirklich herausfordernder Dass man halt Wirklich mehr heilen muss Das ist schon Schon gut Das ist so Ritterhose Noch einer Ich kann auch die ganze Zeit einhändig Da geht's bestimmt auf die andere Seite Mal googeln, mal gucken, mal googeln Im Mediamarkt lag The Witcher auch für 7 rum Die Game of the Year Edition Also die Game of the Year Edition Mit den ganzen DLCs Ja, das Kann gut möglich sein Aber ist ja nicht mehr so wie damals Teuer Stimmt schon Aber eigentlich ist die Game of the Year Edition So seine 25 bis 50 Also in physischer Form In digitaler Form ist die halt ein 10er, 15 Also wenn wir jetzt nur Also wenn wir jetzt von der Game of the Year Edition reden Hier ist und zwar nichts Ah ja, hier ist noch was Färbemittel Okay, das war die Höhle Und die ist glaube ich jetzt so gut wie Wie leer Mal Gorgel drin Noch ein Gorgel Ja Entweder gehört das einer Quest an Oder Ich sag's dir mit den Fäusten Deine Eier werden's verstehen In dieser Höhle haust irgendwas Böses Oh Holla mein Herr Die Schwerter auf deinem Rücken Trägst du sicher nicht nur zur Zierde Vielleicht kannst du mir helfen Wenn es um die Höhle geht Ich hab das schon gemacht Also Es gibt eine Höhle Die sich ideal als Weinlager eignen würde Nicht zu trocken Nicht zu nass Aber Nun Dort herrscht schrecklicher Lärm Von der grässlichen Art Der Rassel-Rums-Klopf-Art Ich hab vorgestern meinen Gehilfen geschickt Um nachzusehen Er ist nicht zurückgekommen Das hat bestimmt mit den Elfenruinen Neben der Höhle zu tun Also Hilfst du mir? Ich war in der Höhle Sie ist tatsächlich voller Monster Gargoyles Jetzt ist sie aber sicher Das garantiere ich Cool Meine Güte Das nenne ich gute, effiziente Arbeit Ja Doof aber Ich hätte noch aushandeln können Bestimmt Das Lager ist spätestens in zwei Tagen fertig Mann Ab sofort kriegst du alle meine Waren billiger Wahrscheinlich hätte man noch aushandeln können etwas 200 Kronen Hab ich bekommen Wahrscheinlich Standard Belohnung Ihr stammt nicht aus Tussan, oder? Nein, aus Pauvis Wir sind vor dem ersten Krieg in den Süden gezogen Meine Frau kriegt bei der Kälte im Norden immer einen Hexenschuss Lokal haben die meist auch andere Preise als im Shop Ja, das ist ja Das stimmt Was verhügerst du? Was bietest du an? Ich würde es mir gerne mal ansehen Ich habe fast 44 Level Also Hat hier schon sehr viel zu tun Ja, der hat Wein, Käse und Ja Zeug halt Na, sagt für ein Plätze Bitte der Sattel Ist er Aber Ach, Warenhändler Ich habe gerade Nein, Weinhändler Na gut Na gut Na gut Laute brauche ich nicht Sind fast auch nicht Pass bloß auf Meine Güte Ich sag's dir mit den Fäusten Deine Eier werden's verstehen Rosi, meine Kleine Du trägst jetzt meinen Ring Rosi, ich halte mich fest Das ist genau mein Ding Okay Ja Habe ich dem schon geholfen Okay Ja Und bei den Retro-Kämpfen Müssen Ich glaube Mindestens Oder Zwei mitmachen Eigentlich nicht Ich guck mal gerade Ich guck mal gerade Ich guck mal gerade Nö Einer Aber Aber Ja Man muss halt auch gucken Dass man nicht 100% immer Was rausbekommt Die ist halt zufallsbedingt Ist so eine Chance 60-40 Hast du jetzt ein paar noch gefunden? Bis auf die Eine Nee Nee Aber die Die findet man hier Öfters Also dort Hab's dir gestern aber Nicht noch gefunden Gehabt Aber muss ich auch nicht Wirklich Also dort Wenn ich die mal höre Dann höre ich die dort Und wenn nicht Dann nicht Wieso nicht so Trage Ich hab die beiden Ja schon Oft in Spielen gehört Als Synchronsprecher So Hier Oh Banditenlager Au Au Alter Mann Bogen hasse ich Auf mich Auf ihn Männer Erteilt ihm meine Lektion Finde ich ja Die sind irgendwie Ein bisschen humaner Als sonst Kann doch sein Wegen den Fähigkeiten Sonst hab ich Immer so schön Die Köpfe Noch abgetrennt Oh Ein Schema Und ein Buch Was ich noch Nicht gelesen Habe Tagebuch Liebe Kennt Keine Grenzen Wächterhandschuhe Interessant Ja geil Birne Ich hab Buch Auch Von Ihm Also Manchmal Sind es Sachen Die Man Über Ganz Braucht Oh Die haben hier Viel Krabber gemacht Zelt ist zu Zelt ist zu Egal Weißt du warum Die direkte Kante Weil sie im rp Auch so Stellsprüche Ich weiß Lucky Lucky Five Ich Lucky 3 Da spricht sie aber Ariane Lucky Five Und da Sprüchte sie halt In einer sehr sehr Hohen Stimme Beziehungsweise Jetzt etwas Nicht so anstrengend Für den Hals Für sie Als vorher Vorher war das halt Wirklich sehr anstrengend Für den Hals Kannst halt Wirklich nicht Keine Ahnung Zehn Stunden Am Stück Machen Ohne Halsschmerzen Ich erkenne sie eigentlich Auch direkt Aber Wenn sie einen Satz von sich gibt Dann hört man das halt eher Als nur ein Kurzes Würtchen So 204 Kilogramm Oh Gott Ah hier Person in Not Schlitzi Schlitzi Na komm schon Hilfe Ganz langsam Wir wollen nichts Überstürzen Na Hat immer diese Tötungsart Hmm Lucky Herz Lucky Herz Bis Ich könnte dir Was schmieden Als Dank Aber dazu Muss ich erst In meine Schmiede Nach Belgard Zurück Gehen wir Belgard Wartet Aber ich wollte doch Ihr erstmal Wir treffen uns dort Ich will doch erstmal Hier Mann die wollen mich Alle irgendwie Manche ich einfach Manche ich mit ihm Reden Jetzt Okay Die wollen alle mit mir Erstmal weggehen Ich wollte mich aber Erstmal hier noch Umsehen Das ist halt immer Das Problem Mal schön das Schwert Mitnehmen Hier sind ja noch Kisten Und alles Ja Gerhard Du musst nicht immer Alles anmachen Zwiebel Fahra Bote Gau Uri Kalkum Hinten nur noch ein Schiff, das geht ja bestimmt zu Fuß dorthin, in Belgard. Vielleicht hätte ich das doch machen sollen, weil das wäre vielleicht näher zu den anderen Orten noch. Da sind noch zu viele Orte, wo ich noch nicht war. Dorthin muss hier hin, da ist noch hier ein Ort, da ist dort noch ein Ort. Ach ja, da ist man wirklich ein paar Stunden beschäftigt hier mit Passant. Also in Hearts of Stone ist halt nicht viel gewesen. Au! Au! Warum kann ich denen das Fell nicht abziehen? Schade. Ich höre was. Jetzt zur Ruine. Hört zur Ruine anscheinend. Wenn ich jeden Ort abgehe, kollidiert das manchmal mit der Hauptstory auch noch. Hier oben. Hier. Hier. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ähm. ich höre ihn ich habe mittelblau wir haben die gelehrten ihr lager aufgeschlagen ich sollte mich umsehen für wolfsschule ach hier hier unten oder ist das unten in dem in der ruine drin ja das ist in der ruine weil ich höre den aber ja ich höre die aber hier aha ja hast du dich versteckt ja jetzt auch nicht fünf stunden ich kann es auch nicht fünf stunden zu hören aber so zwischendurch kannst du lust also du meinst als ariane ja ja also wenn du dir die anfangssachen anguckt als ariane bahn ja ja das geht eigentlich dort aber kein problem mit da gibt es schlimmere stimmen aber es gibt halt noch eine ruine dort drin das ist halt immer so das problem hier es gibt auch hier in der ruine jetzt hört man immer wieder das geräusch oh war also doch keine ruine war nur ja 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 da hätte man hier aber lang gesucht hätte er es gehört aber man hätte nicht gewusst genau wo wo dieses geräusch herkommt so mal schön aufbeißen dass man nicht irgendwo runterfällt wann sonst hat die nur angenehme stimme also wenn sie halt nicht die stimme so verstellt eingang eingang hier gibt es noch einen ort da und dann kommen wir hier zu dem letzten ding also die sachen die ziehen sich halt wirklich ziehen sich in die länge also hier hin hier war das mit der wolf rüstung blockbuch der archäologischen expedition unserer leitung so so sie waren gelehrte sie hätten wissen sollen dass die passagen da drin nicht umsonst blockiert war gut dass sie nicht versucht haben ohne einen hexer zum der die die portown viel weg. Aua. Ich wollte eigentlich die Wolfsschule noch nicht machen, aber okay. Warum nicht? Ich brauche ja eh alle Schemen. Da bin ich auch nötig, der Weg, aber okay. Warum nicht? So. Da gibt es einen Weg. Hä? Wo bin ich denn hingeführt? Gut. Ah, da vorne rein. Hä? Da war ich doch. Da drunter. Ach. Hier. Okay. Eigentlich irgendwie so eine Prüfung mit Endkampf. Du hast keine Gegenstände im Inventar, die hier platziert werden können. Finde den Schlüssel für die Barriere. Okay. Ein Schlüssel. Oh. Lila Rubin? Ein Brief. Liebe Hadebiger, du hattest ja so recht, von dieser Reise abzuraten. Wie ist der Dekan der Archäologie nur darauf verfallen, die Führung dieser Viertelelfen anzuvertrauen. Wer hat den Lila Rubin von Gianvail gefunden? Sie oder ich? Du musst wissen, dass der Hexer endlich zurückgekehrt ist. Der Rubin hat die Barriere entfernt, wie ich von Anfang an gesagt hatte. So konnte er das Innere erkunden. Stell dir vor, der Hexe hätte diese Duchamp beinahe beschwätzt in die Stadt zurückkehren und zusätzliche Wachen anzuhören. Wir wissen nicht, welche Gefahren uns blühen. Weiß jemand, wie man sein Zeitkonto fleißig aufbessert. Duchamp fand die Idee gut, weil ihr das Mädchen vom Verfluchten Grab wieder einfiel. Ich dagegen überzeugte die Gesellschaft, sich nicht von Märchen leiden zu lassen. Ich mache geltend, dass wir es eilig hatten. Sollte es uns vielleicht mal zuvorkommen und sich am Elfenschatz vergreifen. Ich weiß ja, dass meiner Interpretation nach alter Kostbarkeit nur eines bedeuten kann. Verlorenen Schatz, King Divi Heves, bald ist er unser Blutflecken. Späteres Adendum, teilweise Blut bedeckt. Der Hexe hatte Recht, wir hätten niemals hineingehen sollen. Der Ort ist verflucht. Ich wäre fast nicht entkommen, doch ich konnte rauskriechen und den Rubin mitnehmen. Das Portal hat sich geschlossen. Ich bin gerettet. Doch die anderen... Naja, gut. Gerettet ist so eine Sache. Ist er danach irgendwie... ...tot. Wahrscheinlich... Lila Rubin. Was erwartet uns dort? Ich höre was? Schon besser. Bis. Aber hier wird etwas. Nicht einer. offenbar haben die leute versucht den ausgang zu erreichen da sind viele monster die das gerade wären viele monster mehr so ja dann eben nicht ja Nein, falsches. Ah ja. Ah ja. Willer. 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 Oww! Das? Grabeinschrift, wie viel half? Hier ruht unser Vater, er starb damit andere leben können. Und da sind die Schemen. Drei davon. Hier sind noch die anderen drei. Da kriegt man die alle in einer Ruine? Scheinend ja. Haben die schon gut gemacht. Das ist halt Wolf Großrüstung, also Großmeister. Das brauche ich auf jeden Fall. Der Beufel sieht aus, als gehöre er einem Hexer. Da sind die letzten. Geil. Wow. Madonna von Carriers Tagebuch. Ich sollte wohl nicht überrascht sein, dass Meister Tierenseil so einen großen Preis für einen Großmeisterrüstung verlangt. Als Handwerksmeister suchte wirklich seinesgleichen. Ich habe versucht, den weisen Alten, wie sie mir zu sagen, dass das, was er mir ergab, kaum auch nur für ein Silberschwert reichen würde. Von Kemohen aus bin ich um die halbe Welt gereist. Und wofür? Ich muss mich nach Arbeit umsehen. Später hinzugefügt. Heute hat Tierenseil mit dem Anführer seines Erds unleserlicher Abschnitt. Doch zum Schluss konnten wir uns einigen. Ich habe die Gegend untersucht und alles scheint rückabgesehen davon, dass mein Medaillon an einigen Stellen bei den Ruinen vibriert hat. Darum habe ich ihnen gesagt, sie sollten das Lager weiter entfernt vom Haupteingang aufschlagen. Weiß der Henker, was da drinnen herumkriecht. Es wurde auch ein Fluch erwähnt. Vermutlich ist mir mit Erscheinungen oder Bagis-Szenen zu rechnen. Also diese komischen Pantherwesen. Verdammt, ich hätte mir mehr verlangen sollen. Morgen beginnen wir mit der Erkundung. Ja. Nü. Nitschli, dankeschön für den Raid. Dankeschön. Tricodex, dankeschön für den Follow. Dankeschön. Dankeschön, was gab es bei euch? Dankeschön, vielen Dank. Was gab es bei dir? Servus, Hallöchen. Auch Witcher. Auch Witcher. Dankeschön, Marco, für den Shoutout. Auch Witcher. Aber bestimmt weiter als ich? Weiter als ich? Oder, keine Ahnung, das wievielte Mal schon? Also bei mir ist das halt jetzt so First Run. Also nicht wundern, warum man dann so ein bisschen verpeilt immer so ist. Jetzt haben wir gerade die Großmeister-Wolfsrüstung hier Eckart bekommen. Kann ich hier aber auch raus. Gut. Und mehr ist dort nicht zu erkunden. Also hier raus. Jo, dann war es das hier. Dann gehen wir hier raus. Oh. Ein bisschen. Alter Hilfenschlüssel. Kurz hier gucken. Hier ist sonst nichts. Oh. Ich speichere lieber vorher. Keine Ahnung, was da jetzt kommt. Ne. Ah, okay. So. War einfach nur... So, ja. Dann erspart man sich den Rückweg. Ready. Nehmen wir noch mit. So, dann haben wir die Rüstung. Aber die wollte ich eigentlich gar nicht machen. Oh, warte mal. Können wir den Rubin... Wir nehmen den mal wieder mit. Obwohl das glaube ich von jedem... Ort anders ist oder so. Immer mit anderer Farbe von dem Ruin. Wollte aber eigentlich eine andere Quest machen. Äh... Ich glaube ich bin jetzt so bei 12 Spielstunden. Aber bin auch noch teilweise verbeilt in dem Game. Ja. Also bei mir ist das halt auch ganz am Anfang gewesen. Ich habe es vor... Vor zwei Jahren glaube ich das erste Mal gespielt. Und habe es dann halt ein Jahr lang ruhen lassen. Und dann wieder in die Steuerung und alles rein zu kommen. Da war ich halt so verpeilt. Und jetzt bin ich halt Hauptstory durch. Äh... Das Heart of Stone DLC auch durch. Und jetzt bin ich halt Blood and Wine. Und dann... Dann wäre es das. Aber... Tossant, beziehungsweise Blood and Wine ist halt wirklich das geilste DLC. Habe ich den Superspitzi geradet. Gibt das Game. Okay, okay. Lieben ist stark untertrieben. Gut. Auch hier aber trotzdem die Info oder so. Bitte nicht spoilern. Backseat Game oder ähnliches. Also dort. Ich weiß es kribbelt den Leuten immer in den Fingern. Wenn die dann sagen oder so. Hier dies und jenes passiert. Aber... Es gab auch schon einen Vorfall. Ich habe gerade das Spiel... Ähm... Ich glaube 8 Stunden damals gespielt. Und dann kam einer direkt rein oder so. Und spoilerte so Sachen. Triss wird sterben. Etc. So Sachen halt. Und das war dann halt immer für mich ein No-Go. Sowas im Chat zu lesen. Gerade für Leute, die das halt zum ersten Mal spielen. Auch zum ersten Mal zuschauen. Das ist halt einfach ultra nervig, so Leute zu haben. Aber... Ja. Also deswegen bitte, bitte. Keine Spoiler oder andere Sachen so... Ähm... Betreiben. Ähm... Spoiler. Ist mein Lieblingsspiel. Das geht. Das ist ein schöner Spoiler. Und dankeschön, äh... Akatosh. Dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Ähm... Ja. Ja, ja, ja. Wie gesagt, das war ganz am Anfang oder so. Da habe ich das halt neu gespielt gehabt. Und dann dachte ich mir... Zeigst du das mal. Und dann kam dann halt... Ja, so Troller halt. Kennt man. Die wollten einen das Spiel ein bisschen vermiesen. Aber... Joa... Seitdem ist es halt ruhiger. Weil... Man hat die Hauptstory durch. Und was will man denn so großartig jetzt spoilern? Äh... Bei Blood & Wine. So. Ähm... Wo war die Aufgabe? Ich wollte... Hier. Das Weingut. Ich habe noch so viel zu machen. Jetzt habe ich aber wenigstens die Wolfsgroßmeisterrüstung. Das ist so arschteuer. Das weiß ich jetzt schon. Da komme ich mit meinen 34.000 Kronen nicht weit. Das weiß ich jetzt schon. Äh... Hier hin muss ich. Theoretisch könnte ich eigentlich eher noch hier hingehen. Hier noch dorthin. Hier noch dorthin. Hier mal lieber außen rum. Da lauter Blumen sehe ich nichts. Jo Blitze. ein ist blitze gerade wenn man das erste mal das halt durch spielt ist halt dann immer was ganz anderes was besonderes und ich hatte halt auch schon leute in dem chat gehabt die haben dann gesagt also ich hab schon viermal durch sechsmal durch zwölf mal durch ja das hört man halt immer gerne ist als streamer eine andere sache ich kann in einem stream nicht zwölf mal ein spiel durchspielen ist dann halt langweilig für den zuschauer also ich habe ja nicht nur auf dem kanal wäre dann ganz merkwürdig man muss dazu aber sagen nicht dass sie jetzt enttäuscht seit dies ist der letzte witcher stream vor der pause denn ab nächste woche erscheint ja schon lost judgment aus der jakuza reihe das würde ich halt gerne zu release streamen und ich habe halt immer bei mir gemacht das rpg wochenende freitag und samstag und sonntag ist halt immer so ein emotional sunday dazu handelt es immer so story basierende emotionale games war machst du mit plötze wo man so ein bisschen stellen kann dabei und ja montag habe ich halt montag und dienstag habe ich halt kein stream und mittwoch und donnerstag ist so ja ich nenne es immer pixel in die retro day sondern halt immer pixel games in die games oder retro spiele also damit man halt nicht nur ein genre hier auf dem kanal hatte was war ansonsten steht alles unten in der info aber ja das ist halt jetzt mehr oder weniger heute der letzte tag wo ich halt mit streamer geht aber noch bis zwei uhr das stream aber dann kommt halt nächste woche lost judgment wie bist du im thema quint drin oh ja gut gut ich habe nicht von anfang an quint gespielt das sei dazu gesagt es ist halt nicht ein kartenspiel wie in final fantasy 8 oder in anderen spielen es ist natürlich geil aber wenn du später im spiel mit deinen kack noob karten gegen andere antrittst in einem stream ist es halt immer eine andere sache ich müsste das schon offline eher machen nichi dankeschön für deinen follow vielen dank dankeschön ja solche leute kann ich nicht ab die dann immer so viel im chat labern ja gut also wie gesagt dürfen die um gottes willen die können ja natürlich sagen die haben es halt zehnmal durchgespielt das ist ja so legitim kann man ja schreiben in dem sinne also schlimmer finde ich das halt wenn man halt spoiler oder wirklich so den angeber raushängen lässt und das wirklich vehement immer im chat zum besten gibt das ist dann halt ja gut für dich aber bringt mir nix also ich habe da nichts von und keine ahnung deine eier wachsen auch nicht schneller davon oder größer ist halt hat man halt auch so leute und unbedingt tipps geben wollen und so eher das game kenne ich nicht lost judgment das kommt ja erst nächste woche raus judgment ist ja mehr oder weniger ein kann man es schon sagen so ein prequel von der jakuza reihe und du spielst halt jagami und detektiv und du spielst halt ja ganz anders da dieses action roleplay als halt die jakuza reihe an sich dort aber ich liebe jagami ich hab halt auch schon 150 stunden oder so investiert dort ist halt ultra witzig und halt eine ganz andere art von rollenspiel also als es den einen oder anderen gefällt und ich liebe halt jagami dieser rolle habe ich halt eher ins herz geschlossen als jetzt kirju oder wie der heißt von der haupt jakuza reihe oder ich hieber aus denen aus dem letzten teil daraus kam ja ansonsten sind halt hier open world rollenspiele öfteren zu sehen und alles in den sammlungen unten dort da kann man sich halt angucken was hier auf dem kanal schon kam es kamen retro games wie lufia mystic quest und und haste nicht gesehen ja aber ich bin erst erst seit zwei zweieinhalb jahren aktiv wir sagen mal warte januar werden es drei jahre dann werde ich drei jahre auf twitch aktiv schon ja aber da bin ich mal gespannt wie das wird zu thema wind ist bro nicht so gut hey hey das ist nicht wahr das liegt nur an den karten ist so naja nicht immer yugioh könnte ich besser und triple tried von final 8 könnte ich auch besser neunten teil da sprechen wir nicht von das war halt der neunte teil halt aber quint ist schon geiles spiel aber ich brauche unbedingt mehr karten ich müsste halt in in weißgarten in novi grad in wählen da noch mal gegen die ganzen leute antreten und dann halt da auch paar karten farmen und mehr karten kaufen was ich vermieden habe in den letzten städten und missionen weil ich dachte ja kommen quint ist halt nicht so ultra wichtig für die haupt story oder für die für die story an sich aber ist so ein schöner nebeneffekt wo man halt ab und an schon ein paar stunden mit verbringen kann aber das war es aber auch für ein fantasy 8 wenn das kartenspiel hatte wenigstens noch einen nährwert dass man die karten umwandeln konnte in items ist halt immer so eine sache also für einen zeitvertreib ist gut aber es hat ansonsten jetzt nicht so wirklich story relevanz oder so professor neul evers tagebuch chaotisch geführt das tagebuch voller flecken kleckse und unverständlich unverständlich und gegritzelt die einträge sind ohne datum jeden tag bereue ich was ich damals gesagt habe wie konnte ich nur so dumm sein warum habe ich nicht eingewilligt die assistenz zu werden pfui teufel niederträchtiger ehrgeiz isabel vergibt mir genügt der untätigkeit ich breche nach buclair auf wenn du noch lebst isabel falle ich vor dir auf die knie und lege ich um verzeihung an und wenn wenn es dich nicht mehr wenn es dich nicht mehr gibt genug von diesen jämmerlichen selbst mitleid an die arbeit ich habe die talentiertesten und fleißigsten studenten ausgewählt und den klugen philipp büro gut habe ich zu einem zu meinem persönlichen assistenten ernannt das büro der akademie hat den plan unserer expedition angenommen jetzt müssen wir nur noch unsere ausrüstung abholen und dann geht's los unfassbar philipp besaß die dreisigkeit mich darauf hinzuweisen dass das verzehren von eiersalatbrötchen beim riesen in geschlossenen kutschen von schlechten manieren zeugt was für eine arroganz und ich habe habe ihnen vor allen assistenten gelobt einen schlechteren start für unsere achtwöchige reise hätte es nicht geben können einige seiten hängen durch eine klebrige substanz zusammen mayonaise wir sind gekommen ich habe angst die ruinen zu betreten ich habe angst vor dem was ich dort finde ich glaube mir fehlt die stärke der wahrheit ins auge zu blicken dieser unverschämte empire kommenden flipp büro macht mich noch ganz verrückt ich kann es wagen mich von den anderen mitgliedern der expedition zu beleidigen er weiß nicht wer meine geliebte isabel war was sie mir bedeutet ich bin ich ich ertrage die wahrheit nicht ich bin los alleine denn niemand soll sehen wie ich wenn ich will damit beginnen die rühne des tempels am fluss zu durchsuchen schimmert so herzogen wächterhandschuhe von aid das hat schwert das war doch so ein schwert davon ok aber auf jeden fall haben wir die großmeister schemen von wolf weil ich liebe halt wolfs rüstung haben wir da alter brief so ihr leben ich mache mich jetzt mal noch was in den lirky lirky wünsche euch noch viel spaß dankeschön und wie gesagt auch ja danke für den raid so vielen dank alter brief natürlich auch an alle anderen die schlafen gehen wollen unter einem lirky lirky sich begeben wollen so tut dies ist kein problem für mich der brief scheint unzählige male gelesen worden zu sein einige worte sind völlig abgegriffen mein liebster noel ich weiß dass du meine entscheidung nicht gut heißt du solltest wissen dass sie mir nicht leicht gefallen ist aber ich habe mich entschieden ich werde die expedition zu den thermes ruinen leiten die informationen auf die ich dort vielleicht stoße bedeuten einen neuen höhepunkt in meiner karriere unleselich abschnitt ich weiß nicht mit welchen argumenten ich dir beweisen soll dass ich nicht mit dir konkurrieren möchte ich verstehe dass es jetzt um ehrgeiz geht aber unsere wissenschaftliche arbeit sollte auf das was zwischen uns ist keinen einfluss haben denke sobald du alles genau durchdacht hast wirst du als mein assistent zu uns stoßen und gemeinsam werden wir unleselischer abschnitt in liebe isabel sonst noch irgendetwas das können wir mitnehmen das können wir mitnehmen also jeden krimskrams braucht man ja überhaupt gar nicht mitnehmen das ist halt ach gott bis mir leute damals auch das zerlegen beigebracht haben was man zerlegen kann man ist das ja irgendwo gewohnt aus spielen wie wie horizon oder aus ganz alten spielen wo man äh sachen zerlegen konnte in einzelteile wo man dann halt lederbänder bekommt und so und und aber wie ich dann hier gemerkt habe oh du kannst ja gewisse sachen halt gut zu geldern machen gerade bei den muscheln immer wieder wichtig die muscheln zerlegen damit man perlen rausbekommt und ich ja rollenspieler ich sammle alles was dort ist jedes blümchen wenn möglich und das ist dann halt leider doof wenn man ein eine begrenzung hat was gewicht angeht das ist nicht gerade so schön für einen mutter und eigentlich art machen ich habe diese feature warte mal war das ja das war der tötungsschlag wieso mach ich immer das alle die spielen sind wirklich nervig hörst du auf unterwegs bleiben die in diesem kreis fangen warum auch immer also bei den riesenwürmern hilft das auch aber bei denen warum das bei denen auch hilft ist mehr wasser trinken so und wenn ich überlegen der runenmeister gibt es ja auch noch den muss ich auch noch bezahlen meine 15.000 und dann noch der waffenmeister ganzen rüstungen und waffen herzustellen hat er hat kann wird werden mit wie viel geld muss man rechnen 60.000 70.000 um alle auf großmeister zum beispiel zu machen alle rüstungen und auch den runenmeister ob beim runenmeister fehlt noch die letzte stufe 229 gewicht ja das ist schön letzte aufgabe habe ich hier noch haben wir irgendwo da sind noch zwei aufgaben ich gehe mal dahin dann kann man von dort hin hier direkt 229 Kilo irgendwie gewichtlos werden das ist sonst bisschen zu schwer wo ich hier runter gehe vielleicht erst mal zu einem rüstungsmacher waffen typi da ist der großmeister schmied können wir mal gucken bevor wir jetzt die zwei anderen aufgaben noch weitermachen ach ja ich will ja sehen wie die wolfs rüstung aussieht den großmeister dann können wir die noch schön einfärben bestimmt so in lakers farben habe ich mir überlegt oder halt ja wie es zu mir passt orange lila das war die bank da komme ich nicht mehr rein da habe ich hausverbot weil ich das falsche gemacht habe das kann passieren so großmeister bei nacht ist es halt an tag sieht tusson halt richtig nice aus aber in der nacht aber keine 10.000 oder eine waffenhändler da hat es 10.000 gab und der in Nilfgaard so die schemen für wolf kann ich ihnen aber schon mal geben ich habe schon was gefunden ich habe schon etwas gefunden wunderbar ich werde mir eine kopie an das ist gut das bringt mir endlich den titel des großmeisters ein ich danke dir mehr als ein meister 500 kronen was hast du denn im angebot er soll doch ein bisschen gewicht loswerden ich habe wieder zu viele scheiß wahrscheinlich mit ja ich sehe es hier im feuer geschmiedet nee das ist ja die eine story waffe ich weiß nicht woher ich die habe ansonsten anderen scheiß 15.000 also jetzt alle waffen noch zu reparieren die ich hier habe ist halt unnötig mache ich halt mehr minus als plus 600 13.000 jetzt noch rüstungen kann ich ihnen auch noch geben die ich brauche ja die brauche ich ja nicht weil ich ja wolfs rüstungen anhabe ist bestimmt dann besser vor allem dann mit den runen noch verkauft gehabt ach fan 8 achten kann ich ja selber herstellen fan 8 kann ich ja selber herstellen 45 1300 tosaurus im jahr aber das 1 slot ist halt ich glaube ich bin noch angezogen aber jetzt denke ich mir so nee das ganze halt eher mit den wolfsrüstungen und so mehr mit anfangen hat immer noch geld noch ein bisschen was verkaufen bezehrbares von plötze panik stufe ist aber nichts wert ist halt gewicht nervig also bei dem nur kommen die anderen sachen die brauche ich nicht questgegenstände oder sonstiges aber bei den sachen bin ich mir gar nicht sicher da gibt er mir auch nicht viel also da gibt er eine ähm wie hieß der ich nenne ihn immer hattori aus ähm novigrad deine schmied der gibt mir dort wesentlich mehr aber da ist es halt besser wenn man die zerlegt in diamant und anderen sachen also alles nimmt er auch nicht an 8.000 die 8.000 die könnte ich auch locker runter drücken ja ich hab halt staub dinge aber ich weiß nicht ob man die dann später noch braucht ich muss aufpassen nicht dass man die halt wirklich braucht für die rüstungen ich bin mir halt nicht sicher ob man hier diese sachen 5.600 wenn ich alle verkaufen würde silber 400 dimitrium erz nee das muss ich auf jeden fall behalten äh handwerk also kurz reparieren oh was ist denn mit der waffe passiert was ist denn mit der waffe passiert so handwerk eine wolfsarmbrust gibt es nicht es gibt nur bären anbrust bolzen handschuhe wir gehen erstmal auf silberschwert großmeister wolf silberschwert großmeister wolf silberschwert ich brauche das dimitrium barren dimitrium barren okay sonst müsste ich ihn irgendwie herstellen können auch großmeister wolf silberschwert so und jetzt großmeister stahlschwert muss die hier unten sein muss die hier unten sein stahlwaffe rülf stahlschwert und immer dieses sind die anderen sachen rubin okay jetzt sind aber schon monster essenz uh okay okay dann gucken oh warte mal ist das neue viponschwert gell das andere viponschwert habe ich leider nicht geschafft auf zeit dieses eine schwert zu bekommen bei diesen blöden kack rätsel mit dem brunnen stiefel angereicherte dimitrium platte angereicherte 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 schleimlinghaut 4.000 okay das ist halt nur teuer die herstellung ist nicht teuer 900 noch was aber die die items wenn man die nicht hat boah hat zweier slot okay so die haben wir auch aber gleich noch eine schöne neue rüstung verbesserung ne werkzeug handschuhe schleimlinghaut dimitrium barren ich müsse sie doch irgendwie haben zum wandeln warte wenn ich etwas zerlege ist ja bei alchemie beziehungsweise bei handwerk hier ähm drehender stahlwaffe stiefel weg verbesserung was waren die sachen wo waren die sachen nochmal alchemie handwerkzutat oh hier handwerkzutat da ist es angereichertes dimitrium platte angereicherte dimitriumbaren angereicherte schleimhaut okay angereichert dimitriumbaren 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 erz dimitriumbaren ok Huch, man hat einen Daumen. Nicht handeln, auf. Handwerk ist schon richtig. Ähm, Armbrust nicht. Handschuhe war das. Dimitrium Barren. Dimitrium Barren. Oh Gott. Dimitrium Barren, Latte Barren. Eieiei, okay. Handschuhe. Boah, das geht halt wirklich theoretisch ins Geld, aber wenn man die Items dafür hat, dann geht das theoretisch noch. Hätte ich also davor auch machen können, dann hätte ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen gespart, vielleicht aber auch nicht. Hose. Hose. Schleimhaut. 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 So, Großmeister Wolfshose. Oberkörper. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zwei davon, zwei von der Platte. Angereicherte Platte, zweimal. Dimitrium Platte. Das fehlt dort, was ist das? Morikalkum Erz. Morikalkum Erz. Morikalkum Erz. Morikalkum Erz. Puh. Morikalkum Barren. Flash Erz Alter Ich glaube die Blatte zweimal. Die Blatte war das zweimal, ja. Die Blatte war zweimal. Boah, für 4000 ansonsten kaufen. Blatte. Der hat die Dinger, ja. Also Schleimhaut, angereicherte, die kann ich halt herstellen. So, aber die Sachen, die sind ein bisschen schwieriger. Eine Blatte fehlt noch. Und dem auf Barren. Dmitrium Erz. Dmitrium Erz. Davon. Uricalcum. Und von Uricalcum? Boah, Gott. Äh. Da steht schon, wie viel es kostet. Ist ja nice, ja. Boah, du was. Händler, 30.000. Ja, supi, das hat aber schon nicht so viel Geld verdient. Ähm. Ja. Uricalcum Erz. Durch Grüngold. Grüngold. Äh? Ich könnte auch da oben irgendwo Grüngold herstellen. Beziehungsweise, äh, Grüngold Erz? Grüngold Erz? Nee. Nicht Grüngold. Also ein normales Grüngold. Grüngold. Doch hier, Grüngold Erz. Durch normales Grüngold. Grüngold Erz. Äh, Uricalcum Erz. Komm, kaufe ich. Warte her. Warte. Äh. So. Das Erz. Oh. So. Grüngold Erz. Dimitrium. Ich brauche die Platte noch einmal. 2000 würde die Kosten eigentlich. Aber hier. Angereitet ist. Dings. 300 dadurch. Waren. so und eine blatte so jetzt habe ich den oberkörper also theoretisch hätte man auch kaufen können ist noch eine platte 4000 so viel erz habe ich gar nicht also dieser das andere erz ding also ich könnte mir das noch leisten natürlich ohne probleme 4.000 über 4000 wenn ich sie selber in ihm ankaufe hier zum beispiel nicht ja so oder so hat man verluste dann weil ich nicht zu viele von diesen erz habe gott ist das kacke ich habe mich zu viele von diesem erz man muss aber auch schon wieder raus wünsche ich noch einen schönen stream wünscht ihr auch dankeschön wie gesagt dass du dir die zeit genommen hast auch hier zuzuschauen vielen dank und die noch einen schönen restabend beziehungsweise schönen rest wochenende so das haben wir schon körper jetzt aber also ich hätte auch für 4000 die kaufen können also 4500 und paar zerquetschte so jetzt müssten wir theoretisch alle haben wiedersehen viel glück auf dem weg dann brauche ich mein lagerhaus und dann dann kann ich die anderen schwerter und alles alles blöde ist halt auch noch hier bei den schwertern ich kann die teile ja nicht weg machen oder doch ich kann die teile weg machen doch war für keine nicht zerstört werden aber die teile werden zerstört also die angriffskraft das und das ok großmeister wolf stahlschwert drei slots plus neun angriff so und hier ist das großmeister wolf silberschwert das ist nicht so stark wie das andere aber das komplette set haben weil das schwert ist halt wirklich sehr sehr gut was man da aus dem wasser zieht und jetzt die rüstung schön mit z bonus und viel mehr slots volle synergie exkaliber nenne ich das ja 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 kann man ja kann man so nennen ist halt schon ist halt schon richtig nice dieses exkaliber es macht auch vielleicht mehr sinn aber hier kann man halt auch so richtig geile runen noch drauf machen wo war dann jetzt der runenmeister noch hier muss ich noch meine 15.000 geben die ich nicht habe die anderen waffen die will ich nicht weg geben ihres will ich nicht weg geben weil die waffe habe ich bekommen ich will sie halt eher lagern also die will ich halt eher lagern hier die vier im feuer geschmied ist das auch von der quest aber die kann man theoretisch verkaufen ich bräuchte sie nicht und die herzogen wächter stahlschwert kann ich glaube ich selber herstellen 1300 ich habe auf jeden fall aber ein 6er exenset bomben werden verzögerungsfrei geworfen auf ein schwert können bis zu drei verschiedene öle zugleich angewendet werden ok das ist schon nice wie war das bei den anderen das war auch vorher habe ich irgendwie nie gemacht bei dem wolfsschwert also drei verschiedene öle ich will halt nur wissen er hat keine guten runen dinger die wird halt selber bei dem runenmeister herstellen oder herstellen lassen die chance auf bluten die chance auf verbrennen die chance auf einfrieren adrenalin gewinnen bluten verbrennen vergiften wäre nice taumeln 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 passiert eh nicht so häufig aber verbrennen will ich auf jeden fall machen verbrennen bluten verbrennen bluten ich müsste eigentlich die anderen sachen machen ich müsste zum runenmeister weil das bringt halt mehr ich kann halt mehr damit anfangen und hier habe ich halt zu wenige sachen das sind halt zu wenige weil die sind halt auch arsch teuer bei den läden Ikenzeichen 10% ich müsste halt nur noch wissen wo der nochmal war der runenmeister so aber erstmal die äh oh Gott bis also das ist ja hinter ihm ich will ja nicht Gott ähm erstmal Lagerhaus Patrouille auf nüchternen Marken schön 34.000 okay jetzt kann ich halt verstehen wenn man halt wirklich Bärenrüstung und die ganzen anderen Rüstungen auch auf Großmeister haben möchte Alter wie viel Geld braucht man dafür weil diese Erz Gedönsdinger ich weiß nicht ob ich die irgendwo umwandeln kann beim zerlegen beim zerlegen von gewissen Gegenständen also ich glaube schon bei gewissen Rüstungen ich zerleg die Rüstungen ja nie aber auch hier gibt es ja gewisse Gegenstände die man halt umwandeln kann in gewisse Erze da gucke ich halt auch nicht immer da gucke ich halt auch nicht immer hm hm so viel Blunder damit hier ist ja boah Weltkarte Lager ähm haben die hier ein Lager oder muss ich bei mir in mein ja ich muss bei mir ich muss bei mir hin ja warte mal ich brauche doch nur geradeaus hm der auf der Karte markierte Ort ist jetzt überflutet ah wie war das dort muss einst das Tal der Neuen gelegen haben ich muss mich umsehen ich habe die Karte die ganze Zeit in meinem Inventar gehabt und habe die nicht gelesen oder untersucht ach ach oh der Hexer der hat in die Herzogin gerufen hat ja schön jetzt sind wir wieder einen Schritt schlauer äh Schnellreise oh wie schnell man hier Geld verliert 9000 da ist das Transformation ich gehe aber erstmal hier weil die Rüstung die ich bei mir führe die ist halt zu schwer jetzt ich habe alles zerlegt was zu viel Gewicht hatte ja gut Strickleitern oder ähm unnötige Kram aber alles zerlegen muss man nicht also mir hat einer gesagt oder so theoretisch kannst du den ganzen Blunder zerlegen theoretisch aber das ist halt wie in anderen Spielen dass gewisser Blunder ja auch verkauft werden sollte weil er halt nichts bringt aber hier kannst du es halt entscheiden entweder zerlegen oder verkaufen je nachdem was halt mehr bringt aber das zerlegen würde bei den Ringen oder bei den Amuletten halt mehr bringen weil man halt Golderz, Smaragd und so Sachen bekommt aber wofür ist jetzt der Smaragd Staub eher für die Runen gedacht ich habe noch so viel Staub von anderen Sachen das kann ich halt keine Ahnung über 10.000 locker dafür bekommen wenn ich den ganzen Staub hier noch verkaufe was ist denn da alles drinnen jetzt? ach das ist unten bei dem Alchemie-Dings dort unten gell hier kann man ja schlafi schlafi was gar nicht so verkehrt ist ach ja aber man nutzt das ja eigentlich nicht so wirklich also bei Skyrim war es was anderes wenn man dort schläft aber hier muss man halt immer in seinem eigenem Heim damit man hier diesen Dings bekommt ok bei dem habe ich aber auch schon alles äh warte war doch eigentlich bei mir Lager-Truhe oh Gott oder hier dieses Bild ach schön ach schön ach schön der Geralt dort äh äh ja ich weiß da hinten ist die Lagerkiste die ist ja hier vorne so Wolfssilberschwert dit weg das behalte ich noch in meinem Inventar sind nur 2 Kilo aber hier die anderen brauche ich nicht Iris ist die Waffe von ähm dem untoten Tybi wo ich auch das Bild von dem habe aus Hearts of Stone die Waffe hätte ich eigentlich verkaufen können behalte ich alles noch hier drinnen ach die kann ich eigentlich auch verkaufen also hier die beiden kann ich eigentlich auch verkaufen ähm und die behalte ich hier im Lager hier im Lager zu viele Lager warum Spaten das ah ok einige Sachen sind halt so von Story einige sind äh ah ok ok ja ja jetzt weiß ich ja ja das kann sein dass hier die eine Ritterrüstung ist von der Quest ja das ist die Ritterrüstung von der Quest greifen Handschuhe hier sind die ganzen Trophäen hier sind noch ein paar Bilder oh Gott Herzenschwert ja 129 Kilo fühlt sich schon besser an 129 Kilo fühlt sich definitiv besser an so und Transformation die Quest können wir auch jetzt machen suche in den überfluteten Ruinen im Tal der Neuen den Eingang im äh zum Labor des Professors hm schon unten dieses Alchemie Labor brauche ich auch nicht wirklich außer außer mir fehlen halt jetzt noch ein paar Sachen aber mir fehlt halt auch noch diese eine Quest äh um die Mutagene zu verstärken weil man merkt das hier mir fehlt ja theoretisch noch dieses andere Ding um die Mutagene zu ja bekräftigen was wollte ich denn hier machen ja was wollte ich hier machen Schockwelle letzte Schaden Ausdauer und Regeneration Maxi lässt sich auf zwei Gegner zugleich wirken Intensivität Stimmt und hier habe ich tödliche Präzision das ist dieser Tötungsschlag oder sofortiges Töten des Gegners das ist unsterblich das ist sehr wichtig und das ist Präzisionsschläge kritische Treffer bei schnellen Angriffen um 10 Schaden bei Griechen das kann ich theoretisch verbessern beziehungsweise was anderes nehmen dafür der Werbel war gar nicht so schlecht zerfleischen wirkt proportional zu verbrauchten außer zusätzlich zusätzlichen Schaden die grieche Verteidigung wird ignoriert und die Chance kritische Treffer um 20 erhöht Adrenalinpunkte erhöhen die den Gesamtschaden um 33 Konter nach einem erfolgreichen Konter bewirkt der nächste Angriff 10% Armbrust Klingenfokus wäre auch nicht so schlecht wegen Adrenalin aber keine Ahnung Rüstungs Zerschlagung verringert die gegnerische Schadenresistenz um 5% das ist Verkrüppelung Bluteneffekt durch den Gegner 25% Vitalität oder Essens Essenspunkte Essenzpunkte pro Sekunde verlieren Schwierig Gutes Zorns Bringe den Schaden durch Treffer die beim Ausweichen erlitten werden um 20 Cent pro Sekunde und sonst hätte ich auch gemacht Muskelgedächtnis aber deshalb mit den Schaden bei schnellen Angriffen um 25% Ich glaub das ist ja theoretisch besser oder der Wirbel Ich glaub das ist ja theoretisch besser Er braucht 50% weniger Ausdauer und Adrenalin Der Wirbel ist halt geil für Gruppenkämpfe Gruppenkämpfe Oh Gott das immer so laut sein muss Ähm Schwierig Das Konsumieren von Trinken bewirkt eine Chance von 20% die Effekte eines zufälligen ausgewählten anderen Drangs ohne weitere Vergiftung aktivieren Und ich behalte erstmal Behalte erstmal die Dinger Guck dir mal an was ich hier noch habe Also wie viele große Dinger ich hier herstellen kann Oh ja hier nicht so wirklich Dann behalte ich die halt noch Den behalte ich die halt noch Weil da unten ist ja das Alchemie Ding Hier ist Alchemie Labor Und wie viele ins Rote dann kommen Erscheinungsmutter gehen Wasserweibmutter gehen Wehrwolfmutter gehen Wiffermutter gehen Aber Brauche ich noch gar nicht Brumm und Trinke haben wir eine zusätzliche Ladung erhalten Das ist äh Schön Ähm Geralt Äh Sonst ist hier ja gar nichts Dann machen wir uns mal auf zu Transformation So So Wo genau ist es? Äh Hier unten Das heißt hier wäre gar nicht so verkehrt gewesen Gucken wir mal Was denn da drin ist Äh Oder was für Schätze Auf uns warten Ja Vielleicht mach ich doch auf den Schwertern bevor ich jetzt kämpfe Die Schwerter sind zwar jetzt stark aber Ich sollte vielleicht doch so ein paar Etwas schwächere Dinger da drauf machen die ich halt doppelt habe So 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 Täuben Taumeln Bluten Einfrieren Bluten Einfrieren Bluten einfrieren Zeichen, Taumeln, Frisch Bohrung, Adrenalin, Dreiangriff, Zweiangriff, Vergiftner, sind hier das Fünfer vergiften gewesen? Oder ich mache Doppelbrennen oder Doppelbrennen. Einfrieren, Bluten, vielleicht Doppelbrennen. Dann haben wir mal 10% darauf. So, bei dem anderen Schwert gegen Monster. Täuben wird gar nichts passieren. Taumeln, Täuben. Zeichen, Nalin, Sporung. Ich muss Brand da drauf haben. Das Schwert geht ja nicht kaputt, sondern nur diese Brunensteine dann. Bluten bei Monstern könnte auch gehen. Ansonsten noch eine Durchsporung. Durchsporung und Durchsporung 60% betäuben. 10% Bluten. 10% Bluten. Schwierig. Ich weiß nicht, wie das dort ist. Bei 60% Rüstungsdurchsporung. Bei Monstern. Ich habe nur einen Stein davon. Okay. Adrenalin gewinnt 10%. Auch wenn es sehr unrealistisch ist, mache ich halt das. So, dann haben wir halt, kann ich ja immer noch wegmachen davon. Verbrennen, einfrieren und bluten. Das ist eine merkwürdige Mischung, aber ja, kann man ja mal nutzen. So, bei den Rüstungen würde ich halt auch was machen. Da habe ich halt zu wenige Sachen. zu wenige Sachen davon. Ich habe keine Art mehr. Ja. 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 Vorübergehend. Maxi. Quinn. All right. Maxi. Quinn. Jereden. zwar schwache sachen vorerst damit ich so ein bisschen schutz darauf habe die 10er sind natürlich um einiges besser aber wenn man jetzt sagen wir mal die 10er hier hat von art drei stück dort drei dort drei dort zwei dort zwei und zwei 30 40 50 60 70 80 90 prozent hat mir das dann also wenn man halt nur auf art gehen würde oder auf nie ja 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 man los müssen aussieht also 40 schon irgendwie färben ich würde es schon färben ich habe noch nicht so viel lila weiß haben wir auch noch sie nicht weiß aus blau haben wir zu viele rosa er ist ja kein unterschied das ist ja gar nichts kaum unterschied gelb gelb sieht man halt wenigstens mehr wieder und gelb würde mir gefallen oder lila und orange aber die farben kommen halt wirklich nicht so geil rüber warte ich noch vielleicht kriege ich auch geilere farben oder noch mehr hier vom friedhof wie weit ist denn das entfernt monsternest hier hin ok ich bin von der friedhofs quest weg weil das ist ja haupt quest so eine neben quest kacke lutsche hallo kacke lutsche so was für eine quellen der aufgabe in skellige damals noch mal mit dem schiff die ganzen blöden schätze dort einzusammeln zum glück habe ich das hinter mir ich spüre monster So. Mann! Gerade wo man was machen wollte. Ich brauche sonst einen Eindrang. Mann! Ich brauche sonst einen Eindrang, wo man besser atmen kann. So, ähm, wo war der? Ausdauerverbrauch und das und das. Bitte heilen. Ertrunkene greifen Hexer nicht an. Zeichen. Sauerstoffversorgung unter Wasser. So. 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 Oha! Da haben wir diese Pilze hier. Pilze, Pilze. Der Bewertung. Mhm. Na, da unten habe ich was gesehen. Da hat aber jemand einen üblen Sinn für Humor. Mhm. Eine schöne Falle. Okay, okay, okay. Und hier wieder dann hoch? Ja. Ich stacheln. Ich muss außen rum. Nein, Gerald, du weißt, du kannst nicht mal einen Sprung von zwei Meter überleben. Ohne dir dein Bein zu brechen. Also. Ich muss also durch diese Falle. Die ist schön. Åh! Ich mach dir deinen Trink doch gucken. Okay. Also. Aber wie ist die Blut drogen? Auf die Tat dritte. Ich spiel einmal den Trink. Nein, das. Man ist ja auch mit einer solchen Aktivistik. Ich bin ein meinstiges Pl vessantINK. Oh. Oh, da haben es aber viele versucht. Okay. Wie laut die sind. Okay, hier gibt es einen Weg. Aber warum ist das? Ah, weil da eine Kiste dort ist. Wie in anderen Spielen. Du wirst berührt und dann sterbst du direkt. Ist wirklich laut. Ja, ja, ja. Das höre ich selbst hier über Kopfhörer. Meine Güte. Innen ist ja eine Lagerkisse. Ja, ja. Ah, ich habe es ja gesehen, Marco. Wiehe die Überliebste sind, Sprung nicht. Man warst ja nie beim Geralt. Ab und an bricht er sich bei so einem Sprung auch das Genick. Oh. Oh. Was ist das? Was ist das? Hier haben wir nichts. Hier eine Treppe nach oben, haben wir nichts. Warum hat es vibriert? Ah ok. Da hat es doch gerade vibriert. Was haben wir hier? Loch. Kiste. Oh. Hier vibriert es. Blut getränkt. Da hat sich jemand nach dem Kletterversuch seine Wunden verbunden. Konnte wenigstens den Pantern entkommen. Kann ich das hier mitnehmen? Nein. Hier runter springen, dann hast du es hinter dir, Geralt. Ich hoffe der Weg war richtig. Ich weiß halt nicht was hier... Oh. Hier noch irgendwas war. Also hier bei dem Weg. Oh. Ah ok. Also hier. Nur der Weg runter. Da ist auch noch irgendwie etwas. Als ob ich hier schon einmal war. Ach ich war doch hier schon beim Labor von dem Dings oder? Das ist jetzt ein anderer Ort. �uerlich. Oder Professor... Hä? Hallo? Hallo? Ach, Geralt. Öh! Ach ich war ja ein paar Fragen. Ach. Okay, von hier kam ich. Warum hab ich jetzt die Flasche mitgenommen? Egal. Ah, ich spüre was. Ich wollte einfach, ich wollte das nehmen. Professor Morans Tagebuch. Dass ich vor meinem Labor verdächtige Gestalten herumtreiben, sah ich mich gezwungen, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Ich vermute, dass es sich um gewöhnliche Verbrecher handelt, die etwas Wertvolles stehlen sollen und kein Interesse an meiner Forschung haben. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Unleserlicher Abschnitt. Außerdem habe ich auf Anraten eines befreundeten Ingenieurs das Gelände mit einem einfachen mechanischen Apparat gesichert. In einem der Zimmer auf dem Weg zum Labor habe ich in einem Mechanismus zum Verschließen und Öffnen und Türen angebracht, der sich durch vier hervorstehende Steine hoch oben an den Wänden bedienen lässt. Ich kann dieses Schloss mit einem einfachen Zauber umgehen. Aber ein gewöhnlicher Dieb muss zweierlei es schaffen. Erstens die Steine finden und ihren Zweck erraten. Zweitens eine Möglichkeit finden, sie zu drücken. Unleserlicher Abschnitt. Wieder ein Kampf. Ja. 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 Hier führt ein Weg. Da ist Story. Also erst mal hier. Okay. Hier ist... Hier geht es noch nicht weiter. Ach, hier sind die Schalter. Okay, okay. Okay, okay. Äh. Wer hier war, muss die Wand hochgeklettert sein. An den Pantern vorbei. Ja, schon cool. War ein guter Kletterer, aber. Oh. Wow. Er ist vibriert. Ist da der Boden vibriert? Ah so, Seil. Ja, erst mal hier. Hier war Leiche. Lichte. Mit unnützen Kram. Hier vibriert es wieder. Ah ja. Natürlich. Verschlossen. Die Notizen erwähnen vier hervorstehende Steine. Ich muss sie irgendwie reindrücken. Vielleicht mit der Armbrust. Hier Steine. Sind die Steine damit gemeint? Ah. So. Die Steine. Äh, ist das vierte? Ah, hier. Aber was ist das denn? Warte, ich speichere vorher. Nicht, dass es auf die Idee kommt oder so da rüber zu sliden, deswegen speichere ich vorher. Die Nachricht war 1903 mit dem Lager, die neue war schon gewesen. Ja, Marco, weiß ich doch. Ich hab's auch jetzt gelesen. Nicht schlecht, sowas hätte ich auch gerne. Wollen wir hier rüber sliden? So. Ah. Acht Goldklumpen. Ziemlich interessanter Ort. Da hat sich jemand viele Gedanken bei der Planung gemacht. Ich sollte mich umsehen. Ah, ich brauch wahrscheinlich wieder Okruiden. Das sind Gargoyles. Warte, ich muss noch mal kurz gucken. Ich verwechsel die immer mit Okruid und Relikt. Okruid sind nämlich hier diese Trolle. Ja, hier, Gargoyle. Konstrukte meine ich. Ok. Oh, die Musik. Konstrukte. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Ähm. Was? Nur einer? Ich dachte, da sind mehrere. Drei Öle kannst du ja machen. Ja, ja, zum Testen. Ja, ja, aber ich brauch jetzt keine drei Öle. Sind alles Konstrukte. Ne, hier ist was. Aber bevor ich dorthin gehe. Jetzt greift ja nicht nur einer an. Also bitte. Was ist mir jetzt sagen, dass nur einer angreift? Großartig. Portale. Das wird ja immer besser. Finde einen Weg durch das Portal. Geh mal. Ähm. Geh mal links. Ah, dann komm ich oben an. Ah, dann komm ich hier hin. Dann komm ich hier wieder unten an. Schon wieder am Anfang gelandet. Ah, ja. Ok, ok, ok. Ich muss mich orientieren. Dann. Ähm. Hier hab ich das runtergesetzt. Also links. Geht halt. Hier hin. Ok, ne, das hat eine Mechanik dann. Mist. Schon wieder falsch. Vielleicht gibt es hier ja einen Hinweis. Bitte. Wie geht es? Hoffen Sie nicht. Na gut. Ja. Ich mache es jetzt. Wie geht's. Wollt, wie geht es? Vielleicht gibt es einen Hinweis. Jetzt kommt danach halt nichts mehr. Also auf jeden Fall war der erste Weg links, dann kommt man nämlich oben an. Okay also links, dann gehe ich mal, es gibt hier einen Weg, ich kann aber auch, nee ich kann nicht dorthin. Was hier was? Was ist das? 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 Flucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Okay. Links. Hier geht's nicht weiter. Suchen wir eben den nächsten Gang. Ich war auf beiden Wegen. Ja, wie ist doch hier was? Nichts sagen, keine Tipps geben. Hier kommt man dann normal leicht wieder runter. Wenn man aber von unten direkt hoch geht... Dann müsste doch theoretisch... ...was anderes passieren. Und hier runter? Ah, ja. Der Ort ist nämlich ein anderer. Okay, okay. Also runter auf jeden Fall. Links runter. Und dann, wenn du hier unten bist... ... 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 Och, Mist! Mann! Statuen, okay, einer von den Statuen, die zeigen ja was, also nicht diese Hauptstatue? Von diesen Dahlkollwesen? Ich dachte, dann nehme ich erst mal die, die halt zeigt. Hier hin, aber hier war es nicht. Oh. 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 Hm. Aber hier kann man auch hoch, warte mal, man kann hier... Oh. Warte mal, man kommt von hinten, der... Von hinten, der Statue. Okay. Okay. Ah, ja. Na schön. Suchen wir eben den nächsten Plan. Okay, okay. Also dann hochklettern, okay. So, hier haben wir, was haben wir dort? Hier haben wir ein Portal. Dann gehen wir noch nicht hin. Wäre zu einfach. Hier haben wir ein Portal. Und hier geht's... Und hier geht's... ...nach unten. Die andere Seite. Nicht nach unten. Oder? Mittleren Weg gibt's auch. Oh, das ist jetzt ganz oben. Jetzt muss ich halt das obere Richtige finden. Dieses? Ich geh mal von... Ich guck mal einfach dieses. Die Statuen sind darauf gerichtet. Oh. War doch richtig. Hier muss Morosa ein Labor gehabt haben. Ach, wieso nehm ich dir die Dinger mit? Pigament. Das geht. Kirchlikör und sowas. Entfärber geht auch. Wahrscheinlich auch nicht. So. Ah. Können wir hier? Interagieren. Auch ein Rätsel. Hm. Schließen. Schließen. Ah. Nervig, wenn Nasenhaar kitzelt. Äh. Okay. Oh. Ah. Irgendwo das dann weit geht. Mal erstmal die ganzen Sachen hier anreden. Was haben wir denn hier? Eine ganze Bibliothek. Die meisten Wälzer sind über Mutationen und Genetik. Hex-Mutationen und Forschungskrunklagen. Bevor Hex-Mutationen erwogen oder erforscht werden, gilt es sich mit der speziellen Physiologie und Biochemie bei Individuen zu befassen. Die Transformationen durch die Kräuterprobe. Die Transformationen durch die Kräuterprobe sind effizibel, führen zur Unfruchtbarkeit, außerdem zu signifikant erhöhter Körperkraft und Sinnessschärfe. Die Mutationen bewirken Ferne eine Abschwächung des menschlichen Affekts. Obwohl Informationen zu Kräuterprobe und den anderen Transformationen, denen die Adepten unterzogen werden, von den Hexenweißern streng bewacht werden, behaupten Ludovic Callistin von Ben-Art das Proteine des Grauens Skolopi-Borg-Pronomorphen, besser bekannte als weiße Witwen, die Basis der Hexenbutagene konstituieren. Nachforschungen, die diese Theorie bestätigen, fehlen jedoch. Okay. Könnte die Mutagen-Quest sein, glaube ich auch. Also die ist ja halt auch schon wichtig für... Uh! Damit man halt auch den Wandel der Mutagene so ein bisschen, ja, verbessert. Weil das Fertigkeitsfeld der Mutagene kann sich noch irgendwie verbessern. Ich habe es halt nur noch nicht, äh, eine Quest gehabt. Kristalle. Ich sollte sie im Megascope verbinden. Es fehlen zwei Kristalle. Naja. Optional. Ich finde die zwei fehlenden Megascope-Kristalle. Na gut. Ist ja optional. Okay, die sind aber hier. Oh? Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Kein Kristall, dritter Eintrag. Nicht raus. Scheiße. Erster Eintrag, dritter Eintrag, fünfter Eintrag. Es fehlen halt noch zwei. Ab zum Glückler vorgespeichert. Ähm. Achtzehnter Jule 1102. Heute beginne ich mit der größten Aufgabe meines Lebens. Folgen Deile ist die Essliche. Dass sie mich persönlich betrifft. Mich und meinen Sohn. Als ich vor fünfzehn Jahren im Wald von einer Bestie angegriffen wurde, kam er in eine Lüche und rettete mir das Leben. Ich wusste damals nicht, dass ich diese Rettung mit dem Verlust des Mitspracherechts für die Zukunft meines eigenen Sohnes bezahlen würde. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich es getan und wäre lieber gestorben, als den Hexern meinen einzigen Sohn zu überlassen. Aber so schwor ich an dem Tag, als Jerome mitgenommen wurde, bei meiner Ehre meinen Sohn zurückzuholen. Heute, nach vielen Jahren der Forschung und Vorbereitung, habe ich immerhin ein Gerät entwickelt, mit dem ich Mutationen studieren kann. Wenn mir die Götter gewogen sind, finde ich einen Weg, besagte Mutationen rückgängig zu machen und Jerome ein normales Leben zu ermöglichen. Ah, okay, das sind so Videoquellen. So, der Professor wollte Hexermutationen nicht versterben. Er wollte sie rückgängig machen. Ob ihm das gelungen ist? Mal sehen, ob mir das weiterhilft. Dritter Eintrag. Beobachtung 30. Die Mutationen setzen nicht sofort ein. Erstaunlicherweise entwickeln sie sich auch nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg. Um meine Mutationen abzuschließen, muss das entsprechende Muttergen viel mehr fortlaufend verabreicht werden. Die Testperson verträgt das nicht besonders gut. Klar, Artin. Bei Tales of Arise ist doch gerade erst raus. Die Eier ist problematisch und invasiv verlaufen. Ich füge der Muttergenbasis das Albumin aus dem Ei eines mutierten Riesentausendfüsters hinzu. Mit einem Glas-Terrarium gehalten, entwickeln sich die Eier nicht. Sie bleiben klein. Die Eier selbst sehen wunderbar aus. In mutierter Form leuchten sie wunderschön. Hoffentlich verursacht das hinzugefügte Albumin keine größeren Nebenwirkungen. Aber das werden wir erst noch herausfinden. Fünfter Eintrag. Müssen wir wahrscheinlich mehrmals irgendwie so ein bisschen anhören. Jahre der Experimente. Forschung. Opfer. Alles umsonst. Ich habe das Ziel, das ich mir gesteckt habe, nicht erreicht. Jede Mutation, die ich meinen Testpersonen verabreicht habe, erwies sich bei Jerome als wirkungslos. Das, was ihn von seinem Hexersein heilen sollte, ihm ein normales Leben ermöglichen sollte, verstärkte seine Mutationen weiter, machte ihn noch schneller und stärker und ließ ihn noch unmenschlicher werden. Es sieht aus, als müsste mein Sohn für immer Hexer bleiben. Ich bin gescheitert. Ich werde diesen Ort verlassen und nach Hause zurückkehren. Zu Lydia. Vielleicht nimmt sie mich doch noch zurück. Lydia. Die Formeln und Mutagene lasse ich hier. Sollen sie doch verwittern und verfallen. So wie meine Träume, meinen Sohn zurückzuerhalten. Kann ich jetzt... Die anderen zwei würde ich gerne... Der Professor wollte also die Effekte der Mutationen rückgängig machen. Er hat sie aber nur verstärkt. Was für ein Glück für mich. Ich könnte von seinem Versagen profitieren. Was sind wir zusammen... Ich habe die anderen Kristalle dicht. Mann, wieso bin ich so blöd und habe das direkt angesprochen? Ein Kristall? Der Kristall zu diesem Eintrag fehlt. Könnte irgendwo sein. Ich sehe mich mal um. Ja, dann... Dann geh mal raus. Der Kristall zu diesem Eintrag fehlt. Ich komme nicht raus. Das könnte irgendwo sein. Ich sehe mich mal um. Wie gemein ist das? Fassen wir zusammen. Ich... So. Kristallaufnahmen. Der Professor hat versucht, die Wirkungen der Hexermutationen zu neutralisieren. 60 Stunden gesuchtet. Aber er hat sie dadurch nur verstärkt. Er hat das Eiweiß der Eier von Riesentausendfüßlern als Mutagenbasis verwendet. Ich sollte nach ihnen suchen. Ja, aber ich will halt noch optional die anderen zwei finden. Da ist der. Megascope Kristall. Großes Grünes. Nehmen. Warte. Woher speichern? Woher speichern? Woher speichern? Ich habe teuer für meine Fehler bezahlt. Dieses Exil. Die Sehnsache nach den schönen Wüsten und Steppen Ophiris. Diesem grässlichen grünen Land. Mit seinen übertriebenen Gerüchen und Geschmäckern, von denen mir übel wird, füllt mein Herz mit Leid. Ein einziger Trost ist eine kleine Skoloppen-Trenn-Kolonie. Skoloppen-Tripomorphen. Die Freunde der Wissenschaft, ich nenne sie Tausendfüßler. Sie leben in der Nähe meiner Hütte. Diese herrlichen Kreaturen erinnern mich an die Heimat. Wieso haben sie sich hier angesiedelt? Weil es hier Glumare gibt, von deren kurz sich kleinere Tiere ernähren und die wiederum von den Skoloppen-Trenn gefressen werden. Weil dann manchmal beobachte ich sie, wenn sie fressen, bewundere ihre krummen Gliedmaßen, ihre prächtigen Kauwerkzeuge, die wie aus Eisen winken und ihre spiegelnden Schettin-Panzer. Hm. Hm. Und was läuft hier so DLC bald fertig? Es ist Blood and Wine. Das ist noch nicht fertig. Blood and Wine geht halt wesentlich länger als Hearts of Stone. Weil... Jetzt sind halt noch Fragezeichen und alles und... Quests. Weil sonst müsste ich einfach nur die Hauptquests durchmachen und das war's. Und das kann ich nicht. Du kennst mich. Ich kann nicht einfach nur die Hauptquests machen und das war's. Also bei Quinturnieren bin ich raus, bei Pferderennen bin ich auch raus. Aber ich würde halt schon einige Sachen halt mitnehmen, auch noch die... Hier Hexeaufträge, noch Schatz suchen. Ist halt alles nur noch in Toussaint. Alles was man hier noch sieht, ist halt in Toussaint und hier sind noch vereinzelte Sachen. Quint in Velen, in Skellige, in Ovikrat, aber sonst überwiegend nur noch Toussaint. Oh. Okay. Ach, die sind hier? Nö. Oh. Oh, ist hier vielleicht eins? Zeig mir, was du zu bieten hast. Oh. Aufgewacht und nicht gerade gut gelacht. Ach, der... Okay, da ist aber nicht etwas toll. Oh. 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 Okay. Das sind schon die Spinnen, die wären nervig, aber die sind halt auch nervig. Tut mir leid, ich brauche deine Eier. Äh, geschätzte Spieldauer für Platin 100 Stunden. Bis? Bis? Ja, Marco, du redest mit Goku, der rusht durch. Ihr könnt ja dann keinen Schlaf. Ihr ist so ein Platinjäger, also was ich halt überhaupt gar nicht bin, ich bin ein Genießer. Ich brauche kein Platin. Weil wenn du es ja gar nicht wüsstest, welche Trophäe du bekommst für dies und jenes, dann hast du halt auch kein Platin, weil dann spielst du das Spiel ja nur durch. Wenn du aber bewusst auf die Trophäen guckst, was du halt machen musst, dann ist es was anderes, dann ist es halt Platin jagen. Also bewusst Platin jagen. Sonst spiele ich ja auch ein Spiel nur durch, ich gucke ja nicht die Trophäen direkt an. Äh, statt auf einer Seite wegen Tales of Arise. Ja, Goku halt. Der ist... Haben sie aber großzügig gerechnet. Ja. Vermutung um zu skippen. Hab auch nichts geskippt. Ja, Quint macht doch Laune. Ja, Theorie, ich mach das auch Laune. Wenn ich halt die Karten auch habe und viel Quint spiele, was ich aber nicht gemacht habe. Okay. Alles blöde, hier gibt es so viele Wege und man weiß nicht wirklich... Wunderbar im Labor noch. Ja, ich muss vielleicht Insektoid... Warte. Mal Insektoidenöl. Insektoidenöl. Reine Ohrifgo… ... Das ist eine 65 Bäber. Hier ist doch bestimmt nicht der Kristall. Oh, ein großes rotes Muttergen von den Viechern. Halt hoch. Okay, hier kommt man also wieder zurück. Mutiertes Riesentausenfüßler Aluminium. Okay, platziere das mutierte Riesentausenfüßler. Ich glaube das Optionale noch machen. Oh, diesmal stirbt er nicht bei so einer Höhe. Ich dachte schon, der stirbt bei so einer Höhe. Ähm, 5 Stunden Speedrun laut YouTube bei Arise. Ah, nee, Platin hole ich nur, wenn ich richtig Bock auf ein Game habe. Aber wenn man es doch einmal durch hat, hä, wie willst du dann, verstehst du? Also, du musst ja schon in den ersten 2 Minuten oder in den ersten 2 Stunden schon sagen, boah, ich hab doch auf Bock. Es gibt ja Spiele, da verpasst du eine Trophäe, wenn du eine Aktion hast. Also, du musst ja schon direkt am Anfang schon sagen, du hast Bock auf das Game. Und dann guckst du ja bewusst, also du guckst ja dann bewusst auf die Sachen. Da zähre die fehlenden so und so. Und einige sind ja verborgen. Also, das wundert mich, wie du dann alle Sachen rausfindest, außer jetzt, du guckst im Internet nach. Wie du dies und jenes bekommst. Gut, und man muss dazu sagen, dass es ja keine Rätselspiele sind. Du hast ja keine Rätsel-Dungeons oder so dort, oder Entscheidungsdinger dort. Also, von daher, ja, gut. Benützen. Okay, hier haben wir noch zwei Sachen. Interagieren, platziere die fehlenden Dinger. So. Dieser Kristall gehört hierher. Alle Kristalle sind da. Mal sehen, was du verbirgst. Mann. Ich will die optionalen ja auch noch hören. So. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Die Demo hat er erst gespielt, verbote ich mal. Die Demo habe ich nicht gespielt. Ja, da war nichts zu verpassen. Einfach alles machen, was es so im Game gibt. Und nichts nachschauen. Ja, okay, okay. Dann geht's. Dann geht sowas bei Platin halt schneller. Aber wenn so Sachen halt verborgene Trophäen sind, wo du halt, keine Ahnung, wo du erst mal erraten musst, was da überhaupt drin sein könnte, dann kannst du ja nicht bewusst auf Platin dann spielen. Wenn du es halt nicht weißt. Wenn du halt nicht bewusst auf Google nachschaust, wie diese Trophäe heißt. Beobachtung 22. Obwohl toxische Substanzen im Überfluss verabreicht wurden, weitaus mehr als gewöhnlich. Aber wie viele Spiele hast du jetzt schon auf Platin? Ich gehe davon aus, dass dies eine Folge der Mutationen ist. Dies ist ein kleiner Erfolg. Die Mutation sollte Jerome-Vergiftungen besser vertragen. Okay. Ich gehe davon aus, dass dies eine Folge der Mutationen ist. Dies ist ein kleiner Erfolg. Die Mutation sollte Jerome-Vergiftungen besser vertragen. Vierter Eintrag. Beobachtung 58. Manchmal führt Misserfolg doch zum Erfolg. Ich habe eine Methode entdeckt, bei der eine Art von Mutagen durch die Zugabe bestimmter Zutaten in eine andere transportiert werden kann. Es ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Außerdem habe ich beobachtet, dass die heutige Mutagen-Dosis die Testperson an die Schwelle des Todes gebracht hat. Plötzlich wachte er auf, war wiederbelebt, hatte frische Kräfte. In gewisser Hinsicht ist er von der Schwelle des Todes zurückgekehrt. Ob dies auf seine Mutationen zurückzuführen ist oder reiner Zufall war, lässt sich nicht feststellen. Ich muss weitere Experimente durchführen. Wir haben schon halb eins. Ich bin schon sieben Stunden dran. Ich habe doch gerade erst angefangen. Wo geht die Zeit hin? Hä? Ich bin schon über sieben Stunden dran? Kommt mir nicht so vor. Mann. Diese ganzen langen Wege, die machen das halt auch so. Mensch. Hier sind noch so viele. Spaziere das mutierte Riesentausenfüßler Aluminium in Professor Moros Apparat und starte ihn. wir sind nur noch dazu mit blöden. Wir sind auch noch nicht. Mh. Dieser Mensch kam sicherlich nicht freiwillig her. Konservierte Organe, hoffentlich wurden die Spender nicht gezwungen. Großes blaues Muttergehen. Zieh dich aus und aktiviere Moments Erfindung. Okay, wenn der das sagt, dann zieh ich mich aus. Wenn das Spiel sagt, dann mach ich das. Nicht wegwerfen, das wäre sehr, sehr tragisch. Dann zieh ich mich aus, du... Aber ich lasse meine Schwerter noch bei mir. Ich mach's nur, weil das Spiel mir das sagt. Okay. Meine PS4-Liste habe ich jemanden, der hat Max Platin. Also haben sie doch vereinfacht. Einfach bei einer versteckten Trophäe Viereck drücken und es zeigt dir an, was es ist. Habe ich nie gemacht. Wenn man Spaß hat, ist die Zeit immer schnell weg. Ja, das ist halt... Zeit verfliegt so schnell. Ja. Ich mag mich ja schon nackig. Nackiger geht's leider nicht. Schön in die eiserne Jungfrau rein. Ähm... Also zum Glück ist das keine eiserne Jungfrau. Sinnlos in voller Montur zu gehen. Ich muss meine Rüstung und meine Waffen zurücklassen. Die Waffen also auch. Okay, aber meine Armbrust, die... Die darf ich doch... Aber immerhin habe ich jetzt auch einen Großmeister. Ähm... Wo sind die? Ah, hier unten. Oh, ich dachte gerade... Wo sind die? Ich dachte, ich hätte die weggeworfen. Armbrust bleibt. Sinnlos in voller Montur zu gehen. Ich muss meine Rüstung und meine Waffen zurücklassen. Okay. Dann habe ich halt nichts. Aber die Pfeile... Die gehen ja eh weg. Meine Öhrchen lasse ich an. Die kann mir keiner nehmen. Geht doch. Ob die Mutagene an mir so funktionieren wie bei seinem Sohn? Nun, ich werde es herausfinden. Das er wirklich diesen Selbstversuch macht mit sich. Nur um stärker zu werden, aber... Was man nicht alles macht. Ah... Du hast das Mutationssystem freigeschaltet. Mutationen bedeuten neue Möglichkeiten, von denen normale Leute mit träumen können. Weitere Informationen findest du im Charakterfenster. Mutationen drücke Dreieck, um das Mutationsfenster zu öffnen. Erforschung von Mutationen. Um Mutationen verwenden zu können, musst du sie zuerst erforschen. Wähle dazu eine der verfügbaren Mutationen aus. Erforderliche Mutationen, um Fortgeschrittenen Mutationen zu entwickeln. Erforschung von Mutationen. Um Mutationen erfolgreich... Ja, ja, ja. Muss eine erforderliche Anzahl... ...Fertigkeitspunkte und Mutagenen dafür verwenden. Fortgeschrittenen Mutationen. Wähle eine der fortgeschrittenen Mutationen aus. Erforderliche Mutationen. Um Fortgeschrittenen Mutationen zu entwickeln, benötigst du zunächst Basis-Mutationen. Informiere Informationen dazu findest du in der Beschreibung die jeweilige Mutationen. Mutationen. Adrenalinrausch. Jetzt kann man vor Beginn so und so, da, 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 da. Anforderung schneidende Kälte. Okay, wow. Okay. Zum Glück kein Assassin's Creed Skillbaum. Das war schon heavy. Also ich erinnere mir vor, das hätte Witcher auch gehabt. So ein Assassin's Creed Skillbaum. Kampf. Schwertkämpfe bewirken, 25% mehr. Ah, okay. Ich brauche aber zwei Mutagene. Hier auch. Und hier auch. Ja, die Mutagene entwickeln, die kann ich. Schneidende Kälte. Werden magische einzigartige Hexenschwerter gezogen, erhöht sich der durch das Zeichen verursachte Schaden um 50% des Schwertschadens. Wird das Artzeichen gewirkt, besteht eine Chance von 25% den Gegner einzufrieren. Niedergeschreckte Gegner, die eingefroren werden, sterben sofort. Gegner, die nicht eingefroren sind, erleiden 2513 Schaden zugesetzlich. Höhe zu Kampfbeginn, die Schwertangriffskraft und Zeichen intensivität. Drei Sachen. Gestattet Verwendung von. Wenn die Vitalität null erreicht, wirst du vorübergehend unverwundbar und regenerierst 100% Vitalität. Der Effekt ist nur einmal alle 180 Sekunden verfügbar. Zweites Leben ist sehr, sehr nice, ist Erzengel. Ich habe zwar diese andere Fähigkeit, die es mir manchmal auch ermöglichen, kämpfen, bei einem sofortigen Tod nicht zu sterben, also Unsterblichkeit. Aber das ist schon nice. Jeder tödliche Heap mit einem Schwert zerstückelt den Gegner oder aktiviert finale Hiebe. Jeder Heap mit einer Waffe im Nahkampf erhöht die Angriffskraft um 5%, maximal 250%, bis der Kampf beendet ist. Der Bonus geht verloren, wenn du Schaden erleidest, außer durch Toxizität. Die Armbrustschaden ist jetzt von 0 auf 0 Punkte erhöht. Werte hängen von der verwendeten Armbrust ab. Die Chance auf einen kritischen Treffer ist um 50% erhöht. Armbrustbolzen durchschlagen den Gegner und werfen ihn um oder betäuben ihn. Gegner, die bei voller Vitalität getroffen werden, verlieren 15% der Vitalität. Metamorphose. Werden kritische Effekte auf den Gegner angewendet, wird ein zufällig ausgewähltes Absurd 120 Sekunden lang ohne Toxizitätskosten aktiv. Die maximale Anzahl von Absurden, die dank der Mutation gleichzeitig aktiv sein können, beträgt 3 Mithilfe deiner Hexersinne. Beträgt 3 Mithilfe deiner Hexersinne kannst du an dunklen Orten besser sehen. Jeder Toxizitätspunkt erhöht Schwertschaden und Zeichenintensivität um 0,75% bis maximal 97,5%. Jeder Adrenalinpunkt verringert den erlittenen Schaden um 15% bis maximal 45%. Das hier gestärkte Synapsen erforschen Mutationen, um deine Fertigkeit zu verbessern. Jede Stufe schaltet einen zusätzlichen Fertigkeitsplatz frei. Anzahl der zum Freischalten erforderlichen Mutationen 2. Okay, wir gehen auf jeden Fall dort. Und dort weiter. Trophäe erhalten, Waffe, H. Du hast eine Mutation erforscht. Drücke X nur um aktivieren. Mutation erforschen, Fertigkeitspunkte? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, das kann man auch immer noch umdrehen. Es kann nur eine Mutation auf einmal aktiv sein. Die Mutation gestärkte Synapsen wird beim erforschen andere Mutationen automatisch verbessert. Dabei werden zusätzliche Fertigkeitsplätze freigeschaltet. Drücke Greisen und Charakterfenster zurückzukehren. Nee, will ich noch nicht. Das kann ich noch nicht erforschen, oder? Oder geht das doch? Fertigkeitspunkte? Also ich brauche halt Fertigkeitspunkte. Ei, ei, ei. Warte. Um zu sehen, welche Mutation gerade aktiv ist, öffne das Mutationsfenster oder das Charakterfenster. Die Mutation gestärkte Synapsen wird beim erforschen andere Mutationen automatisch verbessert. Dabei werden zusätzliche Fertigkeitsplätze freigeschaltet. Okay, 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 cool, cool. Anzahl der zum Freischalten erforderlichen Mutationen, zwei, vier, acht, zwölf. Okay, boah, brauche ich viele Skillpunkte. Oh Gott. Oh Gott, aber dann kann man halt viel mehr Skills einbauen in den Charakter. Okay, so, ich will hier nochmal kurz gucken. Mutationen erforschen. Auf jeden Fall will ich zweites Leben, aber zwölf Fähigkeiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wie hoch geht denn das? Geht das denn noch mehr? Ich kann es halt noch nicht erforschen. Nicht so wirklich. Mutationen deaktivieren, nee. Zeichen können kritische Treffer verursachen. Chance und Schaden steigen mit der Zeichenintensivität derzeit 37%. Chance auf zusätzliche 168% Schaden. Gegner, die mit kritischen Treffern durch Zeichen getötet wurden, explodieren. Das ist schon nice. Ich kann es nicht erforschen. Ich brauche drei Fertigkeitspunkte. Okay, deswegen kommt man halt sein Feld immer wieder umändern. Okay, okay. Puh. Was ist aber, wenn man alles resettet? Komplett. Und dann in das Menü hier reingeht. Und dann die Skillpunkte alle hierfür nutzt. Was wäre dann? Ja, dann fehlen mir aber trotzdem hier Skills. Dann fehlen mir hier diese Skills. Dann habe ich zwar die Standard-Fähigkeiten, aber hier deswegen auch halt Unsterblichkeit ist halt hilfreich. Ja. Aber guck mal, jetzt habe ich halt alles hier frei. Ich kann jegliche Sachen nutzen. So könnte ich ja vorher hier auch. Stimmt, hier brauche ich zwei benötigte für die unteren Sachen. Oh. Wow. Also man muss sich halt manchmal entscheiden, ob man halt in einem roten halt mehr macht. Und hier die Sachen brauche ich halt auch. Okay, das kann ich bei mir im Alchemie-Labor. Dann kann ich die großen Mutagene herstellen. Das geht. Es geht schon. Wow. Ja, dann kann ich mich aber wieder anziehen, weil sonst bin ich nackig. Und das mag der Gehr halt nicht. Großmeister Wolf Silber. Großmeister Wolf Stahl. So. Guck mal. Katzen-Armbrust. Nee, ich glaube Bären. Bären war besser. Großmeister Wolf. Wolf Stiefel. Und die. Und die. So. Warte, 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 warte. Skillpunkte farmen ist halt auch ein bisschen schwierig. Ich muss ja auch manchmal dann zurücksetzen. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Habe ich doch jetzt alles? Ich habe genug gesehen. Jo, haben die doch jetzt alle gesehen. Okay, also Geralt ist stärker. Armbrust. Spaltbolzen. Passt schon. Aber ist die Quest jetzt zu Ende? Ne, verlasse Professor Moros Labor. Okay. Dann verlassen wir das Büro. Hm, ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Ah. Geht doch. die zeit die geht so schnell um gleich schon wieder ein uhr und dann ja warum und unten die felder leer ich kann nicht drei inventar sachen dort unten haben bomben die vielen hä also ich bin jetzt eben wasser dann geht das halt eh nicht schiffchen ja ja zurück Nächste Quest, ne. Weinfrieden Belga, da fehlt noch zwei. Hier unten. Okay, ist theoretisch am Land. Da ist ein Steg. So, hier ist Hühnchen. Das ist halt bei Nacht immer so blöd. Hier. Ich mag es nicht bei Nacht. Lieber am Tage. Sieht halt viel schöner aus, das so am Tage. Viel schöner. Das ist aber, glaube ich, weit entfernt. Dem viel, welches ich mich entscheide. Ja. Lieber mit einem Pferdchen. Mit einem Pferdchen und am besten querfeldein. Komm schon, Plätze. Nein, nicht auf Wölfe achten. Nö. Plätze. Nicht hängen bleiben. Ich hab mir die Finger völlig zerschnitten. Ah. Meine Gesundheit. Mehr verlange ich gar nicht. Ähm. Achso. Ja, am Tage sieht das halt viel schöner aus. Hier ist recht mit dem, ja, mit dem Gebirge und alles. Oder hier, das Schloss. Sieht halt bei Tag viel schöner aus. Nee. Nee. Nee, nee, nix da. Monster Nest. Hier, die Flücher. Ähm. Hä? Ich würde auf Art machen. Bis. Au. 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 So näher fisch. So näher fisch. Ja. Also große, rote Mutagene. Ah, dann haben die halt. Noch mal ein großes Rotes. Ah, das kann aber noch richtig viel Farmerei werden. Also wenn man hier wirklich alles komplett haben will. Also noch die ganzen, äh, Großmeister Rüstungen. Großmeister Schwerter. Also von allen Schulen. Äh. Weepernschule kriege ich eh nicht. Weil da habe ich das eine Schwert halt nicht geschafft. Manticore. Muss man halt gucken. Sind hier. Okay. Muss man halt gucken. So, jetzt gibt es nur noch. Uah. Eine Sache. Die ist aber auch weit entfernt. Oder? Okay, warte. Hier ist ein Fragezeichen. Das nehmen wir noch mit. Können wir noch mitnehmen. Ist ja gerade auf dem Weg. Je nachdem, was es ist. Natürlich. Monster Nest. Aua. Bis. Hä, woran ist denn der jetzt gestorben? Gerade, bevor die ausbrechen. Wir brüten die Riesentausendfüßler. Ich sollte das Nest zerstören. Liebesbrief von Bella de Guinness. De Guinness. Liebster Jocelyn, ich hoffe, du bist bei guter Gesundheit. Du weißt, wie solltest du das nicht wissen, welche wilde Leidenschaft ich für dich empfinde. Und wie ich mich danach verzehre, den Ehebund mit dir einzugehen. Sicher ist dir auch klar, dass ich mich angemessen kleiden muss. Und möchte mit dir vor den Altar zu treten. Ein Organas... Organ... Organas-Kleid? Organas-Kleid habe ich schon, aber keine Schuhe. Im Kaiserreich sind Schuhe aus Riesentausendfüßler. Der letzte Schrei. Bitte, mein Liebster. Zieh aus und erlege eine solche Bestie für mich. Oder zwei. Damit der Schuhmacher auf jeden Fall genügend Material hat. Hat sie ihn einen sicheren Tod geschickt. Supi, gell? Ehrlich? Alter, das war ja nicht gerade so nett. Ist jetzt... Kopflose Reiter. Ist das denn sein Kopf? Kopf ist weg. Das nur wegen den Schuhen. Also da wird die sich immer Vorwürfe machen. Das ist halt, wenn... Wenn er nur mit dem Penis dinge. Wie ist das Fleisch? Okay. Weltkarte. So, das haben wir. Und dann gehen wir hierhin doch. Dann sind wir ein gutes Stück weit... Ein gutes Stück weit weiter. Außer natürlich... Die Story noch nicht. Da lasse ich mir irgendwie immer ein bisschen Zeit. Bevor ich die Story mache. Und beim Rüstungs... Nee... Also der Runenschmied, der muss ich auch noch ein bisschen Geld sammeln. Um dann halt die Rune ein bisschen zu verbessern. Aber... Ja... Was ist das denn? Ach, wen haben wir denn da? Wer ist das denn? Na... Nee, machen wir Aksi. Geek now. Geek now. Geek now. Geek now. Aua. Mua. Arme Kleine. Tut mir leid, Kleiner. Jetzt können die hier in Ruhe wieder arbeiten. So, da hält ich die auch. So, da arbeiten die schön wieder auf dem Filz. Draht, Öl, Vogelfeld... Ja... Ja. So sollen die auch. Die sollen sich mal schön einscheißen. Oh, ein Pfau. Können die gegrillt werden? Oh. Sorry. Können ja doch gegrillt werden. Gut mir leid, Pfau. Guck, da weint schon einer. Gut mir leid, nicht wein. Oh, nein. Grief mit Castell-Ravellos-Siegel. Liebster Vetter. Aufgrund dessen, was ich aus dem letzten Brief entnehmen konnte, sind die Gerüchte über Belger-Zuwährigkeiten zustande nicht übertrieben. Meiner Meinung nach solltest du nicht auf den neuen Eigentümer warten. Der Vorgang für die Übertragung eines so wichtigen Weinguts wird Monate dauern. Und in der Zwischenzeit verfällt das Anwesen. Du hast geschrieben, dass du alle Wachen des Anwesens entlassen musstest. Wer wird dich also vor deinen wilden Tieren schützen? Du weißt genau, wie viele sich von ihnen in Carbonerta-Wald herumtreiben. Sie könnten dich jederzeit angreifen. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich habe schon mit Meister Fabrizio gesprochen. Und er denkt, dass ein so fähiger Verwalter wie du hier schnell Arbeit finden wird. Geh also auf den Held zu spielen und komm zu mir. In Erwartung deiner hoffentlich baldigen Ankunft. Deine dich liebende Phase, Emil. Oh. Oh. Geh zu Liam und Mathilda. Ja, 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 ja. Mal sehen, jetzt bekomme ich nochmals 950 als Belohnung. Ist zwar nicht so viel, aber... Ah, das geht. Geht so? Ah, hier bist du. Einfach mal querfeldein, das geht auch. Also, bei Red Up Redemption würde es nicht gehen. Hm? So. So. Das ist belgert Weingurz. Warte mal, war hier nicht. Auch eine Person, die mich hier noch treffen wollte? Das war eine Kräuter-Dame, gell? Aber nicht dieses Weingut ist das. Bist du das, Söhnchen? Du hast mich mit dem Scheiß angesteckt. Mein Mund ist trocken wie Stockfisch. Oh, war doch richtig. Okay, dann lasse ich durch. Warte, die Ritter sind solche Helden, dass wir schon einen Hexe anstellen müssen, damit er ihre Arbeit tut. Ähm, seid ihr hier? Soll das so? Ähm. Was? Ich hatte was in den Arsch gebissen. In den Arsch. Okay. Da sind die ja. Da sind die ja. So, ich will meine Belohnung. Meine Belohnung, bitte. Ich habe mich auf Belgard um die Probleme gekümmert. Das Weingut müsste jetzt in brauchbarem Zustand sein. Wunderbar. Somit übertrage ich dir, Kraft meines Amtes, das Recht auf das Belgard-Weingut und vertraue darauf, dass du das Anwesen und seine Ressourcen gut nutzt. Vortrefflich. Ah, ich kann die reifen Trauben schon fast riechen. Das werden wir dir nicht vergessen. Hier, dein Lohn. 950, bitteschön. Aber das ist noch nicht alles. Komm uns bald besuchen. Wir haben eine Überraschung für dich. Mach ich. Bis dann. Also jetzt. Warte drei Tage und geh dann zu Liam und Mathilda. Okay, nichts leichter als das. Drei Tage. Drei Tage. Hm, 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 hm. So, das sind jetzt etwas länger als drei Tage. Ich kann ja nie 24 Stunden laufen. Die Wasser lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sich strafen. Hexer. Wir haben hier noch einen Schmied. Es ist nur einen Moment versprochen. Ach, da ist er eigentlich, Schmied. Da war der Schmied. Meister Hexer, ich werde ewig in deiner Schuld stehen. Mein ganzes Leben lang. Erst hast du mich aus den Händen der Hanse befreit. Und jetzt blüht dank dir das Weingut auf wie nie zuvor. Dafür kriegst du einen sehr guten Preis für meine Waren. Was hast du im Cairoberta-Wald gemacht? Und wie haben dich die Banditen gefangen? Nach dem Tod des Grafen hatte ich kein Geld mehr für Rohmaterial. Keine Fassreifen, keine Werkzeuge. Also bin ich mit ein paar Tagelöhnern in den Wald gegangen. In diesen Elfenruinen gibt es jede Menge Sachen zu finden, wenn man tief genug gräbt. Die Leute sagen, dass es dort spukt. Aber ich habe keine Angst vor Elfengeistern. Ein rationaler Mann. Rational oder abergläubisch, das spielt keine Rolle. Ich habe nun mal keinen einzigen Geist gesehen. Nur diese Hanse. Gut. Ich hatte wohl mehr Glück als Verstand, weil du gekommen bist und mich gerettet hast. Ja, dann zeig mal, was hast du. Kann ich auch noch ein paar Sachen verkaufen, die ich gar nicht mehr brauche. Das nicht. Für 1200 Schnee. Das verkaufe ich. Das verkaufe ich. Hm. Ja. Voll geschmiedet. Ja. Weg. 200 hat er noch. Ich habe kein Geld mehr. So. Auf jeden Fall die Dinger immer nachkaufen. Waffen und Rüstungen. 5% Ankaufskraft. 1200. 200. Werbemittellösung. Ich muss auf Taubeln. Hm. Die Waffe könnte ich auch verkaufen. Na, der hat nicht so viel Geld. Ja. Die Chance auf Verbrennen. Bis dann. So. Was haben die anderen für mich? Mann. Warum sollte ich drei Tage warten? Ein Ritter, liebe Kinder, ist eine seltsame Mischung aus Dirne und Kind. Was geben die mir? Ah, Hexer, sei gegrüßt. Nett, dass du kommst. Mathilda und ich haben eine Überraschung für dich. Oh, ich halte es gut zu gehen. Hier scheint ja miteinander auszukommen. Oh ja, wir haben begriffen, dass die Streiterei sinnlos ist. Es ist wirklich angenehm geworden. Und aufregend. Und romantisch. Ich verstehe. Schön, dass es gut läuft bei dir. Haben Bunga Bunga gemacht. Was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung. Habt ihr mal wieder ein Monster im Schrank? Nein, es ist viel schöner. Wir haben einen Wein gekeltert, von dem die besten Sommeliers meinen, er könnte Est Est entthronen. Das haben wir dir zu verdanken. Deswegen, wenn du einverstanden bist. Wir möchten ihn nach dir benennen. Wie soll er heißen? Geralt von Riva. Schlechter von Blaviken. Weißer Wolf. Nee, nee. Geralt von Riva. Hört sich zwar ganz doof an für einen Wein. Weißer Wolf wäre eigentlich auch nice, aber nee. Auch wenn es nicht passt, aber Geralt. Geralt von Riva. Geralt von Riva. Perfekt. Wenn du nichts dagegen hast, werden wir dir regelmäßig ein paar Flaschen schicken. Ich würde mich geehrt fühlen. Danke. Wir haben zu danken. Alles Gute, Hexe. Ja, dann mach mal weiter Bunga Bunga. Huch. Blut und Wein. Trophäe. So. Ein Wein, der meinen Namen trägt. Geralt von Riva. Habe ich aber nur einmal. Ja, 50 Vitalität. Ich trinke zu wenig. Warum trinkt man ja zu wenig? Kann ich mir auch die Urkupfeuer saufen? Ja, genau. Uh. Hier trinkt alles Wein und Gott mehr Wein. Oh Gott, dieser schöne Effekt dabei. Man müsste lallen bei Dialogen dann. Oh Gott, dieser Effekt. Sollte man nicht machen, wenn man besoffen ist. Patrouille auf nüchternem Magen. Patrouille auf nüchternem Magen. So. Haben wir noch eine Stunde. Ja, und dann pausiert. Pausiert Witcher. Kanal. Ab nächste Woche gibt's dann Lost Attachment. Moment. Ja. So. Haben wir noch ein Nebenquest. Quinturnier. Rittergeschichten. Sprich mit Jakob, den Holzfäller. Wo ist denn Jakob? Jakob. Jakob. Ach, ganz in der Nähe. Das ist schön. Gut. Das ist schön. Der ist ja ganz in der Nähe. Ein Ritter, liebe Kinder. Warte. Wo ist denn hier das? Eine Dings dort. Hier. Mh, 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 mh. Oh. Oh. So. Das sieht halt auch schön aus hier. Warte, trainiert. Ihr trainiert dort? Okay. So, dorthin. Gehen wir dorthin. Gehen wir dorthin. Es gab noch eine Kräuterkundlerin. Der ich auch geholfen habe. War das jetzt die Dame dort? Oder eine andere? Lamea, mein Freund. Das weiß doch jeder. Lamea? Da läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Mh, schön. Wenn der Schweiß die Arschbacken runterläuft. Heute ist alles bestens. Autsch. Heute ist alles bestens. Autsch. Okay. Kräuter aller Art. Ist das die gewesen? Aber die glaube ich auch. Willkommen, Wanderer. Brauchst du vielleicht Kräuter? Johannes Kraut gegen Bauchweh, oder? Da würde ich doch Weidenrinde oder Iris Wurzel vorziehen. Johannes Kraut kann Schwindel und Übelkeit verursachen. Vergib, du siehst gar nicht aus wie ein Kräuterkundler. Wie sehe ich denn aus? Und kann der Schein nicht täuschen? Ich bin nicht auf der Suche nach Pflanzen, die sowieso überall wachsen. Ich brauche seltene Sachen. Hast du sowas, oder soll ich weiterziehen? Das musst du wohl selbst beurteilen. Zeig doch mal, was du hast. Okay. Auch sie als Kräuterkundlerin hat zur Auswahl Quint Karten. Okay, was hat die dann? Was sind die Fertigkeitspunkte? Okay, die werden dann wieder resettet. Parfüm. Belübieren. Werbemittel. Eisblatt. Büffelgras. Ein großes blaues Muttergen stelle ich her, indem ich ein rotes blaues Muttergen opfere. Wie blöd ist das dann? Wie sehr blüht. Das ist schon eher. Das passt schon eher. Gibt halt mehrere Varianten. Aber eigentlich ist das hier die beste. Ich stelle mal ein paar große rote, ein paar grüne. Ausmuttergen. Hä? Warum hab ich denn da so wenige? Warum hab ich denn da so wenige? Ein roten. Das wird bisschen schwierig sein. Wenn roten. Das ist ein grünes. Rubedo. Ah, okay, okay. Deswegen wird das schwer. Winterkirche. Pusteblume. Schwefel. Soll ich ein blaues. Oder Rubedo. Winterkirche. Oh, rot wird doch richtig schwer. Winterkirche. Kleine blaue. Blaues Muttergen. Warum kann ich nicht mehrere herstellen? Aber guck mal, ich habe 140. Boah, wie viele denn man da braucht? Aber blaue sind halt auch wichtig für... Das, was ich vorhabe. Also dieses... Erzengelähnliche Ding dort. Warte, wie viele? Nochmal so noch drei Stück. Oh, schau. Oh, schau. Schön. Eine Reserve. Ein paar große. Katze. So. Eine Rot wird richtig schwer. also auch klar dass das schwerer wird ich bin weg bis dann jetzt kommen auf character ja wenn ich hier überlege rot zwei stück grün zwei stück hier brauchst du schon drei blaue und das wird oder hier kampf zeichen und alchemie das ist halt so hilfreich wiederbeleben mit erzengel mehr oder weniger mit voller energie hier so sachen sind halt auch sehr hilfreich aber ich brauch dafür fertigkeitspunkte zwei fertigkeitspunkte boah aber zwölf also hier unten das zwölf boah das kann auch lange gehen ey ich spiele mal kurz quind gegen sie auch wenn ich wahrscheinlich ablose weil meine karten nichts sind ich habe zu wenige karten sieht man hier diese karte gegen eine karte auf dem schlachtfeld aus und sie wieder anzunehmen ist sogar hilfreich extrem dichter nebel ne also ich habe ja den anführer und sie ist scoyatel was gespielt gelbe ist kaiserreich sorry kaiserreich ist das eins lege ich mal weg ja verdoppelt das liegt diese karte neben eine karte mit dem selben namen das kann ich ja lege diese karte auf das schlachtfeld eines gegners sie werde auf die gesamtstärke deines gegners angreifen hat und ziel zwei karten vom nachziehstapel also nur um karten zu ziehen ok cool ok sie kann das auch und auch und 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 . Ach so, das sind Sonderkarten, oder? Ah, doch, der eine wird aber trotzdem davon betroffen. Hm. Ah, die hätte ich ja eigentlich auch wegmachen sollen, ist auch unnötig. Ich will jetzt nicht skippen, das hat noch 7 Karten, ich hab noch 6 Karten. Ich will jetzt nicht passen. Aber vielleicht bringt das was. Ich pass trotzdem. Alter. Wie hat er die Runde gewonnen? 1919 stand es, weil er mehr Karten hatte. Aber jetzt hat er nur noch 2 Karten. Aber der hatte so viele Recruiter, also Wiederbeleber, ja. Ah, das ist auch gemein. Ich hab nur schundes Karten, ey. Auf dem gesamten Schlachtfeld? Ich tausche diese Karten gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus. Um sie wieder deiner Hand hinzuzufügen. Achso, meiner Hand hinzuzufügen. Ah, okay, okay. Hätte ich eigentlich nutzen sollen. Gerade bei den Sonderkarten. Zu starke Karten. Zu starke Karten. Der Gegner passt. Ja, ja. Der merkt schon, ich kann mit den Karten nichts machen. 11. Nee, der geht auf die andere Seite. Das ist halt blöde. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich die Karte mache. Blöder Fußsoldat. 14. Jetzt hat er noch eine Karte. Eine. Ja, theoretisch brauch ich doch nichts machen. Dann noch eine Karte. Also ich setze den mal ein, aber ich denke nicht, dass er höher geht. Weil er hat ja keine Karten mehr. Ja, der Gegner hat gepasst. Warum soll ich was machen? Ich hab ja gewonnen. Wow, ich hab ein Quint-Spiel mal gewonnen. Meine Güte. Minze, Brennnessel, Schachtleim. Bogenschütze des Clans. Oh. Hurra, hurra, Skellige ist da. Hurra, hurra, Skellige ist da? Hurra, hurra, Skellige ist da? Hurra, hurra, Skellige ist da? Hurra, hurra. Spiele gegen Wurte. Geld stinkt nicht. Ich finde das Geheimversteck im Misthaufen. Ah, das klingt ja schön. Können wir mal machen. Können wir wenigstens mal auch Karten bekommen. Eine. Kann man theoretisch mehrmals andrehen, aber mache ich lieber gegen noch schwächere Gegner. Wo ist das mit dem Misthaufen? Ist dort. Kann ich auch mit dem Pferd hin. Ich kann dir helfen, dass er nicht mehr so trocken wird. Oh Gott. Ja, aber mit der Pferdeausdauer bekommt man halt wenigstens die ganzen Anfangspferderennen hin. Ach, das ist dort. Oh, Geld stinkt nicht. Das ist dort, wo dieses Turnier-Dings war. Brief eines Weingutarbeiters. Liebste Mami. Okay. Vielen Dank für den Übermantel, den du mir geschickt hast. Der wird sich sicherlich als nützlich erweisen. Ich bin gesund und munter, mach dir also keine Sorgen. Außerdem habe ich tolle Nachrichten. Ich werde einen großen Batzen verdienen. Die Summe, die ich dir vor dem St. Barnabas Tag schickte, reicht für die Reparatur des Daches und wir können unsere Schulden beim Verwalter abzahlen. Ich habe zusätzliche Arbeit angenommen. Am Rand eines ziemlich großen Waldes bauen, wie ein Zaun. Graf Di Salvares möchte mit dem Zaun sein Haustier vor irgendwelchen Haudegen und Hexen schützen. Bei diesem Haustier handelt es sich um einen Basilisken oder um eine andere schreckliche Bestie, aber mach dir keine Sorgen. Ich bin in Sicherheit. Der Graf bringt der Kreatur jeden Morgen eine Kuh oder ein Schwein oder zumindest ein Schaf, damit es satt ist und gleich wieder einschläft. Bei Ehofe wundern sich alle über die Verschwendung an Tieren, aber ein reicher Mann kann schließlich tun und lassen, was er will, denke ich. Ich schicke dir eine große Umarmung und vergiss nicht, dass du jederzeit zu mir kommen kannst, wenn die Dinge bei dir schlechter laufen, denn ich habe dir schon einen Posten bei Graf Di Salvares besorgt im Haus. Das ist ein guter Mann und sogar ehrlich für einen Grafen. Dicker Kuss, dein Eddy. Gut Eddy. Dann lass mich mal gucken, wo ich hier daraus krame. Mit den Werbungen weißt du ja schon, dass man den Dashboard bei Affiliate einstellen kann, wann Werbung kommt. Haben die vor ein paar Tagen neu eingestellt. Ja. Keine Ahnung. Ich habe wenigstens nicht so eingestellt wie früher. Also früher war es halt so, ich habe die alles irgendwie auf manuell eingestellt. Also das Nachteilhafte daran war halt, dass trotzdem Werbung geschaltet wurde bei den Leuten und dann halt immer so 30 Sekunden, 45 Sekunden. Jetzt ist einfach nur, wenn du halt kein Sub bist, einmal am Anfang und das war's. Und dann über den ganzen Tag über nicht, beziehungsweise den ganzen Stream über nicht, wenn du halt bleibst. Äh, Hallöchen Ezekiel. Ich bin nochmal, äh, Kochen Dierki. Ich war's euch noch. Gute Nacht. Okidoki. Nachti, Nachti. Jetzt hast du mehr Kontrolle darüber. Hab ich das wirklich? Hab ich da wirklich so richtig Einfluss darauf? Nein. Ich hätte es, also ich hätte es viel lieber, wenn du auch Einfluss auf die Werbung hast. Was die Leute sehen. Dass ich halt auch entscheiden kann, was für Werbung gesehen wird. Nicht irgendwie, dann kommt man in so eine scheiß AfD-Werbung oder irgendwie einen anderen Politik-Scheiß dort oder was man einfach gar nicht sehen will, wenn du verstehst. Also dann lieber selbst entscheiden. Ich bin das Geheimversteck im Misthaufen. Hm. Ah, ja. Ah, dieser Gestank. Goldersaphir-Ring und Florin. Gold stinkt nicht. Ja. Dafür hole ich das auch gerne raus. Hm. Schön. So. Nächstes. Wirst du? Was für Werbung kommt? Leider nicht. Nur wann die Werbung kommt, kannst du einschalten. Ja, kannst du am Anfang und das reicht doch. Hä? Was soll ich da großartig einstellen? Für Leute, die Sub sind, ist es ja eh nicht so wichtig. Aber für die anderen kommt nur einmal am Anfang, wenn sie neu reinkommen, eine Werbung und das war's. Dann, wenn sie bleiben oder so, kommt halt gar nichts. Und bei dem anderen war mir das halt so unsicher. Wenn ich das halt selbst manuell einschalte, kommt halt einfach mal wahllos irgendwie. Keine Ahnung. Da bist du gerade in den Stream am gucken und dann kommt dann nach eine Stunde noch was eine Werbung, dann nach vier Stunden noch was eine Werbung oder keine Ahnung. Aber ich bekomme ja von den Werbungen halt eh nichts mit. Also das sind, keine Ahnung, Cent-Beträge, wenn überhaupt. Also ich habe ja nicht so viele von. Vorher habe ich die ja ganz ausgeschaltet und gar nichts bekommen. Weil, ja, hat man sich halt auch nicht angeguckt, die Werbung. Ist ja klar. Ich spreche mit Jakob, den Holzfäller. Die Aufgaben muss ich auch noch machen. Hier. Oh, warte mal. Hier ist auch eine Kräuterkundlerin. Ist auch eine. Ach, ist das die? War die das, die ich befreit habe? Ja. Ja. Du hast Coronata und Vementia. Ja, reich wäre man eh nicht mit Werbung. Nicht zu fassen. Meister Liam hat mich gebeten, dir besondere Preise zu machen. Hier müsste ich halt schon euch so nerven, dass ich halt sage, kommt nach eine Minute vom Stream oder so immer 30 Sekunden Werbungen zeigen. Und die müssen wir halt bis zum Ende gucken. Wird keiner machen. Zeig mal, was du hast. Ich finde es schön, wenn man so eine Option hat, was halt nicht umsetzbar ist, dass man selbst entscheidet, welche Werbungen laufen. Aber das, keine Ahnung, das wären halt bei mir so alte Werbungen, nichts Aktuelles. So von Spielen ist halt ein bisschen schwierig. Hauptsache keine politischen Sachen oder irgendwie, keine Ahnung, Sachen, die irgendwie nicht zu dem Streamer passen. Das ist irgendwie kacke. Danke, bis dann. Okay, bei ihr konnte ich halt nicht. Also nicht alle Kräuter, Frauen oder Männer haben das. Mann. Mann. So sprich mit Jakob. Ist hinter denen. Achso, hier bist du. Ah, ich weiß nicht, ob da noch was kommt mit dem Greif, weil ich den nicht getötet habe. Kommt bestimmt noch irgendwas. Alte 80er-Werbungen oder 90er, ja, nee. Keine Ahnung, kannst du halt nicht bringen. Kannst du ja heute nicht bringen, wäre schön, wenn man das machen könnte. Leute sollen Werbungen aus den 70ern sehen. Gut, ja keiner. Bambino? Okay. Unsere Kamina ist die süßeste Traube in Buclair, wie dir jeder bestätigen kann. Riechst du das? Willkommen in Chanson. Nicht zu schnell, Plätze. Nein, ich bin nicht hier rein. Schön umrum. Schön umrum. Hm, 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 hm. So. Wo ist Jakob? Bleib noch etwas bei mir, edle Daphne. Jakob der Holzfäller. Bist du Jakob? Bei Fußmorholt, Platz. Wer will das wissen? Ein Hexer. Ich habe deinen Aussagen gesehen. Warte mal. Ein Hexer, sagst du? Wie Luis Herreras Sagen und Legenden? Beim grünblütigen Kobold, was für ein Glück. Weißt du, keiner glaubt mir, dass dieser Baum Daphne ist. Die verflutete Dame aus der Sage. Aber du, du könntest den Fluch brechen. Glaubst du an diese Geschichte? Bist du schon etwas zu alt dafür? Bist du nicht zu alt, um an Gute-Nacht-Geschichten zu glauben? Soll ich dir das Maul stopfen, Hexer? Wie alt ich bin, geht dich ein Schweinefurz an. Die Runde geht an dich. Und woran du glaubst, geht mich auch nichts an. Hm. Gut, dass wir uns einig sind. Warum ist ein verfluchtes Mädchen? Kommst du darauf? Wie kommst du darauf, dass ein verfluchtes Mädchen in dem Baum steckt? Tja, ich bin mit meinem Hund Morholt hergekommen, um ihn zu fällen. Hab mit der Axt zugeschlagen. Sie tief im Stamm vergraben. Verflucht noch eins. Da ist auf einmal Blut rausgequollen. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Aber dann wurde es mir klar. Das steht alles in Daphne, Gareth und die Hexe vom Luchsfelsen. Lass mich raten. Aus Herreras Sagen und Legenden. Darauf kannst du einlassen. Zweite Auflage. Erweitert. Oktavformat. Ich kenne die Geschichten auswendig. Meine Oma hat sie mir vorgelesen. Bestimmt von vorne bis hinten. Und auch die Nachschrift. Du magst Märchen? Warum? Wollen wir ja mal fragen. Du hast mich neugierig gemacht. Glaubst du wirklich die alten Geschichten sind wahr? Willst du mich verarschen? Willst du mich verblödern? Nein. Es sind nur finstere Zeiten. Da ist kein Platz für Ritter reinen Herzens oder glückliche Enten. Leute wie du sind selten geworden. Ja, stimmt. Die Zeiten sind beschissen. Aber für mich ist das ein Grund mehr, mich an die Geschichten zu erinnern. Meine Oma würde sagen, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, denk an den Ritter zum Schach und die edle Alondra und frag dich, was sie tun würden. Ich habe es so verinnerlicht, dass ich gar nicht anders kann, selbst wenn ich es wollte. Lass mich mal den Baum untersuchen. Lass mich den Baum mal ansehen. Aber vorsichtig. Ja. Und? Was hast du erfahren? Ja, er hat noch nicht mal angefangen. Ist das ein Beinen im Rascheln der Blätter? Der Holzfäller war schnell. Merkwürdig. Die Weide steht allein. Keine anderen Bäume in der Nähe. Das ist eine Trauerweide. Blut aus Richtung des Baums, wenn ich mir die Form des Flecks so ansehe. Er blutet tatsächlich. Sieht aus wie Menschenblut. Und die Rinde, die schlecht verheilte Mauer. Das Medaillon vibriert wie verrückt. Da ist starke Magie am Berg. Okay. Und? Hast du dir den Baum angesehen? Da ist einer dahinter. So. Er blutet tatsächlich. Ziemlich unglaublich. Sieht verrückt aus. Hab ich's nicht gesagt? Okay, reden wir um eine Belohnung. Die Hilfe ist nicht umsonst, weißt du? Du redest mit einem einfachen Holzfäller. Ich hab kein Geld. Einverstanden. Ich zahle. Sobald die junge Maid befreit ist. Ich helfe dir. Aber erst muss ich rausfinden, wo ich anfangen soll. Brauchst du nicht. Ich weiß alles. Fräulein Daphne und Ritter Gareth waren schrecklich ineinander verliebt. Doch um sich ihre Hand als würdig zu erweisen, musste sich Gareth der Hexe vom Luchsfelsen stellen. Bevor Ritter Gareth zu dem Hügel ritt, gab ihm Fräulein Daphne ihr Tuch als Zeichen ihrer Gunst. Lass mich raten. Er ist nie zurückgekommen. So ist es. Sie wartete. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Hielt Ausschau nach ihm. Bis sie Wurzeln schlug und sich in einen Baum verwandelte? Warum? Ich will dir sagen, warum zum Teufel. Um da zu sein, wenn Gareth wiederkehrt. Das Tuch in der Hand. So stark ist die Liebe. Die Sehnsucht. Du musst auf den Luchsfelsen steigen und etwas finden, das Daphne befreien kann. Ich geb dir mein Geschichten mit. Viel Glück, Hexer. Hm. Geschichten und Fabeln. Der Geist von Daphne. Bestiarium. Und der war auch hier cool, der Pedal. Weiße Witwen, tausend Füßler. Ätherische Erscheinung. Die sehen halt richtig nice aus. Lebens. Anna aus den Wäldern. Weiße Dame. Scheine aus dem Gemälde. Der Geist von Daphne. Scheiß der Öl. In Tussor bekam Gerard einmal einen Fall von Pinodendromorphie zu Gesicht. Also eine Frau, die in einem Baum verwandelt worden war. Ein Schnitt in die Rinde brachte Blut zum Vorschein. Wenn der Wind durch die Blätter strich, war ein leises Schluchzen zu hören. Dexter untersuchte die Angelegenheit und erfuhr, dass der Verwandlung vermutlich ein Zauber oder Fluch zugrunde lag, der mit der Vergangenheit der Unglücklichen zu tun hatte. Daphnes große Liebe, mein Ritter, war zum Luchsfelsen aufgebrochen, nie zurückgekehrt. Sie wartete noch immer auf ihn, erfüllt von Sehnsucht und Trauer. Die Wäldern. Untertitelung. BR 2018 Ich liebe Büsse auch. Ah, okay, das war was anderes. Wesenzeit von Welten, Necromantie. Das ist, wenn man halt jedes einzelne Buch noch mitnimmt. Das Necronomicon habe ich sogar. Geh zum Luchsfelsen. Wow. Ist er weit empfehlend? Bald zwei Uhr. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nach der Quest ist das Feierabend. Ist wie gesagt das letzte Mal Mutscher auf dem Kanal, bevor es halt in die Pause geht. Das ist halt schon laurig, aber wahr. Ja. 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 Vielen Dank. Ja, bestimmt hier irgendwie auf der anderen Seite. Eingang? Ach, hier ist auch ein Höhleneingang. Eine Hütte, die der Hexe. Ist aktualisiert. Hm, doch leider war der Ritter ja nicht zurückgekehrt, aber der Halsweiler wusste nicht, was ihm zugeschossen sein mochte. Wenn das Rätsel zu lösen war, dann wohl nur beim Luxfelsen. Ich suche. Erdbärchen nehme ich auch mit. Was ist das denn hier? Ich höre Geräusche. Die Hütte sieht bewohnt aus, aber es ist niemand da. Ich seh mich besser mal um. Warm. Richt nicht eindeutig. Keine Ahnung, was da drin ist. Zur Transmutation von Körpern. Geschichten und Fabeln. Ritter Gerrit und Fräulein Daphne liebten einander so sehr, dass es schmerzte. Um die Zustimmung seines zukünftigen Kriegefahrters zu erlangen, musste Gerrit sieben Herausforderungen bestehen. Die siebte war die schwerste. Gerrit musste zum Luxfelsen die Hexe finden, die dort wohnte, und sie überreden, die Dürre zu beenden, die das ganze Land plagte. Und Daphne und alle flehten ihn an, der Hexe mit Demut zu begegnen. Die Hexe vom Luxfelsen war boshaft und eigenwillig. Selbst für eine Hexe und lediglich wahre Demut konnte ihr eigenes Herz erweichen. Gerrit aber wollte das Knie nicht von einer Hexe beugen. Stattdessen wollte er sie zwingen, den Fluch aufzuheben. Niemand weiß, was beim Luxfelsen geschehen ist, aber Gerrit kehrte nie wieder zu seiner Liebsten zurück. Daphne stand auf einem Hügel und hielt Tag und Nacht Ausschau nach ihm. Schließlich verwandelte sie sich in einen Baum, damit sie die Rücke ihres Ritters erleben könnte. So groß waren ihre Sehnsucht und ihre Liebe. Jeder, der in einem Baum mit einer Axt verletzte, sah Blut aus seiner Wunde sickern. Nach und nach mieden die Menschen diesen Ort und Daphne konnte in Ruhe auf Gerrit warten. Im Laufe der Zeit geriet sie bei allen in Vergessenheit. Lieber Ibonis, die Kammer der Magier hat dieses Werk verboten. Dann kam ich an einem Ort namens Pnatttal, in einer Welt wie Chagai genannt wird. Verstand eines Menschen kann dieses Land nicht verstehen. Über einem nicht geometrische Formen und schrecklicher Farben ungewohnt ins Auge springen. In dem Moment, als ich ankam, war ich am Rand des Wahnsinns. Ich stieß einen stummen Schrei aus und schwitzte Blut, als zwei Sonnen über meinen Kopf aufgingen. Ich fiel auf die Knie und betete zu Solu... Sol... Sol... Solta... Solta... Va... Nicht um Erlösung, sondern um einen schnellen Tod. Und dann kamen sie. Zu staubzermahlene Knochen. Notizen über die Nutzung von Schafgarbenstilen. Interessant. Schafgarbe wird hauptsächlich zu medizinischen Zwecken genutzt. Wie bereits oben erwähnt, heilen die Blätter eines Krauts, wenn sie auf den Körper gelegt werden, alle möglichen Arten von Verletzungen, Wunden und Schmerzen. Die aus dem Sud entstehende Tinktur ist gut gegen gewöhnliche Erkrankungen, Koliken und Appetitlosigkeit. Zusätzlich zu den Heileigenschaften können die Stiele der Schafgarbe zum Wahrsagen benutzt werden. Diese Art der Weissagung mag vielleicht seltsam erscheinen, ist in Wahrheit aber einfach und effektiv. Man kann sich wirklich auf die Frage konzentrieren und erhält eine sowohl genaue als auch befriedigende Antwort. Genau, Witcher macht nur eine Pause. Eine Wand mit Zauberbauelementen oder Trophäen? Pfeil untersuchen, Zweig untersuchen, Puppe untersuchen, Tuch untersuchen. Pfeil untersuchen. Ein Pfeil in der Mitte zerbrochen, hat dem Schützen kein Glück gebracht. Zweig untersuchen. Der Zweig einer Weinrebe, vielleicht um eine gute Ernte zu beschwören oder eine schlechte. Puppe untersuchen. Diese Puppe sieht wie ein Hilfsmittel aus, um Flüchen zu sprechen. Tuch untersuchen. Ein Seidentuch, bestickt mit den Buchstaben D und F. Damit könnte ich den Fluch brechen, wenn es Daphnis ist. Eigentlich verlieren sich nur Wildkatzen hierher. Aber es scheint, als hätte ich einen weitgereisten Gast. Was suchst du hier? Ich hab's schon gefunden. Du willst doch nicht den Flug auf dem Baummädchen brechen, oder? Und wenn doch? Dann solltest du wissen, dass du deine Zeit verschwendest. Die alten Legenden. Hat sie dir deine Oma nicht erzählt? Selbst für mich, die Hexe vom Luchsfelsen, wäre es kaum zu schaffen, die Macht der Liebe und der Sehnsucht zu besiegen. Was ist aus Ritter Gareth geworden? Brich den Fluch sonst? Würdest du bitte einfach den Fluch brechen? Ich kann den Fluch selbst brechen. Der Ritter, der zu dem Mädchen gehörte. War er hier? Ritter Gareth? Ja. Er wollte mich besiegen. Hat sich's dann aber anders überlegt. Genauer gesagt, nach der Erde lief es bei mir. Er blieb eine ganze Weile hier. Dann hat ihn sein Gewissen übermannt. Und er wollte zurück zu seiner Geliebten. Er wollte vielleicht, aber er hat es nie geschafft. Unterwegs geschah ein tragisches Unglück. Hattest du irgendetwas mit diesem Unglück zu tun? Aber klar. Sollte ich etwa einen Mann, der mir gehörte, einfach einer anderen überlassen? Unmöglich. Also das hier wird wahrscheinlich nicht gut klingen. Kann sie reden? Was, wenn ich dich freundlich bitten würde, den Fluch zu brechen? Gareth hat bekommen, was er verdiente. Und was mit seinem Flittchen passiert ist, war nicht mein Fehler. Gut, es ist also nicht dein Fluch. Aber du könntest ihn brechen, oder? Das könnte ich wohl. Doch, warum sollte ich? Ich werde mit dir... Ich werde mich dir ergeben. Ich werde dich zwingen. Ich kann den Fluch selbst brechen. Beine breit machen kann der Geralt halt schon sehr gut. Das ist vielleicht überhaupt keine gute Idee. Ich werde mich dir ergeben. Mich vor dir niederwerfen, wie Gareth in der Geschichte. Oh. Genau aus dem Grund. Ich bitte dich inständig, mir zu helfen. Bricht den Fluch, der Daphne in dem Baum gefangen hält. Als ich dich in meine Hütte betreten sah, da dachte ich, das ist ein Mann, der sich niemandem beugt. Steh auf. Keiner, nicht mal ich, kann dem Mädchen die verlorenen Jahre zurückgeben. Oder das Leid lindern, oder das Leid lindern, das sie erlitten hat. Wir können sie nicht wieder zum Leben erwecken. Aber ich verrate dir, wie du sie in Frieden gehen lassen kannst. Aber meine Hilfe hat ihren Preis. Eine Locke deines Haars. Woher weiß ich, dass du damit nicht einem Zauber auf mich wirkst? Ich brauche sie unbedingt für einen Zauber, der mich für alle Zeit vor dir verbirgt. Für nichts anderes. Du wirst mich nie wieder heimsuchen. Und du hast nichts zu befürchten, denn ich halte immer Wort. Nein, Geralt, nein. Was soll schon passieren? Ich vertraue dir, trotz meiner Bedenken. Meine Mahlung gehört dir. Wunderbar. Was muss ich tun? Du musst die Maite davon überzeugen, dass ihr Liebster zurückkehren wollte. Dabei aber starb. Nimm ihr Seidentuch und etwas von Garrets Überresten. Seine Knochen verbleichen in der Höhle unter diesem Felsen. Das Feuer muss das Tuch und die Überresten. Und dein Herz, deine Absichten müssen absolut rein sein. Verstanden? Ja, danke für deine Hilfe. Gern geschehen und leb wohl. Wenn du aus der Tür bist, werden wir uns nie wiedersehen. Da mit dem Öhrchen. In den Eingang zur Höhle unter dem Luxfelsen. Oh, warte mal. So, Trakneide war auch hier. Also, ich hätte das, glaube ich, auch selber machen können, wenn ich vorher, glaube ich, in die Höhle gegangen wäre. Und vielleicht irgendwie konfrontieren, hätte ich sie können. Ich glaube, hätte man sogar auch. In den Überresten. Doch, da sind noch ein paar Fiecher unten. Schön. Au. Wenn man einhändig kämpft. Oh. Erst mal Truhe. Hallo. Oh. Was für ein blöder Standort. Eine Plattenrüstung und ein paar Knochen. Garits Überreste. Sind sie das? Aber warum ist die Rüstung auseinandergefallen? Magie? Oder ist er irgendwo runtergefallen? Ich muss zum Baum zurück. Den Fluch brechen. Okay. Okay. Du bist fertig. Okay. D助ung. Was ist das? Dann gucken wir mal. Ich gehe zum Blumenbaum zurück. Ich gehe zum Blumenbaum zurück. Ich gehe zum Blumenbaum zurück. Ich hätte wahrscheinlich auch den Flug selber lösen können. Aber wir gucken einfach mal, was passiert. Dann, wie gesagt, ist Feierabend. Ach Gott. Nein, Gegner. Ich gehe zum Blumenbaum. Man hätte es auch anders lösen können mit Zwingen, aber das würde bestimmt nach hinten losgehen. Aber da sie jetzt meine Locke hat, hat die bestimmt noch was vor in der Geschichte. Und das wird vielleicht nicht positiv sein. Wir gucken einfach mal. Dann sind wir mal gespannt. Und? Du hast die Hexe getroffen. Ganz bestimmt. Was hast du erfahren? Ich weiß, wie ich den Fluch brechen und Daphne befreien kann. Die Hexe ist nicht so schlimm, wie du denkst. Diese Hexe ist nicht so schlimm, wie alle sagen. Ich musste zwar einen Kratzfuß machen, aber ich kenne Zauberinnen, die schlimmer sind. Das sind ja erfreuliche Nachrichten. Aber was ist mit Daphne? Ich kann den Fluch brechen, sie befreien. Durch ein Ritual, bei dem ich ihr Tu und Garits Überreste opfere. Aber der Zeitpunkt muss stimmen. Wenn die Stunde naht, zünde ich vier Feuer für die vier Winde an und beginne mit dem Ritual. Feuer? Dann kann ich dir ja doch helfen. Du wirst Holz brauchen. Viel Holz. Hacke so viel du kannst. Ich kümmere mich um den Rest. Hier, sieben Tonnen. So viel brauchte ich zwar nicht, aber... Ich habe das Holz gehackt und gestapelt. Was jetzt? Jetzt bin ich dran. Ich zünde die Feuer an und rede mit der verzauberten Frau im Baum. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Also bleib lieber in sicherer Entfernung. Und wenn ich mein Schwert ziehe, renn weg. Entfache Feuer. Ein letzter Blick geht in die vier Winde. Im Süden nicht ein Wort erklingt. Einfache das Ostfeuer. Im Osten kein Laus durch die Kälte. Ich sollte nicht zu nah am Feuer stehen. Das hat bestimmt was jetzt gebracht. Sich selber noch mit zu verbrennen. Hoch im Norden die Stille verfangen. Hoch im Norden die Stille verfangen. Tief im Westen tote Augen prallen. Beend die Wacht. Er ist gegangen. Was ist da jetzt noch mit der Lock? Ja, kann er nachher machen. Nee, dann wäre ich ja verbrannt und tot. Da fehlt ja ein John, der mich schubst. Ich bin mir nicht mehr. Sieh, ein Knochen von dem, dem du deine Liebe gabst. Gareth, mein Gareth. Er wird nie zurückkehren. Nein, das wird er nicht. Ist seine Liebe für mich erloschen? Ist er mir treu geblieben? Gareth war dir treu. Nein, war er nicht. Ah, Gott, das wird so scheiße schwierig wegen der einen in der Hütte. Theoretisch sollte ich ja ehrlich bleiben. Das ist ein Knochen von der Hütte,. Nein, das wird so scheiße. Hm. Hm. Aber ... ... dann ... Trau doch dran. So hat ihr dann Hass. Oder Wut. Es tut mir leid. Boah. Gareth hat seinen Schwur gebrochen und ist dir nicht treu geblieben. Der Mensch besteht aus Erde und Schmutz. Er scheitert schnell. Wir alle tun es. Wie grausam ist die Welt, die Liebe so sehr auf die Probe zu stellen. Aber was wäre die Welt ohne Liebe? Meine Zeit ist gekommen. Ich habe zu lang gewartet, zu sehr gelitten. Und jetzt möchte ich gehen. Leb wohl. Ich danke dir, Fremder. Und dir, mein Ritter, danke ich, dass du mit mir gesprochen und zu meinen Füßen gewacht hast. ... und mir die Axt in den Bauch gerammt hast. Ich hätte nicht gedacht, dass es so endet. Ich hätte sie gern wieder zum Leben erweckt. Aber ... ... es sollte wohl nicht sein. Es gibt kein, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage gibt's nicht oft. Leider. Was hast du gut gemacht? Hier. Eine Bezahlung. Und das Buch. Danke. Pass auf dich auf. Bis dann, Hexer. Ich muss nachdenken und all das verarbeiten. Ich weiß nicht, wie mein Bruder sich dort entschieden hatte. Wenn er die Quest gemacht hat. Wolfi, nicht ins Feuer reingehen. Das ist heiß. Also richtig positiv ist es ja auch nicht. Das war nicht gerade so positiv. Thank you. Hmm. Er fand die Hexe vom Luchsfelsen und tat genau das, was der Ritter aus Heerraus Sagen und Legenden getan hatte. Er verbeugte sich vor ihr, war sie um Hilfe. Ich war zwar recht eigen, schien aber zufrieden mit Geralts Auftritt und enthüllte, wie der gefangenen Frau im Baum zu helfen war. Der Volk war jedoch bittersüß, denn weder die Hexe noch der Hexer konnten der Frau das Leben zurückgeben, was sie verloren hatte. Kurz nachdem sie befreit war, verließ ihr Geist diese Welt, allerdings in Frieden mit seinem Schicksal. Weil da oben steigte, was J.C.W. erwies sich als Märchenexperte. Er beschrieb Geralt, dass die Frau im Baum eine gewisse Daphne sei. Verwandelt durch die Sehnsucht nach ihrem geliebten Ritter, Gareth, dessen Rückkehr sie wartete. Gareth war zum Luchsfelsen gegangen, die Hexe zu finden, die dort angeblich hauste. Er wollte sie zwingen, das Land von der schrecklichen Dürre zu erlösen. Doch leider war der Ritter nicht zurückgekehrt. Auch der Holzfäller wusste nicht, was ihm zugestoßen sein mochte. Wenn das Rätsel zu lösen war, dann... Gerade wegen der Story von ihr. Hätte ich lügen sollen, beziehungsweise das andere sagen sollen? Ja... Also richtig happy bin ich nicht damit. Aber naja. Sie konnte Friede in Frieden abdampfen und es starb jetzt keiner der hier Anwesenden. So, wirklich. Von daher geht's. So, ihr Lieben. Das war's aber. Das war's aber auch von Witcher für eine etwas längere Zeit. Witcher wird pausiert. Ab nächste Woche gibt's, wie gesagt, First Judgment auf dem Kanal. Ja. Das heißt, die auf YouTube müssen sich halt ein bisschen gedulden und auch auf Twitch müssen sich die Leute gedulden. Und die Hexe hat ihn ja verflucht nach ihren Aussagen. Ich hätte auch das andere antworten können. Ja. Ich frag gleich mal meinen Bruder, was er gesagt hat oder so. Vielleicht war es halt eh blöd, aber... Ja. Ich leb mit diesen Entscheidungen und die sind nicht immer richtig. Die muss man nicht immer verstehen, aber... Es sind die meinen. So, ihr Lieben. Das war's von hier. So, auf YouTube. Äh, ja. Bis zum nächsten Part. Witcher pausiert. Dankeschön. Tschüss, Zuschauen bis hierhin. Ja, und ab nächste Woche geht's dann weiter. Mit Lost Judgment. Beziehungsweise, das heißt weiter ein neues Projekt. Ein neues RPG-Projekt. Lost Judgment. Und, ja, also hier Tschüssi Korski auf YouTube. Und, äh, ja. Ciao, ihr Lieben. Tschüssi Korski. Vielen Dank.